So, hallo und einen wunderschönen guten Samstagabend. Und ja, es ist schon wieder soweit. Und heute gibt's wieder Co-op-Action mit Strohhütchen und Cube World. Haha, ich freu mich schon drauf. Und das ganz Geile ist vor allem, dass Strohhütchen mir einen neuen Startscreen gebaut hat. Beziehungsweise nicht Startscreen, sondern eine neue Talkszene. Erstmal hallo und willkommen. Nicht mehr oben der Radiosprecher in der Ecke. Nein, jetzt hier unten gemütlich gesetzt in der Ecke. Ich finde das auch ein bisschen besser. Dann sitzt man auch ein bisschen bequemer. Und ich habe mir nicht dieses abgeschnittene Fernsehfenster. Das gefällt mir so eigentlich viel, viel besser. Und ja, oben in der Ecke, also da so, ist jetzt das Vorschaubild von dem Spiel, was als nächstes kommt. Das finde ich auch ein bisschen besser. Da ist nämlich Cube World schon am Laufen. Also das Spiel ist da schon offen. Das sieht viel, viel besser aus, finde ich. Und ja, man hat mich auch ein bisschen größer im Vordergrund. Und das ist schon, denke ich, ganz okay so hoffentlich. Und ja, ich gucke mal, es hat gerade gerauscht hinter mir. Ich glaube, Strohhütchen ist wieder zurück von dem Schreinemach-Raum. Ja, ich höre mal gerade. Bist du schon da? Ich höre dich nämlich noch nicht. Das ist aber schlecht. Geht sofort weiter. Alles gut. Jetzt hat schon mal einen trinken. Umstellen. Ja, hey, ich höre was. Ja, jetzt höre ich dich auch. Ja, das Problem war, mein Mikrofon war so unter Spannung seit dem Umstellen, dass sich leider Gottes ich dann den USB-Port wechseln musste und deswegen hat er sich rausgeschossen. Das ist ja wohl unglaublich. Genau, das finde ich auch. Wahnsinn. So, ich hau mal gerade nochmal den Multi-Twitch-Link in den Chat, nur zur Info. Der Bot weiß aber schon Bescheid, der wird das auch noch immer mal wieder posten, hoffentlich. Wo habe ich denn? Muss mal gerade auf meinen... Hier hatte ich den schon gepostet. Dann kopiere ich mir den nämlich einfach. Für die Zuschauer bei mir, ich habe gerade schon mal Cube World gestartet. Ich schalte euch auch schon mal um. Die düstere Musik hat sich nämlich gerade schon angekündigt. Dann sind wir nämlich gleich startklar. Und ich gucke mal gerade, ob alles läuft. Nein, irgendwie noch nicht. Na gut, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Stell ruhig alles ein. Ich sehe nämlich gerade, das Vorschaufenster von Cube World ist auch noch nicht so ganz stimmig. Das sieht noch nicht so schön aus. Das könnte man auch noch ein bisschen anpassen. Guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Wenn man einfach gestern Batman spielt und das Cube World Fenster als Batman-Fenster misbraucht, dann findet man auch heute unter Cube World nichts. So, hinter mir ist ein Leuchtmagier. Ja, okay. Ich bin dann bereit. B-Reit. B und Reit. Ja, sofort. Ich muss mal gerade noch ganz kurz eine Sache machen. Wo ist denn? Ach, das ist das. So, warte. Ich wunderte mich gerade, warum das Fenster von Cube World nämlich wieder ganz anders verschoben ist, als ich das gestern eingestellt hatte. So. Das ist... Das geht so nicht. Das kann ich nicht so lassen. Das sieht furchtbar aus. So, das sieht schon besser aus. Okay. Direkt das Feinjustierung mache ich dann beim nächsten Mal. So, dann gehe ich mal kurz rüber in die Spielszene. Flupp. So. Und Überraschung, ich bin immer noch hier unten. In der Ecke. Aber wir haben jetzt das Spiel hier. Ich muss jetzt nur gerade noch einmal wieder den Ton lauter machen, weil eben sollte das natürlich nicht irgendwie hier rein stören. Ganz kurz, ganz kurz, weißt du, ob ich mich gestern lauter gestellt hatte im Stream? Nee. Das weiß ich leider nicht. Okay. So. Weil nicht, dass ich jetzt hier gleich rumschreie, weil man hört halt deine Ausschläge schon ziemlich doll, wenn du redest im Hintergrund. Ach, egal. Ich weiß es nicht, ob du dich lauter gemacht hattest. Ich hoffe nicht. So, mal gerade hier wieder raus, damit ich hier alles sehe. So, zack. Wisst ihr was? Ich stelle mich mal gerade noch ein bisschen leiser. Ja, kein Problem. Ich kann ja hier wieder lauter machen auf den Ohren. Das ist ja kein Problem. Nee, komm, ich lasse das so. Nicht, dass nachher wieder irgendwas verstellt ist. Okay. So, ich habe dich invited. Das ist gut, enges LP, join. Ah, und schon ist Tag. Mir war gerade nämlich noch nachts. Wo bist du denn? Äh, hier. Ach, da. Hier so. Hier so? Ja, wir waren ja hier im neuen Gebiet. Im, äh, ja, wie heißt denn das Gebiet? Deadlands? Deadlands of Kroba. Dann wollte ich das nämlich gerade noch schnell bei Twitch reinschreiben. Koop, warte mal, ich schaue mal hinten, Deadlands. Ich geschah, Deadlands of Kroba, Q-World, Q-Op am Samstagabend. Ah, okay. Ah, ja. Bei mir steht Deadlands, Q-Op mit Strohhütchen, äh, Q-World, Multitwitch. Ja. Das klingt doch gut. Das klingt auch gut, ne? Ich glaube, das können wir so lassen. Ich glaube, das können wir so gelten lassen. Also, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Gut, dann, auf geht's. Äh, wir hatten hier noch nicht so viel erkundet, ne? Wir haben nur festgestellt, irgendwie, die, die Waffen sind jetzt gerade erstmal nicht mehr so stark. Obwohl doch, 76. Dann kann ich mal gerade, ja, ich mach 5 Schaden. Ne, 8, ich mach sogar 8 Schaden. Ich würde mal gerade die Aufnahmen starten. Ja. Dann stelle ich mich mal kurz hier so hin, als müsste das so. Na, wo hinst du? So, so. Kann ich mich einfach nicht reinstellen. Ja, das geht auch. Aber mein Kopf ist so groß. Äh, mein Gott, wie kann man denn so ungeschickt sein? Keine Ahnung. Ich kann aber auch probieren. Ne, so reicht schon. So, dann wollen wir mal loslegen. Dann mach ich mal die Lampe an. So. Hallo und herzlich willkommen eine neue Runde Q-World mit Angus Elfie an diesem schönen Samstagabend. Das Dream Team ist wieder unterwegs. Juhu. Das ist ja süß. Ja, legen wir mal los, ne? Genau. In den Deadlands sind wir. Ähm, neues Gebiet. Total schwer. Total, äh, overpowered Gegner. Und unterpowered Benges und Strohhütchen hier am Start. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Ich auch. Wo wollen wir denn hingehen? Wo wollen wir denn mal? In Urlaub, ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Ja, in Urlaub. In Urlaub ist immer gut. Äh, ja. Old Heart haben wir schon. Das ist aber sehr weit. Da könnten wir einfach mal hinlaufen und gucken. Ich hab hier ein Sternchen markiert. Warum? Was ist denn da? Ähm, du bist auf Discord gerade sehr schlecht zu hören. Also, du hast bei mir ganz viele Aussetzer. Ganz viele Aussetzer? Das ist aber scheiße. Ich guck mal, was Discord so will. Was will denn der hier? Ist aber alles gut. Alles grün. Sprachschät verbunden. Warte, ich starte mal Discord neu. Vielleicht, äh, bin gleich wieder da. Das wär nie. Das wär so toll. Weiß auch nicht. In letzter Zeit macht Discord irgendwie Mucken. Ich weiß auch nicht, warum. So, bin wieder da. Das Gute ist natürlich, man sieht auf dieser dunklen Karte ganz wunderbar die Häuser, wo man flöten kann. Das ist ganz toll. Die sind sofort ersichtlich. Vielleicht war das ja sogar ein Flöthaus, was ich hier markiert hatte. Nee, ist irgendwas anderes. Hm. Du brichst leider immer noch ab. Na, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das so läuft. Ansonsten mach ich die Aufnahmen nachher noch aus. Na gut. So, dann Oldhart oder wie? Oder was? Äh, ich würd mal grad zu meiner Sternenmarkierung gehen. Ich weiß nicht, warum wir das markiert hatten. Aus irgendeinem Grund hatten wir das dazu mal markiert. Ich weiß aber nicht, warum. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. So, dann, ähm. Der Turm ist da. Hier. Ich laufe im Kreis, aber ich sehe hier nichts. Das ist schlecht. Ach, da. Ah, da hinten. Ganz fett. Genau. So, es wird Gott sei Dank wieder. Was haben wir? 15.30 Uhr? Wieso ist das so dunkel hier? Fällt mir jetzt. Von dem Seite. Von dem. Oh Gott, jetzt kam gerade überhaupt nichts an von deinem Gespräch. Ich weiß auch nicht, was das kommt. Von dir nämlich auch nicht. Sollen das. Sehr komisch. Und Twitch kann es ja nicht liegen. Wenn, dann liegt es an Discord selber. Discord selber kam jetzt gerade noch an. Und dann mal mehr Discord auch mal neu. Jo. So. Liebe. Das ist eine wunderbare Beginn. So. Aber Ausschlag habe ich. Na gut. So. Einmal hier. Ähm. 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 Ich habe gerade die Aufnahme wieder aus. Wir starten gleich nochmal neu. OBS Discord. Oh Gott. Ihh. Das ist ein giftiger Schleim. Einigiger Strohsack. So. Dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt wirft. Nein. Nicht. Wieso? Ich bin nur in dieses grüne Wasser gesprungen und festgestellt, dass es giftig ist. Nee. War noch nicht. Ist das seltsam. Und jetzt hören wir an. Hm. Ich kann nochmal kurz gucken. Äh. So. Discord. Sprachstät verbunden. Verbindungsinformationen. IP-Adresse. 12 Millisekunden. Hm. Hm. Debangen. Hm. Sprechen wir mal gerade weiter? Ja. Ich spreche einfach mal weiter. Löchchen. Guten Tag. Ja. Das sieht jetzt tatsächlich besser aus. Interessant. Okay. Warum? Probieren wir mal. Warum auch immer. So. Okay. Magst du gerade nochmal herkommen? Dann kann ich nochmal starten. Genau. So. Wo möchtest du denn? Hier? Ja. Hier einfach so. Gut. Warten wir mal ein bisschen rauszoomen. So. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Cube World mit epischer Musik in den Deadlands of Cobra mit dem lieben Angus LP. Hallo. Ja. Es geht weiter. Endlich. Endlich wieder Wochenende. So. Der Engus hat irgendwo ein Sternchen gesetzt, wo er hin möchte. Genau. Da ist so ein Turm oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ja. Davor nicht sehen schon. Ach, den habe ich auch markiert. Ja. Cool. Sehr schön. Übrigens ist der Ton jetzt wieder wunderbar. Das ist doch mal eine tolle Nachricht. Vorsicht, da nicht in den grünen See. Das ist Gift. Ja, ich weiß, was mir letztes Mal schon passiert. Auf dem Weg zur Stadt bin ich letztes Mal da schon reingeplumpst und habe mir gedacht, hm, nicht so gut. Ah, hier brauchen wir bestimmt, ja, hier brauchen wir eine Klingel. Hier kommen wir nicht rein. Haben wir schon irgendwas? Nein, wir machen einfach nichts. Nein, das sind voll die Lowbops. Okay, dann doch zu Oldtart. Oldtart im Südosten. Ach, du Heilige. Ich habe noch ein Graveyard im Südwesten, der ist aber blau. So ein Graving Yard, was ist ein Oldtart für eine Farbe? Grün. Auch nicht so, ne? Ja, komm, dann laufen wir mal zu Oldtart, vielleicht finden wir auf dem Weg ein paar Waffen. Ja, genau. Gute Idee. Zu zweit hier so gegen Skullgools. Besser nicht. Ich hoffe halt, wir finden hier noch ein paar Waffen. Ja, bestimmt. Ich kann mir denken, dass das Gebiet hier bestimmt einige Überraschungen beratet hat. Das ist ja nicht gerade so. Ich meine gut, außer natürlich diese eine, wo wir das letzte Mal waren, mit dieser Zugbrücke. Das war nicht so überraschend, ne? Achso, nee. Wie gesagt, dieser komische lilafarbene Wald, aber das war ja auch gar nicht hier, glaube ich. Das war in dem anderen noch, ne? Ja, ja, das war in der privaten Session. Genau, stimmt. Ja, wir spielen ja auch noch privat, muss man nebenbei sagen. Wir haben einen Stream-Let's-Play-Account, wir haben noch einen privaten, wenn wir nicht streamen, und sogar noch einen dritten, den wir aber gerade nicht weiterspielen. Das war der ursprüngliche, den wir in der Beta aber angefangen hatten. Das war der aller, 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 allererste. Genau. Plus natürlich noch 10.000. Oh, Achtung, du hast Freunde. 10.000 Spielstände. Oh, das geht ja voll. Ja, das ging, weil ich mache ja mittlerweile auch 76 Schaden. Kannst du mir hier mal, bitte? Ja, natürlich. Okay, du kämpfst, ich schieß mit drauf, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal eine Waffe. Genau. Ne, äh, ganz viele Spielstände natürlich auch noch in der Alpha, die auch noch irgendwo auf dem Rechner rumdümpelt, aber, äh, naja, Jallansnow, hey, kann mir jemand erklären, wie ich diese Eisentore wegbekomme, die vor manchen Dungeons oder Räumen sind? Erstmal einen schönen guten Abend, lieber Jallansnow, Jallansnow, Jallansnow wahrscheinlich. Ähm, du brauchst dafür ein, äh, wie heißt das Ding nochmal? Eine, eine Klingel, eine Bell, also irgendeine, eine Spirit Bell heißt die, glaube ich. Spirit Bell, genau, Spirit Bell. Sieht aus wie eine kleine, wie eine kleine Essensglocke. Und die findest du normalerweise, ähm, wenn du hier ein paar Leute ansprichst, die haben meistens eine Quest dabei und die sagen dann, hey, ich hab da eine Spirit Bell gesehen und dann nimmst du die Quest an, machst den Endboss oder was auch immer dann da zu machen ist und dann kriegst du die und dann stellst du dich einfach davor, die Bell erscheint dann oben links in der Ecke neben den Coins, da oben, ähm, dann drückst du einfach nur E und dann klingelt der und dann wirst du in so eine Art Geisterwelt, sag ich mal, teleportiert und kannst durch Wände gehen und dann kannst du auch durch so ein Tor durch. Genau, du bist dann durchsichtig und dann kannst du auch dann dieses Tor betreten, manchmal ist da eine Truhe hinter, manchmal ist da tatsächlich noch ein Dungeon oder in den Dungeons noch so ein Tor und dann... Genau, gerade in Dungeons kommt man dann erst recht weiter. Ja, gerne, kein Problem. Gerne, gerne. Dafür sind wir da. Wobei wir auch noch nicht alles wissen. Also, wir haben jetzt, äh, ungefähr zwei Wochen gespielt, inklusive der, der, der Beta. Es sind halt viele Sachen neu. The Tale of the... was? Okay. Oldhart, Oldhart haben wir schon. Ja, stimmt. Also, es lohnt sich immer hier mit den NPCs zu sprechen, die haben allerlei Quests von, von der Windflöte bis zur, keine Ahnung was. Genau. Also, da gibt's allerhand zu entdecken. Aber auch da, die Spirit Bell ist genau wie ganz viele andere Gegenstände leider nicht, äh, gebietsübergreifend. Aber was gebietsübergreifend ist, das kann ich dir auch gerade mal sagen, äh, sind, diese Artefakts hier, die man finden kann in jedem Gebiet. Der hier zum Beispiel, der erhöht die Hanggliding Speeds, gibt das noch für Schwimmen, glaube ich, und fürs, äh, Padriding. Und ich weiß leider nicht, was es sonst noch alles gibt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch noch ganz, ganz viele andere tolle Artefakts gibt, ähm, die jetzt auch vielleicht was mit Kämpfen zu tun haben. So, wo ist denn jetzt Old, hat's überhaupt noch richtig? Ja, doch. Hat schon wieder keine Musik, das ist doch scheiße. Komisch, dass du so Probleme damit hast, bei mir läuft die doch nicht. Ne, was heißt Probleme? Also irgendwie schaltet die sich einfach ab. So, lass mal wieder aufholen hier. Immer noch meinen tollen, tollen Bademantel an hier. Meinst du, die sind feindlich? Ja, sind sie sogar. Was zur Hölle? Sind sie, ernsthaft? Ja, Tatsache. Oh, hoppala, ich wollte die eigentlich ansprechen. Ich wollte meine Special-Attacke üben. Ja, gut, dass du dich getroffen hast. Ja, ansonsten wäre ich einfach weggelaufen. Das ist nochmal eine Spezialität. Ja, klar. So, wir müssen wieder ein bisschen mehr nach rechts. Oh ja, oh. Boah, die Höhle sieht ja auch cool aus da. Sieht aus wie ein Totenkopf. Ja, dann los. Auf geht's. Ach so, ich meinte eigentlich die Links, aber egal. Ach so. Ja, dann geh halt da rein. Ne, ich geh oben drüber. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, Rocklinghausen wieder hier. Alter. Blau. Blau. Die sind natürlich auch blau. Alle blau. Oh, ich seh grad, ich hab einen Schreibfehler in meiner Titelbeschreibung. Oh nein. Seh ich die Deadlands? Das sind die Daylands. Direkt minus fünf Uhr. Ich hab ja nicht mal einen. Da steht da minus fünf oder so. Quatsch, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Hauptsache, ich kann weiterspielen. Alles andere ist mir egal. Es geht nichts über weißen Monster. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Oh, hab ich hier wieder... Ich glaub, wir haben hier... Da lass ich, glaub ich, noch nicht rein, oder? Grad gucken. Ja, tatsächlich. Ein vergifteter Fluss. Na, toll. Ich glaub, die sind alle vergiftet. Ja, aber das Blöde ist dann halt, dass du ja gar keine Tränke herstellen kannst. Wieso nicht? Weil du musst ja in den Fluss gehen, um Tränke zu... Ja, da kommt direkt der Nächste. Ach so, ja. Hilfe, wir machen hier Schaden. Hilfe. Hilfe. Bin doch da, alles gut. Was ist denn hier, Herr Schwertmeister? Ja, Achtung. Kannst du mal bitte? Und bin nicht gleich tot. Danke. Wie macht denn da so Schaden? Der, der, der Schießer hier hinten. Ach, der Schießbärt. Warte mal, hier. Mein Gott, ich werde in diesem Gebiet hoffnungslos verloren. Ja, sei froh, dass ich schon so einen Stab gefunden habe hier, der wenigstens ein bisschen Schaden macht. Der macht ja gar keinen Schaden, ist ja peinlich. Ich kriege aber auch nichts Neues. Sauerei. Hier ist so ein Possessed Skeleton Horse. Das könnte man mal probieren. Warte mal, ich muss kurz überlegen, war der Ranger der mit der Falle oder war das der Rogue? Doch, doch, die Treibstandfalle, das war ich. Sehr gut, dann können wir das Horst hier eigentlich da reinholen. Ja, dann los. Okay, pass auf. Ich versuche mal nur, das zu holen. Ja, klappt sogar. Wir haben nur das Horst. Look at my horse. My horse is amazing. Naja, oder auch nicht. Sehr schön, das klappt doch schon. Und da ein Horst ja ein Nahkämpfer ist, sollten wir den auch relativ gut platt kriegen. Ah, aber meine Großarttacke haut ihn auch noch um. Ja, ist doch schön, ist doch wunderbar. Huch, aber das ist... Hey, der hat aber gerade bei mir auch relativ viel Schaden gemacht. Moment, ich muss mich mal eben teilen. Äh, warte, ich habe gleich wieder eine Falle. Ah, sehr gut. Ja, ich weiche mal ein bisschen aus. Jetzt. Ja. Ja, komm mal. Ich habe in fünf Sekunden auch wieder meine Bubbles. Ja, was dann ist das Ding weg. Und tschüss. Schausen. So, was gab es denn? Nur Geld. Nur Geld. Ich habe einen Ring bekommen. Ja, komm, dann kannst du hier den gerade noch mitmachen. Exquisite Goldring. Alle, was ist das da hinten? Ich habe, ich glaube, eine Monstrosity. Nee, das sah irgendwie anders aus. Okay. Es war etwas mit einem sehr breiten Kreuz. So ein Pumper. So ein Pumpernickel. Was? Ja, genau. Was fragst du noch? Nee, ist doch eine Monstrosity. Na, willst du? Nee, ich guck mal, was... Der Krokrat. Nicht der Krokant, sondern der Krokrat. Der hat 13.000 K. Ich weiß ja nicht so recht. Komm, bis Oldtart ist nicht mehr weit. Wir gehen erst mal zu Oldtart. Na gut. Dann trinke ich mal ganz heimlich was. Na, da vorne ist Schleimtown. Was können die so? Die sind gelb. Okay, ciao. Kann man eigentlich leise umrühren? Ja? Leise umrühren? Ja, ich will ja nicht so ein Klackern haben. Dann hol dir doch mal einen Gummilöffel. Dazu sage ich jetzt nichts. Guck mal, noch ein Horse für dich. Ja. Und noch irgendwas mit leuchtenden Augen. Leuchtenden Augen? Ach, die haben beide leuchtende Augen. Ja, die haben alle leuchtende Augen. Falle oder hast du die bis gleich eh erledigt? Okay, dann machen wir Falle. Achso, oh, jetzt habe ich natürlich zu früh gezündet. Egal, haben trotzdem nur Schaden gekriegt. Geil. Die Bubbles machen ein bisschen Flächenschaden. Finde ich gar nicht mal schlecht. Was machen die für Schaden? Flächenschaden. Achso. Die standen jetzt ein bisschen weiter weg, haben trotzdem Schaden gekriegt davon. Das fand ich gerade gut. Hoppala. Hoppala, mein Gott, Handale. Ist die jetzt auf dem Berg oder ist die hier unten? Die ist wahrscheinlich auf dem Berg. Also zumindest die Richtung stimmt. Ach, da oben. Hier. Ach, scheiße. Sieht gerade aus. Ja? Okay. Mhm. Ah, da. Ja. 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 So, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Komm, ich packe die nicht wieder da rum. Ach, da ist sie ja. Da ist sie ja. Oh, guck mal, klettern kann sie auch noch in ihrem Alter. Und sich erstmal verpissen. Kann sie nur leider nicht. Ich würde mal die Falle hier hinstellen. Ja. Oder ist die jetzt wieder drin? Die ist drin, die ist gerade reingegangen. Dann kannst du die hier vielleicht mal rausglocken. Ja. Falle ist aktiviert. Schönen guten Tag, ich bin von der GEMA. Ja, ich wollte mal gucken, ob hier alles so in den rechten Dingen zugeht. Okay. Alles klar. Jetzt konnte ich nicht gucken, was die für ein... Wo ist die denn? Die ist drin. Achso, bleibt die auch drin? Ja, die rennt schon wieder gegen die Wand. Aber die... Ah, Moment. Ich habe mich mal kurz raus teleportiert. Ja, bei mir steht Mist. Ich kriege die gar nicht. Warte mal, müsste eigentlich gehen. Aber wenn du kommst, dann... Ah. Okay, alles klar. Ich muss also dabei sein. Macht mir gar keinen Schaden. Und wieso nicht? Ich sollte mich lieber nicht zu früh freuen. Sind wir gerade abgesoffen. Das sieht gut aus. Im eigenen Haus ersoffen. Das ist aber auch nicht so ganz so toll. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Hast du einen Bogen gekriegt? Ja, mal gucken. Was steht denn da? Schülchen... 39. 39. Geil. Schaden. Damit kann ich ein Leben besser als 10. Und ich habe noch eine Exceptional Silk Shoulder Armor gekriegt und einen schlechteren Stab. Das ist doch wunderbar. Gut. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Armor Level 4... Ne, Quatsch. Weapon Level 4 und Armor Level 3. Was hast du? Gucken. Weapon Level 3 und Armor Level 1. Okay. Ich kann nur einen nachschenken. Kleinen Moment. So. Gut. Oh, ich muss noch ein bisschen... Ich muss noch ein paar Zeit hochheilen. So, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Eigentlich nichts mehr, ne? Müssen wir erst mal ein bisschen absuchen. Äh, im Osten wäre so eine Insel. Ja, ist aber wieder eine Stadt, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ist das eine Stadt? Ich kommst du mal gerade. Ja, Tatsache. Ich habe jetzt noch ein paar Wegpunkte, wo Häuser sind. Der erste wäre... Was ist das, ist das ein Haus? Der erste wäre im Norden. 600 Meter nördlich. Äh, Moment, Norden. Und hier hinter Old hat es auch noch einer. Hier Südöstlich. Da könnte man mal gerade zuerst hingehen und dann vielleicht so ein bisschen erkunden. Ja, und... Was ist das denn? Wir sehen, es sieht aus wie eine Eisenbahn fast. Wer denn? Was denn? Äh, ich markier das mal. Warte. Das sieht ganz komisch aus. So ein Bauklötzchen. Ja, genau. Ah, ein Flöthaus. Sehr schön. Ja, genau. Da wollte ich ja hin. Oh, ein Vampir. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Wo hast du nun ein Vampir jetzt aufgegabelt? Ah, da unten. Der verfolgt mich aber... Doch, der verfolgt mich. Ah, du bist so blöd. Ja, nix da. Was ist denn das? Ah, der ist gelb. Scheiße. Ist mir egal. Bis dahin bin ich weg. Ich mach dir ein bisschen Schaden. Was? Oh Gott. Lala, moin. Warte, ich versuche ihn abzulenken, dann kannst du flöten gehen. Ja, gute Idee. Gute Idee. Ah, das macht er nicht. Wir gucken mal, ob wir... Haben wir I-Frames? Ne, wir haben keine I-Frames. Ah, scheiße. Was sind denn I-Frames? I-Frames. Hol dir mal hierher, bitte. Ja, I-Frames ist zum Beispiel, wenn du in einem Spiel eine Tür irgendwie aufmachst. Und eine Animation kommt, dann kann ich den Gegner in dem Moment nicht hauen oder verletzen. Ja, ich hab noch zwei Sekunden bis zur Falle, dann kannst du gerade... Okay, super. Jetzt hierher? Vielleicht hat er ja was Gutes dabei. Deswegen dachte ich, dass das Flöten auch dazu gehört. Dann kann er mich den Gegner nicht angreifen in dem Moment. Nennt man I-Frames. Ah, siehst du, hast wieder was gelernt. Ja. Hat allerdings nicht jedes Spiel sowas. So, ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich muss nochmal flöten. So, wenn er nicht wegläuft, dann macht er das nicht. Ja, es hat funktioniert. So, hast du noch Schaden gekriegt? Nee. So, ich folge dir unauffällig. Du hast eine Markierung gesetzt, ne? Ja, ich hab mehrere Markierungen für Häuser. Ich würde jetzt mal... Also, im Norden geht's jetzt weiter und dann machen wir den Stenker Richtung Nordosten... Richtung Wasser, Entschuldigung. Schluck auf. Ich fühle mich von deinem Bogen übrigens beobachtet. Es sieht aus, als hätte zwei Augen. Zwei Augen mit so Eulen. Ja, das sieht aus wie eine Eule. So, wenn ich so gucke, ist das eine Eule. Mit ganz viel Fantasie ist das eine Eule. Ja. Das ist die Eule von Olaf. Ja. Ich bin aber nicht Olaf. Ach, schade. Ich enttäusche dich nur sehr ungern. Und einer muss es ja tun. Genau. Ah, jetzt laufen wir zu der Markierung, wo ich dieses komische Bauklötzchen gesehen hatte. Ah, siehst du? Perfekt. Vielleicht ist das ja dasselbe. Komm hier nicht rüber. Nächst. Ich würde vielleicht über die Bäume probieren. Guck mal, wenn du hier rüber gehst, über die Bäume. Wenn du hier hochklettert. Ja, du kannst hier über die Bäume gehen. Ich spring einfach rein. Okay. Ah, die haben Nila dabei, ne? Ich habe auch noch einen Trank, einen ganzen. Ja, ach komm. Geschenkt. Aber sich erst beschweren, so haben wir es gern. Ja. Oh, da ist ein Bossvampir. Da gehe ich mal ganz weit außen rum. Der ist nämlich wahrscheinlich... Ja, gelb. Nö, nö. So, ich poste ganz kurz nochmal den Multitwitch-Link in den Chat, damit ihr auch die andere Seite sehen könnt. Von Strohhütchen. Zack. Was mir auffällt, hier sind kaum nette Leute unterwegs. Oh, Hilfe! Oh, ich bin tot. Was war das denn? Was? Wie? Warum? Ah, da war ein Spike. Ja, ich sehe sie gerade. Ich sehe sie gerade. Na gut. Ich glaube, ich weiß auch, wer dich getötet hat. Ja, der guckte gerade noch so fies. Blöde Kerl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den angreifen soll. Hat er einen Laser gehabt? Ja, der hat einen Laser. Scheiße. Okay. Würde ich lassen. Was ist da unten noch los? Oh, da unten ist ganz viel los. Ja, da ist so ein Grabstein, ne? Ja, da... Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier... Die Spike-Creature, die läuft hier spalier. Warte mal, ähm... Was ist denn da? Zombie Nation ist hier. Ich lasse jetzt mal andersrum. Und zwar versuche ich jetzt mal hier irgendwie lang zu kommen. Ja, die sind alle grün. Und da ist ein Unholy Tomb. Da ist ein unheiliges Grab. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das ist ja geil. Aber es sind locker so 15 Zombies oder so. Oder 10, 15 Stück. Ja, kriegen wir doch hin. Alle auf einen Haufen und dann die Wasserflöbeln. Ja, genau. Problem ist, dass die Spike-Creature hier so ein bisschen jetzt, äh, das bewacht. Aber du könntest außenrum gehen. Ja, ja, hatte ich gerade vor. Ich gehe gerade außenrum. Okay. Das dürfte kein Problem sein. Dann zünde ich da gleich ein. Pass mal auf. Dann ist es mal hier rauf. Na ja, da sind, äh, die muss man bestimmt irgendwie kaputt machen, die Gräber. Da sind vier Stück, vier Gräber. Aber da ist kein NPC, der irgendwie sagt, help me, oder so. Das sieht irgendwie gut aus. Gehen wir hier rüber. So, da muss man gerade hier was gucken. So, wo muss ich denn hin? Da unten ist mein Grabstein. Dann gucke ich mal, wie ich da am besten rüberkomme. Ich versuche dir mal hier da so. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ne, sieht man nicht. Ne, so weit geht das auch gar nicht. Ah, ich sehe dich. Ich bin hier oben auf dem Baum. Guck mal. Ja, ja, ich habe dich schon gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich rüberkomme. Äh, der, der, der Teich hört hier vorne auf. Ach so, ja, umso besser. Teich vor allen Dingen. Ich glaube, das ist ein Fluss. Das Dreckloch hier. Ja, Dreckloch, ich glaube auch. So, dann kann ich ja jetzt quasi, kannst du hier rüberkommen? Dann können wir von hier angreifen. Ja, genau. Das ist doch mein Part. Ja, eigentlich schon. Ich wünsche mir einen, einen Charakter, der sich unsichtvoll machen kann. So, ich hole mal drei. Holst du mal drei? Okay. Oh, der hat aber schon gut Schaden gemacht mit deinem einen da. Ab geht's. Oh, 200, die können ja nicht viel. Ne. Das ist ja geschenkt. Dann würde ich jetzt gerade die 40 Sekunden warten und dann einfach alle holen. Äh, ja, hier. Oh, die kommen ja schon. Alles klar, hier und hier. Ja, weil ich die gerade angeschossen habe. Ja, komm, die kriegen wir auch so. Ich schieße mir mal hier so in die Runde, ne? Genau. Alter Finne, ey. Lass doch nichts fallen. Nein, aber in den Gräbern ist vielleicht irgendwas drin. Gleich mal gucken. Oh, kommen die da raus? Ne. Ich glaube, mach mal die Gräber kaputt hier. Ich glaube, ja, das war eine neue. Ich hab gerade gesehen. Lass das doch einfach. Ah, es gibt ein Hauptgrab offensichtlich. So, jetzt ist... Ein Haufen Grab. Ein Hauptgrab. Ein Hauptgrab. Hilfe, ich hab Freunde. So. So nicht. So. Die lassen ja auch nichts fallen. Ja, und hier ist auch vor allem irgendwie jetzt nichts gekommen. Das war ja voll die Lone-Nummer hier. Scheiße. Einfach mal so gemacht. Ja, toll. Warum? Ach, hier oben ist was für dich. Was ist denn da? Hier, da. Ein Wehrwolf. Mhm, der Naris. Ne, der Naris. Der Naris. Der Naris gefressen. Ja, das ist die Schwester von Andrea, Naris. Naris. Achso, du kannst ihn auch noch an. Ja, gut. Ich will mal probieren. Ja, 12.000 K. Ja, natürlich. Ja, doch. Könnte. Ich will auch noch eine schöne Waffe finden für dich auch. Oh, der macht aber eine gute Reichschweite. Hauptsache, er bleibt in der Falle drin. Alles andere ist mir gerade mal egal. Das ist egal, genau. Oh, hier ist ein Game Trader. Den können wir mal involvieren gleich. Der pennt hier hinter mir. Ich glaube, der wohl mitkämpft. Ja, doch, der kämpft schon. Ja, der haut den doch nur. Ist mir doch egal. Der fällt um. Ne, 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 ne. So nicht. So nicht, mein Freund. Oh, sehr gut. Der ist gleich weg. Der ist gleich weg. Ja, gut. Umso besser. Sechs schaden. Ich glaube auch. Und. Ciao. Hausen. Ui. Nice. Was kam da alles? Shining Gold Ring. Gucke ich mal. Oh ja, den ziehe ich an. Hast du noch was bekommen? Irgendwas Tolles? Nee. Schade. Beide nichts. Smalling Beats, dein Stream ist irgendwie schwarz bei mir. Was? Was ist schwarz? Der Stream ist schwarz. Wie, der Stream ist schwarz? Weiß ich nicht. Also, ich habe die Videoforscher unten offen, da ist er nicht schwarz. Das wäre ja ein Ding. Ich gucke mal gerade, was? Das wäre ja jetzt blöd. Ich aktualisiere mal das Bild. Also, auch ein Handy. Ja, weiß ich nicht. Das würde mich jetzt sehr wundern. Also, ich habe immer das Twitch-Fenster auch nebenbei offen. Da ist alles gut. Ich kenne mich jetzt aber auch nicht so, könnte auch ein Bug sein. Ich kenne mich nicht mit der Twitch-App so gut aus, leider. Da tut mir jetzt leid. Da kann ich nicht viel ändern. Aber trotzdem, schönen guten Abend, lieber Smalling Beats. Willkommen. Ich gucke mal gerade bei mir auf dem Handy. Genau. Da haben wir ja so viel Zeit. Ich habe ja den Vorteil, dass Strohütchen direkt hinter mir sitzt. Im selben Räumchen auch noch. Oh nein. Wollen wir die angreifen? Ja, da sind wieder Schießmärts dabei. Ja, ich muss mal gerade hier Twitch aufmachen. Das geht natürlich super, wenn man mitten am Aufnehmen ist. Das passt aber, das ist jetzt halt mal so ziemlich... Ah, das passt schon. TV. Engels. LP. Schauen wir doch mal. So, hier komme ich nicht rüber. Dann springe ich mal gerade ins grüne Unheil. So, da steht bei mir jetzt auch live. Werde ich jetzt auch mal angegriffen. Ihr seid doch alle doof. Warte, ich halte dich gleich. Ihr seid so doof. Ich schaffe es leider auch nicht. Wollen wir mal kurz ins Wasser hüpfen? Na, falsche Taste. Ist das Angriff oder ist das Heilen? Nee, das war erst Angriff. Ich hatte die Shift-Taste nicht gedrückt. So, dann drücken wir mal auf Play. Also bei mir läuft es. Okay. Bei mir ist tatsächlich alles gut. Ansonsten die Twitch-App einfach mal neu starten. Also ich habe jetzt im Browser geguckt. Ich weiß nicht, wo dein Zuschauer jetzt zuschaut. Nee, der guckt übers Handy. Ja, ich bin ja auch im Handy. Ach so, und da ging's? Aber Handy und Browser, nicht Handy und Twitch-App. Ach so, okay. Ja, das könntest du auch noch probieren, dass du jetzt vielleicht mal über die Twitch-App gehst, wenn du jetzt nicht im Browser bist oder umgekehrt. Einfach mal das andere testen. Vielleicht funktioniert das ja. Das wäre ja schon mal an. Steht hier jemand im Haus? Oder habe ich Halluzinationen? Ich habe Halluzinationen. Nee, da steht keiner. Da steht keiner. Okay. Endlich. So, oh, die sind gelb. Aber der hat ein cooles, der hat, der hat das, sieht aus wie so eine Magnetspule hinten am Rücken. Ja, aber ich glaube, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. So, wo gehen wir am besten jetzt hin? Richtung. Da unten los. Hier so, würde ich sagen. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Skeletons. Ja, hier ist auch wieder so ein fliegender Schädel. Ich weiß nicht, ob wir da hin sollen. Also ich habe da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich auch, ja. Links wären noch ein paar Horses. Ja, habe ich doch gerade gesagt, dass ich da Horses gesehen habe. Dann ist auch noch ein großes Haus. Haus und Hors. Okay, sehr schön. Bereit? Ja, holen wir die wieder irgendwie an, alle mit, oder? Ja, gut. Geht auch so. Können eh nichts. Holt schon mal die nächsten da hin, nur solange die Falle noch aktiv ist. Das ist echt praktisch mit diesen extra Fallen, extra Angriffen. Ja, extra Falle, extra Schaden, extra Tod. Nichts fallen gelassen. Sauerei. Ach, da ist ein Haus. Ja, Alter, was ist eine riesen Hütte? Was ist denn da los? Okay, da gehen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir da irgendwas. Sind die böse? Ja. Ja, die sind sehr böse. Hier sind eindeutig mehr böse NPCs, als in den anderen Gebieten. Ja, wie gesagt, ist das keiner da, der einem hilft. Also es gab viel mehr in den anderen Gebieten, die einem dann geholfen haben. Und hier greifen sie sich direkt an und töten dich. Ich glaube, das liegt echt am Gebiet. Oh, Minen, cool. Minen? Ah ja. Sehr geil. Ich mache gerade die Markierung wieder weg. Ja, das war dieses Ding, was ich gesehen habe. Alter, geht das nicht weg. Butter. Small Beats. Vielen Dank für dein Follow. Danke, 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 danke. Wir sind alle grün. Ah, hat mich gerade schon einer gesehen. Ja, genau, Laser. Ich glaube auch. Warte. Ist eine Falle auf der Treppe. Ah, er ist schon tot. Ja, der ist schon. Was war da eine Falle auf der Treppe? Ich habe eine Falle auf die Treppe gesetzt. Ach, deswegen ist das hier. Ich denke, aber es ist hier so komisch gelb. Geil, eine Mine hatten wir auch noch nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Wer ist denn am ungefährlichsten? Der hier, ne? Ja, ich glaube, die sind, die können alle nicht besonders viel. Hier. Zack, schon tot. So, da hinten, das ist wahrscheinlich ein Magier, oder? Ist das ein Bomarang-Tipp? Schönen guten Abend wünsche ich dir. Hallo, willkommen. Was ist denn heute los? So viele, die Cubeballs schauen, wie schön. Samstagabend. So, ja, guck mal hier. Die können doch alle nix. Hier wird nicht geheilt. So, ciao. Ach, hier ist noch eine Achtung. Ja, ja, da ist schon... Da war einer. Hab heute herausgefunden, wofür die Bomben da sind. Okay, ja, wir haben auch schon diverse Items da mitgefunden, weil wir einfach mal den Boden oder irgendeine Wand weggesprengt haben. Oh, 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 oh. Ich bin immer offen, darauf muss man erst mal kommen. Ja, das ist richtig. Hast du denn auch schon diesen blauen Spirit mal gefunden, der einem die Verstecke zeigt? Das wäre jetzt auch mal interessant zu wissen. Dieser Schwebentropfen, ja. Wir haben nämlich erst herausgefunden, was die Bomben oder wofür man die einsetzen kann, als wir diesen Spirit hatten und der dann darauf rumgehüpft ist auf dem Versteck. Wofür sind die? Oh, verdammt, jetzt habe ich... Ich sollte nicht gleichzeitig lesen und irgendetwas zaubern. Also die Bomben sind dafür da, um irgendwelche Verstecke aufzusprengen oder den Boden oder die Wand oder so auch immer, wenn da was zum Beispiel eine Truhe hinter versteckt ist. So, hab ein Versteck gehabt und mich gewundert, wie ich drankomme. Ach so. Vorsicht, da will einer... Also noch sind die easy, aber es könnte sein, dass es genau wie bei den Dungeons ist. Je weiter man kommt, desto schwieriger werden die Gegner. So, wir haben jetzt links oder rechts? Wo gehen wir lang? Rechts? Ist mir egal, such es dir aus. Gehen wir hier lang. Okay. Ich glaube nämlich, Gegnern machen die Bomben nicht so viel Schaden. Also ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ja gut, das Gebiet ist aber auch weiß, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so... nicht so viel. Oh, Vorsicht, Wehrwolf. Oh, noch ein Wehrwolf. Ja, die sind... Da vorne ist noch einer. Und da ist ein Dwarf. Der ist jetzt schon lila. Guck mal. Warte, ein bisschen mehr. Äh, warte mal genau. Komm her. So klein und schon tot. Unglaublich. So, falls ihr Lust habt, kann ich gerne dazukommen. Bin gerade dabei, eine dritte Welt zu erkunden. Und naja, Level 5 vor kurzem erreicht. Level 5 schon. Not bad. Ja, wir sind gerade... Was sind wir denn? Level 2, ne? Ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das hat nichts mehr gesagt. Hey. So. Schau besser. Und auf deine Frage, wir würden tatsächlich gerne, äh, zu zweit bleiben, ja? Ich hoffe, du bist nicht böse. Äh, also Sniper Solo ist es an manchen Stellen doch recht schwierig. Ja, das, äh, glaube ich. Zumal du hast ja dann nicht viel Möglichkeiten, außer wegzulaufen. Nahkampf ist ja nicht so, mehr oder weniger. Alles gut. Präfekt. Ja, es gibt auch andere Leute, die sagen, äh, ich glaube nicht mitspielen, dann gehe ich wieder. Sag ich, ja, doch, geh doch. Ähm. Ach, ganz ehrlich. Oh, was ist hier los? Ah, warte mal, warte mal, da ist, äh. So. Oh, der hat 10.000. Könnt ihr auch mal hier denn machen. Oh, was gab's? Magic Leinen-Schulder-Armor hast du bekommen. Mhm. Oh, sag doch was. So, ich schau nebenbei, laufe selbst noch rum und suche nach Gold mit Plus am Ende. Nach Gold mit Plus am Ende, was ist das denn? Ach so, du meinst, wahrscheinlich vom, ähm, vom Wert her, ne? Also die Klamotten, dass die einen Gold-Status haben. Ja, sehr gut. Oh, der ist aber... Der Angriff von denen hat sich aber auch verändert zu Alpha, oder? Kann sein. Der hat irgendwie so ganz komisch geschlagen, gerade. Oh, Trühchen? Ähm. Ah. Oh, was ist das denn? Das schieft a Crone of Malur. Malur? Crone of Malur? Ist das ein, äh, Artefakt? Was kann das? Ähm, schneller schwimmen. Oh, schneller schwimmen. Okay, ich hab die Krone auch beim schnellen Schwimmen, das ist gut. So, Arme Wachen mit Gold-Status und am Ende ist ein Plus am Namen. Die sind sehr gut, äh, da diese über die Gebiete hinaus benutzt werden können. Genau. Das haben wir auch schon festgestellt, das ist auch gut so. Weil alle anderen Items sind ja leider nicht gebietsübergreifend, was ja ganz, ganz viele Leute stört. Hast du noch Gold liegen lassen? Ach, das macht nix. Ich hab genug. Außerdem nur, weil dir Gold angezeigt wird, heißt ja nicht, ich noch Gold da liegen. Ich bin halt nur mal gespannt, ob es auch so Sachen gibt. Äh, ach, ich finde es interessant, zumal das eine Herausforderung bleibt. Genau unsere Meinung. Wir sehen das genauso. Ich kann diesen ganzen Hate nicht mehr sehen. Magst du holen? Okay. Taugt die was? Mhm, die taugt nix. Okay. Okay. Geht's hier irgendwo weiter? Hier geht's irgendwo weiter, ne? Mhm, bis zu Ende. Gut, Artefakt haben wir ja auch gefunden, ne? Das war ja jetzt nicht mehr... Ich glaub, hier kam nix mehr, ne? Mhm. Oh, Treppe? Achso, da geht's wieder raus, ne? Genau. Okay. 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 So. Hattest du noch was markiert hier in der Nähe? Nee. Nee, ich auch nicht. Kannst dir was aussuchen. Äh, oh, wir haben eine... Ja, das sieht aus wie ein Boxring, hätte ich beinahe gesagt. In 1,1 Kilometer im Osten. Ziemlich auffällig, mit so vier Pylonen drumherum. Ja, dann los. Gut, ich hab mal markiert. Äh, im Osten. Warte mal, hab ich das richtig? Uh. Manchmal komm ich mit der Karte nicht klar. So, ja, perfekt. Übrigens stimmt meine Theorie. Je mehr Artefakte du hast, desto höher dein Level, weil du bist jetzt Level 3. Ah, okay. Ja, und du nicht? Ja, doch. Doch, wollt schon sagen. Ich hab ja die gleichen Artefakte wie du. Nein, nicht trinken. Wollte gerade sagen, das wär ja sonst unfair. Und vor etwa 20 Minuten hab ich festgestellt, dass der Sniper einen wirklich interessanten Dodge hat. Also den Ranger, meinst du? Und, äh, Sanchi schreibt noch, das ist, äh, das Schloss. Weiß ich gar nicht, ob wir da schon reinkommen. Können wir mal ausprobieren. Ich find das Gebiet irgendwie, äh, schon cool. Nur wenn's dunkel wird, ist es noch dunkler, als es am Tage ist. Ist man noch richtig? Gucken. Äh. Ne, wir müssen nach Osten. Okay. 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 Oh, Vorsicht, ich glaub da ist wieder so ein Giftfluss. Ne? Ja. Oh, Vorsicht, die sind, äh, Lila. Ich halte dich drüben gleich, ja? Alles gut, ich hab noch Tränke. Brauchst du doch nicht. So, guck doch auch. Okay. Achtung, Skull Bull. Ja, ich glaub, die sehen uns hier nicht. Ah, das sind Horses. Sag grad aus wie, wie Skelette. Ich hab grad gewundert, der eine hat so einen komischen Breakdance gemacht. Leftover? Leftover? Na, in das Schloss kommen wir dann wahrscheinlich auch nur mit der Glocke wieder rein, ne? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Okay. So unten leuchtet einer mit einer Tat. Ah, das ist ein Soldier, aber in gelb. Vampir, Feucht, ich glaube wir kommen durch. Ah, ich glaube ich sehe schon das erste Türmchen von der Burg. Da oben ist mal eine freundliche Truppe. Sollen wir mal kurz fragen, ob die was haben? Ach ne, hier sind, Entschuldigung, Game Trader. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Assencastle. Ist zu. Ist zu? Mal gucken, ob da irgendwas steht. Oh, da stehen auf jeden Fall zwei Hunde vor der Tür. Oh, oh ja. Dann sollten wir vielleicht erst mal nach der Bell gucken, wa? Da oben ist nochmal ein Flöthaus. Boah, Applaus. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kommst du ja ich habe die lackierung nicht gefunden ach so also wenn du am wasser entlang oh da ist wieder so ein assel reiter aber der hat beim letzten mal auch nichts fallen gelassen ein zweites schwimm speed artefakt ach da gibt es mehrere von ja klar du kannst ja mehr als 110 prozent schwimmen ja ja klar ich hatte halt nur gedacht dass es erstmal für jedes nur eins gibt ich hoffe halt dass es auch noch artefakte gibt die den angriff zum beispiel dauerhaft erhöhen also nicht nur schwimmen und reiten und fliegen das wäre so ein bisschen schade glaube ich nicht weil sonst keine neuen waffen zu finden naja aber dann wäre man nicht mehr ganz so so laubaub mäßig in den neuen gebieten ja das ist doch gerade der der faktor da dran oder was denn lichtradio soll ja das finde ich auch extrem praktisch vor allem gerade hier in so einem gebiet wäre das schön wenn ein bisschen mehr licht wäre aber das gibt es doch das gibt es genau nur haben wir es noch nicht deswegen sage ich gerade das wäre schön wenn wir das hätten vielleicht gibt es das ja hier irgendwo das haben wir doch letztes mal schon gesehen das war doch im anderen gebiet da kamen wir doch nicht rein von jedem gebiet haben wir es noch nicht gesehen ich meine doch ich weiß nicht das ist auch egal genau hoch bekomme ich nicht durch sind weiß die könnte man weg machen ich sehe keine ach da ja warum nicht ich finde die brille von dem kohler taurer brille die da hinten könnten netz sein die sind nett da können wir mal gucken oh ja das ist sehr selten vorsicht bitte ich habe keine zeit für ja ja du bist stärker haben die was ne na falsche taste hallo sollst bitte heilung machen nicht links danke weiß jemand eigentlich warum manche npcs durchsichtig sind also wir haben es irgendwie noch nicht rausgefunden ob das irgendwie einen sinn ergibt sind das dann geister oder sind die in einer anderen welt weil die waren auch schon mal feindlich und die waren auch schon mal nett also wir haben anfangs gedacht also letzte woche hätten wir noch gesagt okay es liegt irgendwie dran weil es die beta war dass die irgendwie noch nicht richtig implementiert waren aber die sind immer noch durchsichtig irgendwie habe ich da nichts gefunden was das irgendwie erklären könnte das ist ganz gut was ihr auch interessant findet dass ich die mit die dynamik ändert man ist nicht wie in richtigen gewassen sondern man klebt so ein bisschen stimmt dann noch einer der nettes ist hier ein gebiet oder ist hier eine stadt ne ja da laufen so viele rum das stimmt ja da oben sind aber mehr man ja das wetter ist ganz toll heute so schön dunkel hat er gesagt wetter ist nice eins nices wetter wetter ist das habe ich mich auch schon gefragt aber ich denke geister oder sniper skill tarnung die ganze sniper skill tarnung du kannst dich als sniper ja tarnen ja das stimmt aber die ganze zeit und das sind ja auch andere sind ja auch magier die dann unsichtbar sind und 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 die various auch deswegen das wäre jetzt ein bisschen komisch aber vielleicht auch irgendein zauber ja kann sein die world of the leon ich hab grad teflon gelesen hab gedacht ich bin mir hier pfangen günstiger oder ja pfangen oder du bappst halt nicht an wenn du gegen die wand geklatscht wirst könnte ich dann leichter wieder abkratzen von der wand teflon beschichtet könnte mir vorstellen dass es auch wieder eine gelbe world ist wo man bekommt eine gelbe world ja wenn man reingeht das ist ein gelb ist ach so das ist dann so ein artefaktschein punkt wie auch immer wo willst du den eingang nicht der ist hier ja ich hab's grad gesehen alles gut ich bin ja auch noch da ja ich hätte schon gemerkt so hier hier ich will aber selber finden ja gut ich mach auch die lampe aus ist schwieriger und tschüss verabschiede kann ich mich alleine was ist nie los was waren das ähm diese devourer ach die dinger ja mach mich alleine weiter diese mülleimer mit zähnen oben drauf ja ich weiß ich hab schon eine sniper grp gehabt die feindlich waren und getarnt waren aber was aber genauso aussah okay ii was war das ich habe keine ahnung ich hab's nicht gesehen okay irgend so ein ding mit flügeln seaker treffen wär toll ja ich glaube auch nehm mit der splinter cell mit der splinter cell maske mit dem dritten auge oben oh was da warte mal was ist das demon marauder ach die hatten wir schon mal solange es nahkämpfer sind sind die relativ unproblematisch die können auch nix da ist noch einer ja und da kam irgendwas geflogen von mir nicht nee irgendwas okay dann habe ich mich vielleicht verguckt crawlers hoffentlich muss man hier nicht klettern das wäre ein bisschen schade ja das wäre echt schade dann können wir nämlich gerade wieder rausgehen Achtung da das finde ich auch so ein bisschen unfair gerade an den dungeons der mage kann ja hier so fliegen und wenn man jetzt die kletterklauen aber nicht hat es gibt ja in manchen dungeons diese pfeiler ja so und da könnte jetzt mein schrötchen könnte da nicht rauf wenn sie die kletterklauen nicht hat weil der abstand ist zu groß und kann da nicht drüber springen und zum hochklettern reicht dann die stamina nicht aus das finde ich dann so ein bisschen schade dass dann zum beispiel der mage da ein bisschen bevorteilt ist weil der fliegt einfach drüber ich habe sowieso das gefühl dass der mage so ein bisschen okay ist also was der an waffen hat und an fähigkeiten da kommen manche andere gar nicht ran ja das stimmt wobei ich diese sandfalle auch nicht schlecht finde ja die macht halt keinen schaden ist ja nicht wie bei den anderen den wir da schon mal gespielt haben der dann irgendwie eine giftbombe macht und was ich unsichtbar ich komme nicht mehr hoch oh scheiße ist da unten irgendwie eine möglichkeit oder mal du weißt doch dass es da keine aufgänge gibt wenn du einmal unten bist bist du unten dann gehe ich wohl noch mal raus verflixt ja wir haben keine station in der nähe oh das ist schlecht vielleicht sollten wir das das nächste mal machen ja es waren sinnlich zwei in der nähe und wir haben keine davon mitgenommen verflucht das heißt ich muss jetzt wieder ich habe mich auch schon raus teleportiert ja warum da hättest du warten können jetzt schon mal gucken können was wir noch so haben ne ich kann da auch nicht mehr hoch das ist zu hoch so hoch aber bist du dann runter gefallen ich wollte gucken ob es da irgendwo rauf ging aber ging es nicht probiert mal folgendes schreibt er gerade ich werde ich mal hören was er sagt ja mach doch grad ne ne der schreibt wege drückt halten und e plus leertaste spammen ja und dann da da ja der macht dann bunny hops ja ja ah nein das wollte ich nicht ach meinst du dass er dann weiter springt ja gut kannst du mal bitte nicht so auf deine taste hämmern wieso e ist klettern und leertaste ist springen ja ja natürlich das ist schon klar ja vielleicht meint er dass du hoch springen kannst dich wieder festhältst wieder hoch springen wieder festhalten ach so dass man so weiter kommt das kann natürlich sein dann könnt ihr auch so hoch kommen ah ok den haben wir noch nicht ausprobiert bisher das heißt dass man quasi immer ein stück hoch und dann wieder festhalten wieder ein stück hoch wieder festhalten und dann nicht so viel stamina verbraucht ich glaube so meint er das so meinte ich das auch ja ich habe das an ein paar stellen gehabt wo ich auf einem Haus rauf musste was wegen dem Dach schwer war ok ach du meinst dann macht er hier so ein ja ok ja gut muss ich wahrscheinlich ein bisschen üben stamina ist egal sobald ihr springt ist die stamina leer daher spam aha ok das sind auch diese komischen Wandsprünge ne ich habe mich immer schon gefragt wofür die eigentlich gut sind also die Sprechblase mitgenommen Sprechblase? ja da bin ich noch extra eben hoch gegangen deswegen sind wir mit der Umweg gelaufen da ist ne Sprechblase gewesen hinter uns äh da wusste ich nichts von dass da eine ist ne ok dann gehen wir noch ein Stück zurück da ist ne hinter dem grünen Fluss auf der Insel ist eine eine Lore ach da ja ne die habe ich nicht gesehen es ist so dunkel ja doch eingefallen verdammt guten Tag ah hier ok Mokavaka der Kultist of the Südry ja 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 irgendwas Realms Residents in the Temple in the Deadlands ok manchmal sind das auch Hinweise auf andere Gebiete so mal gucken ob ich mich rüber teleporte na natürlich nicht ich warte mal hier ja bin sofort da hier ist nämlich noch ein Gegner den wir machen könnten ja also den Monstrosity ne das Horse hier hinter ah ok wenn man treffen würde wäre das ganz toll ah da oben mhm hab ich mich da etwa übernommen der Yusin die Postmusik erstmal zu spät anfängt die braucht immer so ein kleines bisschen ja aber die Monstrosity können wir auch probieren die ist glaube ich die gleiche Form ja perfekt und tschüss ich finde die Sounds gut gemacht vor allem die Harfe im Zusammenspiel mit dem mit dem oh das ist so schön ja ich finde die auch super also da haben sie sich echt super viel Mühe gegeben wenn man überlegt dass das halt von zwei Leuten entwickelt wurde dann ist es klar dass es A so lange gebraucht was ich halt so schade finde ist dass es so gehatet wird also haben wir glaube ich letzten Stream schon gesagt es gibt halt viele Gründe weswegen es das Spiel anders ist als man es wahrscheinlich erwarten würde und warum es auch anders ist als die Alpha aber ich finde es ist jetzt dadurch nicht schlecht oder nicht weniger gut es ist halt wie Angus vorhin schon sagte das Gehate ist halt einfach unnötig entweder man spielt es oder man spielt es nicht und dann konstruktive Kritik finde ich kann man nichts gegen sagen aber dann zu sagen das ist nicht wie die Alpha verschlechtert und so will ich das nicht spielen das ist halt auch keine Kritik es gab auf Reddit glaube ich gab es einen ganzen Post von Sachen wo die Leute gesagt haben ja das ist jetzt nicht so toll aber so und so und so und so könnte man es besser machen das ist halt andere Kritik als zu sagen jo finde ich scheiße dafür habe ich jetzt keine sechs Jahre gewartet es ist halt meiner Meinung nach extrem unfair auch den Entwicklern gegenüber ja weil er hat sich ja denke ich auch was dabei gedacht das Spiel so zu machen wie er es gemacht hat ich weiß nicht ob man Keepwald wirklich durchspielen kann ich glaube nicht aber wenn man halt jetzt das so machen würde dass man die Items wirklich alle mitnehmen könnte ja dann müssten ja die ganzen anderen Gebiete die müssten ja nach und nach auch mit schwerer werden und dann wäre das Balancing ja irgendwann auch für den Arsch ja dann hättest du irgendwann voll die OP Waffen und dann wäre es egal wie schwer die Gebiete irgendwann werden irgendwann bist du so stark dann machst du einfach alles weg ich finde es ist halt dann noch keine Herausforderung mehr klar es ist halt extrem blöd wenn du ein Tier dabei hast und dann kannst du das nicht reiten weil du keine Zügel hast aber andererseits wo ist die Herausforderung dann bist du durch jedes Gebiet in drei Sekunden durchgelaufen dann kannst du in jeden Dungeon du kannst in jeden du kannst halt alles schon machen und hast gar keine Herausforderung mehr dann dir das Gebiet wirklich anzugucken weil dann guckst du okay wo sind die interessanten Stellen die kannst du ja schon einigermaßen sehen auf der Karte ja und dann bist du halt ruckzuck durch und das ist für mich halt auch kein Ansporn ein Spiel zu spielen ne ich will ja möglichst lange viel vom Spiel haben und auch viel entdecken allein wie viele unterschiedliche Gegner es gibt und das ganze Konzept dahinter ich finde es halt cool aber es ist wie alles ist es dann Geschmackssache ja man kann es halt man kann es halt auch schön nebenbei spielen mal gucken ob ich den jetzt noch schaffe weil du bist wahrscheinlich jetzt wieder am 8 der Welt ja leider alter ein Schlag und ich war tot ich war ja voll geheilt was war das denn für eine Nummer scheiße ich warte mal hier ja was ist das denn der hat eine Waffe fallen lassen die macht einfach mal 128 Schaden ich seh grad Glorious Wood Bow of Grimira geil nice ja cool ja dafür hat es sich jetzt aber gelohnt dafür hat es sich gelohnt ja ich soll mal grad wieder richtig hinsetzen wir suchen dir gleich mal ein Haus hier in der Nähe was suchen wir ein Haus ein Haus ein Haus hier ist auch direkt eins hätten wir vielleicht vorher mal hingehen sollen ein Flöthaus ja was ich so ein bisschen vermisse ist dass der der Sniper der konnte ja vorher also in der Alpha konnte der ja ranzoomen das heißt du konntest so nah ranzoomen dass du den Gegner direkt getroffen hast das fehlt mir jetzt so ein bisschen das habe ich nämlich ganz gerne gemacht dann konntest du immer in die in die Ferne gucken quasi und konntest dann direkt sagen welchen Gegner du jetzt hoppala nein euch nein euch will ich aber nicht ähm welchen Gegner du dann pullst und welchen du halt zuerst platt machst das ist jetzt ein bisschen schade aber dafür gibt es so viele andere Möglichkeiten ah die Zombie-Geräusche sind immer noch so gut äh ja ja genau so genau so war es gerade sonntags morgens nach dem Feiern äh der Blick in den Spiegel äh so was äh Sachiko schreibt gerade noch sobald ich ein neues Gebiet erkunde schaue und markiere ich erstmal die Map durch dann ist es äh weniger ein Suchen und Orten äh Suchen nach Orten und NPCs sagen dir auch interessante Orte huch ja genau interessanterweise mach ich das ganz genauso also wenn wir in eine neue Map betreten dann gucke ich erstmal wo sind die Häuser wo man sich teleportieren kann genau und dann gucke ich ob es irgendwelche interessanten Stellen gibt wo man vielleicht dann was von der Geschichte erfährt und dann ziehen wir meistens eigentlich auch erst los also wir machen das ganz ähnlich ich bring dir mal was zum Spielen mit ja ich hab grad so ein Skeleton Knight ich wollte wissen was das ist jetzt ist er direkt mitgekommen ja dann können wir uns ja hier versammeln ich hab ja noch ein paar genau dann treffen wir uns da zoomen ja du konntest mit dem mit dem Ranger in der Alpha ranzoomen das ging ja genau ja das ist wirklich so du konntest dann mit dem Mausrad drehen und dann hol dir mal hier her bitte du konntest mit dem Mausrad drehen und dann konntest du was hast du da alles hinten dran hängen ich hab doch gesagt ich bringe was mit ja das sah doch so lustig aus weil diese drei Hunde so im Gleichschritt hinter dir her gelaufen sind ne ich wollte sagen du konntest dann mit dem Mausrad ranzoomen und dann konntest du bis auf keine Ahnung konntest du die ganze Ecke konntest du jedenfalls zoomen und konntest dann gucken welche Gegner da in der ich wollte sagen in der Vault stehen aber in der in dem Dungeon halt stehen und konntest dann genau gucken ah das ist ein Mage den machen wir später weil der hat vielleicht fiese Angriffe genau da konnte man dann so ein bisschen besser taktieren fand ich ich weiß nicht hast du die Alpha gespielt äh wie auch immer das gerade gefragt hat ich sehe da den Namen nicht Sachiko guter Name ja er heißt Sachiko Shiyoko wenn ich das so richtig ausgesprochen habe bin erst seit drei Tagen dabei ich schreib da ah siehst du dann kannst du es auch gar nicht kennen ne das fand ich so schlimm es sind ein paar Features von der Alpha die die jetzt leider rausgenommen haben aber dafür haben sie ganz viele andere Sachen mit reingebracht wie diese Artefakte wie die Bells also das ist schon schon cool was hab ich denn eigentlich bekommen nein nicht heilen mach der das schon wieder Iron Boots Iron Boots sind nicht für mich wo ist denn eben äh der der Dings gestorben hier der Kollege da wo du grad schon drüber gelaufen bist ok dann hat er nichts ne 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 ja der hat das wieder nicht gewertet dann ist ja egal was mich halt wundert ähm das hatte ich in der Alpha war auch schon wenn ich mit dem Ranger schieße dann lädt er sich quasi auf und dann habe ich so pinke pinke Flacker über mir und dann habe ich oben oben links ähm auch so ein so ein Tierpfoten Symbol ich denke das wird zwar was mit der Spezialisierung zu tun haben aber ich frage mich halt ob mir das irgendwelche Vorteile bringt das habe ich bisher noch nicht verstanden weder in der Alpha noch jetzt aber es gibt bestimmt irgendwann irgendwann mal ein Cube World Wiki wo man das alles nachlesen kann steht da was? ne ja 3 Uhr 16 abends oder morgens ich glaube ja das ist morgens ei 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 die Teflon Vault da sind wir wieder wo haben wir denn jetzt hier was zu flöten? ich habe direkt hinter uns auf der Karte einen Flötpunkt sehr gut also hier also ich habe den schon aktiviert wenn du hier jetzt wo ich jetzt stehe einfach geradeaus gehst dann kommt der gut dann gehe ich da mal gerade hin ja ich glaube ich sehe ihn auch schon ja genau ein bisschen teleportieren dann geht das auch schneller die Musik ist viel zu fröhlich die hier gerade läuft ja das ist doch viel besser beim Sniper ist es dass sich damit der Crit erhöht also kritischer Schaden wahrscheinlich wenn er seinen Angriff lädt und was ich toll finde dass ich je mehr Hits ich lande ich schneller schießen kann wenn ich ab und zu ausweichen muss wie gesagt ein sehr interessanter Kampfstil ja cool das geht mit dem Mage auch ähm nicht mit dem hier mit dem Stab geht das glaube ich nicht aber mit dem mit dem Laser und mit dem Schieß Stab also wo du Bubbles mit schießen kannst da kannst du auch immer mehr immer schneller spammen ich habe aber noch nicht so rausgefunden wann das genau so genau passiert ich glaube wenn du ganz viel Mana hast oder so ich weiß es nicht manchmal spammt der unheimlich schnell die Schüsse ich glaube das ist dann da genauso alter ein Possessed Vampire hier oben wahrscheinlich gelb ja natürlich ist er gelb hallo Schleimis und auch gelb so ich eile ich bin auf dem Weg alles gut du verpasst hier nix sehr schön so ich bin wieder da bist du schon reingegangen oder? mhm ich bin wieder da ah ok das sah so aus als wärs so hinten auf der Insel so da gehts lang nicht ganz gut nicht ganz gut dass man die Karte oben dann auch eingeblendet sieht dann weiß man wenigstens wo lang also ich weiß noch wie oft ich mich in der Alpha verlaufen habe in dem Dungeon weil ich nicht so ob es links oder rechts geht also das ist echt echt cool dass man auch ran und raus zoomen kann dann weiß man auch genau wo war man schon und wo war man eben noch nicht genau oh ist das ein Brain? ach ne das ist ein Boss da warte ich mal lieber bin gleich da ja ja alles gut ja sagt der Sashiko bitte? er sagt ja wahrscheinlich auf deine Aussage mit dem blink blink mit dem? mit der Karte achso irgendwie heute wieder den Reusper Kollegen dabei hä? Bossmusik? ja wahrscheinlich inzwischen was ach ne weil der gar nicht possessed ist na gut ja aber ist ja trotzdem rot ja da war was dabei nee aber nichts für uns Iron ist glaube ich der Warrior muss mal grad gucken Iron ist der Warrior genau den Warrior habe ich in meinem anderen Spielstand den spiele ich auch sehr gerne der hat ganz ganz coole Attacken auch Attacken Kombination das ist schon den würde ich auch so nochmal spielen aber ich hab halt in der Alpha mit einem Elf angefangen mit einem Elf Ranger und deswegen hab ich gedacht komm bleiben wir dabei achte mal da sind sie wieder sie hat mit 1.11 angefangen komm der ist so alt aber 1.11 so aber die können ja nix ich dachte die wären so super klar ne die können natürlich nix Minotaurus mit zwei Schwerdern am Rücken und nach zwei Angriffen gibt der auf Achtung vorne links steht da vorne links können nix doch schlafen ja das stimmt sich auflösen in Wohlgefallen und da sind noch ganz viele mehr ah ja 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 hallo was soll denn hier Samba tanzen ja hier ist so nicht so nicht Freunde da hab ich auch mal Leute hier mit zu reden oh ah der Alan ne Arlon ja ich hab grad die anderen angelockt ja ist egal egal die mach ich jetzt grad weg die Falle ist echt praktisch da gewinnt man sehr viel Zeit das ist das und dann kann ein Gegner einen nicht irgendwie überrennen das ist sonst auch noch nie passiert nein hm ich hab's nicht so weit nach hinten laufen sonst werd ich von den anderen angegriffen bleib einfach hier vorne ja der ist sowas von schnell weg und tschüss na wahr Stil Stil sind wir auch nicht schade haben wir kein Stil oh nein wir brauchen die Glocke da ist das Tor zu nee das Tor ist auf oh wie das das ist wenn du den Boss besiegst dann geht meistens das Tor direkt mit auf ja cool Glück gehabt sonst hätten wir noch mal die Bell ringen müssen aber wir haben auch eine Abzweigung hier tatsächlich eine Glocke brauchen so kann ich mir jetzt nicht aufladen nein kann ich nicht also alles Mages seid ihr bescheuert ja alles Mages und zack Vorsicht ja 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 stopp stopp wo bist du hin würde der Sack ist der tot? ne der ist ich weiß es nicht wo ist der Hinterwülle Sack warum fühlst du dich angesprochen? ich meinte den den schießen dieser tibi ist schon klar ne der ist vielleicht ist er tot ich weiß es nicht schade bei den anderen konnte ich mich aufladen hier den Splinter Cell rechts der war wohl nix mein lieber Freund das schön ist der muss sich auch immer wieder aufladen der kann nichts richtig feuer magier ja der kann der schießt bestimmt gleich wieder ne der schießt jetzt gar nicht mehr so den hier den hier ja bin dabei ja die sind ja relativ ja wie gesagt außer die mit den Bomben die sind übel was ist das denn hier oh ich muss mich mal grad umziehen na gut dann hole ich mir das Geld da hinten ah da war der gestorben direkt auf der Treppe sehr schön schieß Bert ja da hinten rechts komm direkt zu zweit weil sie sich allein nicht trauen genau oh da wurde es mal kurz hell hast du das gesehen ja 400 Leben ist jetzt auch nicht so das wahre nö oh was ist das Garbage Roll Cabbage Roll nee Cabbage aber Garbage wäre auch cool gewesen ist auch so eine Garbage Roll ja Müllrolle hm wer weiß vielleicht gibt es ja Tiere die das fressen Truhe Trüton Trüe da wird wahrscheinlich wieder ein Artefakt drin sein eine Trüe äh Skepta auf Troik was ist das denn Troik oh das sieht aber interessant aus huch falsche Taste Less Stamina wenn Diving also beim Tauchen weniger Stamina gebraucht ah ok alles klar das finde ich auch gut dass man jetzt nicht mehr ewig unter Wasser bleiben darf soll muss da und da ne da das ist jetzt nochmal eine Markierung für das nächste Mal wenn wir die Glocke haben ja und dann jetzt raus und vorne eine Abzweigung da brauchen wir äh Dings für die Glocke für ah ok dann hier war noch eine Abzweigung genau da ah hier sind zwei Abzweigungen wo wir da nicht waren bei beiden oh ne ich hab nur eine gesehen ok ich renne mal zum Ausgang ich guck mal nach der anderen alles gut wird sich ja wahrscheinlich eh mehr lohnen wenn wir dann einmal komplett noch gehen ja na ich glaub hier hat sie schon gewesen ja ok ne da war das nur vorne dann hab ich mich da obwohl ne da ist das warte mal Moment was haben wir denn hier was haben wir denn hier oh nein oh nein das ist nicht so gut das ist nicht so gut ha mein Gott wer macht denn sowas ja ich bin hier grad bei einem Haus und wollte da hin ja das ist jetzt einfach komplett in so einem Giftsee aber ich hab ja zum Glück 1200 Leben da komm ich ja einigermaßen hin und ich hab ganz viel Ginseng Suppe komm ich da irgendwie hin ist da irgendwie ein Eingang ist da irgendwie ein Eingang ah ach nö komm ich auch nicht rein Tor davor hm ah da kann man aufmachen ok ok she lived for a years ja ok lore 10% die nächste lore ich glaub's nicht oh hier wäre noch ein Boss oh im Dungeon den möchte ich aber nicht alleine angreifen der sieht äh gut aus ja Moment ich komm zurück bin nicht weit weg ja gut was hat er denn für eine Farbe äh grün ja grün ist ja nix ja vielleicht hat er was tolles dabei weil da hinten geht's nämlich auch noch ein Stück weiter ähm glaub ich oder? oder sieht das nur so aus mal grad richtig hinsetzen mal grad richtig hinsetzen ist das halt hier vom Anfang oder in der Mitte? ja ja direkt vorne ach so der ist nicht weit ich komm mal oben in den Flur oh was ist denn da los? hä? wieso steht hier noch ein Demon Marauder rum? so Unverschämtheit weil die andere Stelle da hast du recht da ist ein Tor da kommen wir so nicht durch genau hab ich mir auch schon markiert gehabt ja kommst du? oder soll ich alleine? ne ich bin auf dem Weg ich brauche aber ein bisschen ach so ich kann mich ja nicht teleportieren ne stimmt kannst du aber auch grad alleine machen also mir ist das ne ich mach dann mit dir zusammen oh gab es extraordinary Silkpluffs ja ich glaube die bringen dir aber nix die haben nur 5 äh Papier ach so ich dachte die wären für dich gewesen ne Silk ist doch für dich ach ja stimmt ach ja stimmt grad gucken der Rest ist hier auch alles nö alles schlechter so erstmal ne Runde sitzen so ist es halt mit alten Männern muss man sich öfter mal setzen grad wenn es weite Strecken zu laufen gibt das ist ja auch cool finde sobald man hier den Endgegner besiegt hat wird die Karte ein bisschen heller puh haha so wo denn hier vorne ach da hab ich auch noch offen ich sehs grad ja ah wir haben noch ein Artefakt gefunden wir sind Level 4 also stimmt das so ja geil so da äh ja ja ne oh der hat aber was gutes getroppt du kannst hier das eine von mir auch noch haben vielleicht das ist warte ich gucke das ist Verkaufs oh Silk Cluffs warte mal ach die sind ja noch mal besser ok not bad die waren jetzt nicht so schlecht also alles gut dankeschön ja gerne ok war für dich übrigens auch noch was dabei oder ne scheiße ist nicht so schlimm so äh ich komme endlich wieder hell hier draußen ja doch wenn man das hell nennen darf hier überhaupt na besser als Nacht ja das stimmt ist mir schon wieder reingefallen das gibt's doch nicht da ist das Haus da kannst du noch reingehen äh warte ach da vorne geradeaus ja alter das das sieht aus als wäre das Wiese ne ist es aber nicht das ist irgend so ein Schleim oder sowas so Sumpf oder so auch macht doch schon ein bisschen Schaden warte mal ich flieg mal rüber so 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 was gibt denn hier rest in peace leila the grossen the grossen the grossen she lived for 482 happy years oh du hast aber lange gelebt schön ach scheiße egal du warst ja vollgehalt ok was haben wir denn noch schönes ein Haus Flöthaus ok super und dann kannst du dir aussuchen wo wir hingehen ja proben wir noch so ein See wahrscheinlich wieder eine Stadt ja das ist das ist das eine was ich vorhin meinte was so umzäunt ist ok dann gucken wir mal was gibt es denn hier noch schönes direkt hinter uns was ist das denn da ok ja das könnte was sein bin ich sicher da ist eine Insel mit vier Säulen im relativ nahe im Süden südlich gelebt das sind vier hohe Säulen also unterschiedlich hohe Säulen ja gut glaube ich ohne Kletterklauen macht das auch keinen Sinn für mich ja stimmt ich würde gerne mal auf das Gebilde im Südwesten gehen dieser Schneeberg im Südwesten ach ja genau da habe ich auch schon gesehen das hier ein bisschen oh ja der sieht cool aus lass uns da mal hin das ist gar nicht so weit und dann können wir bald noch mal zum Graveyard gehen da ist bestimmt auch noch was ah ich habe noch eine schöne Stelle ja aber lass uns erstmal zu diesem komischen Berg gehen zu dem Berg ne kann man nutzen dass es wieder Tag ist nehmen wir noch eine Monstrosity mit na klar jetzt lustig wenn die Äpfel hier auch vergiftet werden so jetzt will ich es wissen ja jawoll ich kann ihn gar nicht angreifen ne ich auch nicht das ist ich lauf mal hin aua 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 der ist im Rückwärtsgang aua was war das denn ich kann ihn nicht angreifen was war das ich habe irgendwie komischen Schaden gekriegt gerade ja das ist der hier ja 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 das weiß ich aber man muss bestimmt mit der Belle in die Zwischenwelt und kann den dann erst betöten ich muss weg das ist ja krass ja Wahnsinn ne das habe ich auch noch so nie gesehen ne aber das ist auch nicht der schnellste und auch nicht der hellste ne Gott sei Dank nicht ne da haben wir ja schon Glück gehabt aber krass so wenn wir Skullwolds probieren ja bitte bald der weg ist ne der kommt noch mit boah echt so was anhänglich ist er ist ja schon tot und dann läuft er uns hinterher genau so ein bisschen wie bei Terraria der wie heißt er noch äh ja 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 ich weiß was du meinst aus dem damischen kannst du mal aufhören hier ist so komischer Typ der helle war ganz schön lang durch noch besser was vor heute oh ist er weg ja dafür oh mein Haustier die Kleiden kommen jetzt hier wieder mein Haustier oh wie süß er folgt dir immer noch Vorsicht ja ich sehe jetzt Hilfe Hilfe ich will sterben noch nicht ich bin zu jung da ist mich in Ruhe da folgt der jetzt die ganze Zeit oder was soll ich geh mal in die Sandfalle ne der das juckt den überhaupt nicht ne das juckt den nicht so weg hier wir brauchen irgendeinen Exorzisten oder so Alter macht der einen Schaden ja ich sag das letzte Mal hat der mich einmal weggemacht einen Angriff und dann äh adieu so lass mal weg ich glaub es geht los hab ich grad mal weggebeamt unglaublich unglaublich dieses Ding ist der immer noch da? ne ich glaub er ist weg äh ja doch der kommt noch die Treppe hoch mein Gott aber wie lange kommt der dem einen hinterher oder bleibt der jetzt die ganze Zeit hinter einem das wäre aber scheiße oh da vorne schießt's da oben ich kriege jemand Leuchtturm um links ach da sind das wieder Vampires das nicht ne irgendwas anderes Demon Marauder so Kollege bist du noch da? guck mal immer noch? der kommt immer noch mit das gibt's nicht alter ach guck mal Lens and Rocks das ist ne Quest ja ich seh's ah das ist da oben drauf das sind diese vier ähm Berge ja ja genau ey ohne Scheiß der kommt immer noch mit der Typ geht mal auf den Keks das ist extrem schlecht wenn der jetzt die ganze Zeit mitkommt dann hätten wir ein Problem vor allem wenn ich jetzt da in die Lava in dieses Gifting springe und dann greift der mich noch an dann bin ich grad tot ich glaub der ist aber grad Akku auf mich scheiße ey dann lass mal die Rocks erstmal noch gehen mal hier ja wir haben die ja jetzt markiert Achtung da rechts ist noch einer da ist noch so einer ja ja ich seh's aber dass man den nicht angreifen kann ist komisch ja und vor allem dass der jetzt die ganze Zeit mitkommt mal vorsichtig hinter mich ich seh nix mehr ach doch meine Güte ne er hat er dreht ab glaub ich oder ne er ist immer noch da er guckt nur nicht mehr in die Richtung scheiße ja das ist ja doof ja zu Null können wir uns ja irgendwo anders hin teleportieren da gibt's so einen Horrorfilm It Follows das ist äh auch so ein Wesen was einem die ganze Zeit folgt der kommt immer noch hinterher muss man jetzt erst über eine Gebietsgrenze laufen damit er nicht mehr nachkommt ich guck mal ob die mir was sagen können hallo Freunde ich hab ne Frage so ein komischem Kerl am Popo nein ich habe kein Tier ja du bist der beste Magier von allen kommt wo ist er denn so Leute hier guck mal ich hab da ein Problem ah ich hab's auch bekommen können die den angreifen aber vielleicht kann er vielleicht kann er denen mal Schaden machen und dass wir den an die übergeben sozusagen komm hau doch mal auf die drauf hier ist noch ne Quest Geh Rock Hill und ist er weg? ne dann kann er auf die Akku sein ja es ist leider nicht möglich hab ich auch gerade gedacht ah was ein blöder Typ das interessiert ihn leider nicht dass die den angreifen ich meine haben wir noch einige Quests gefunden ja das ist wunderbar hab so ein bisschen das Gefühl einmal irgendwo ein Flöthaus dann lass ich mich mal töten vielleicht lässt er dann von mir ab ich will nur nicht unbedingt jetzt wieder ganz weit weg spawnen also ich seh grad noch keins also er lässt sich nicht abschütteln das ist dem egal dass die ihn angreifen ich lauf mal in Richtung von da wo wir sowieso hinwollen wenn ich ihn nicht anschein ja 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 ich könnte mir vorstellen dass er erst ablässt wenn er einen getötet hat bisschen Vorsprung es gibt so viele Gegner die ich gern töten würde ja Soldier oh es gibt wieder Frightener wie cool mhm nur kein Haus da hinten könnte eins sein ja das und hier noch eins auf der Karte ich weiß nicht ich denke mal um den Berg wird irgendwo eins sein 100 pro auch die armen Orks die können doch nichts ja die waren ja weiß hab ich gedacht da kommt es darum auch nicht mehr an das stimmt ja noch so einer ist er weg? ja guck mal er ist weg oder? kommt der noch? ne der kommt noch der kommt gnadenlos und wie der kommt Mensch hm Mist warum ist denn hier nichts zum teleportieren? ich glaube hier in die Richtung könnte was sein da ist zumindest was erhaben erhoben was erhaben erhoben ist? das sieht voll geil aus auf der Karte ne als hätte da jemand so weiße Dinger verstreut mhm sieht echt gut aus saukool ich denke mal es wird Schnee sein na kommt Leute muss doch irgendwas zum teleportieren sein kann doch nicht sein oh bisschen dürftig ja ich verschaffe mir mal grad einen Überblick na komm schon jetzt ok ok da unten sind ein paar bonehaufen bonepiles ja ah ja was wir für Tiere haben ich glaub hier in dem Spiel stand gar keine oder? haben wir Tiere? ne ne ich hab keines leider noch nicht in dem anderen haben wir aber relativ viele ja ich hätte ja gern wieder einen Beiber im anderen Spiel stand hab ich einen Beiber ja der ist so goldig hier haben wir bisher noch keine getamed es gibt auch viele neue da ist ein Haus geradeaus es gibt auch viele neue ähm Tiere so kommt mal mit kommt mal alle mit ja genau alle mitkommen alle mitkommen und jetzt und ich weiß aber noch nicht oder wir wissen noch nicht von allen die äh die Petfoodsachen oh nein ja die Petfoodsachen kann man aber glaub ich schon nachlesen also es gibt eine Seite wo man nachlesen kann da haben wir auch schon viele gefunden aber eben auch noch nicht alle also aber ich denke das wird so länger das so umso länger dass Leute spielen desto mehr wird da denke ich auch zusammengefasst werden wobei ich es eigentlich cooler finde so wie er es jetzt gemacht hat dass man selber viel entdecken kann das ist schon schon gut dass da nicht sofort einen kompletten Guide gibt so jetzt bin ich gespannt so töte mich hallo so alter macht der einen Schaden ey so ich mach jetzt noch keinen Respawn ich will erstmal wissen ob der jetzt wirklich abhaut oh der hat sich aufgelöst ja wahrscheinlich so ein untoder Geist der einen verfolgt bis man stirbt ja 100 pro alter okay die sollten wir wirklich äh die sollten wir wirklich nicht mehr angreifen was ich auch gut finde ist dass man nicht irgendwie seine Sachen verliert wenn man stirbt das ist schon schon praktisch hoppla das ist richtig ich probiere es selbst aus habe auch ein Krokodil und auch ein 5 Sterne Collie wobei die Sterne beim Pet nicht übernommen werden ja das glaube ich was ist denn ein 5 Sterne Collie wenn ich mal ganz blöd fragen darf das habe ich jetzt so nämlich noch nicht gehört ich habe aber noch keinen Level Überblick für Pets gesehen wo man irgendwie diese Sterne ablesen könnte oder ich habe ihn einfach noch nicht beachtet das kann natürlich auch sein das sieht geil aus das sieht super geil aus der Berg hier der Milka Berg sieht aus wie eine Milka Kuhne überdimensionale in meinem Anfangsgebiet gab es Pets mit 5 Sterne und ich habe da eins ok cool ich habe noch nicht gehört aber vielleicht finden wir die auch nochmal das wäre super ich sehe dich ich komme erstmal mal Pfeile angeflogen ich sammle gerade mal wieder? ja 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 ah die mögen dich lieber als mich hey hat keiner gesagt dass du hier den Schnee abholzen sollst Schneeräumer Hunde auch nicht schlecht das schön ist halt auch dass wenn man zu zweit spielt man viel mehr Chancen hat als alleine ja es gibt Gegner die könnte man alleine gar nicht schaffen zumindest nicht mit dem Waffenlevel was man dann hat und dann hat der andere vielleicht eine bessere Waffe und dann kommt man doch relativ schnell relativ weit das ist schon cool Mounts und London auch wenn man sagen muss dass die Bosse entsprechend mehr HP bekommen wenn man mit der anderen vielleicht eine bessere Waffe wenn man mit zwei Leuten drauf geht ja gut das ist ja nur fair ja na genau wenn man ein Boss hat 10k einer schießt drauf und dann kommt der andere zu dann hat er auf einmal 20 das ist aber wie gesagt auch eigentlich nur fair und da los hey you over there I need your help ja ach ach brauchen wir einen Schlüssel das hatte ich schon mal ach der ist gefesselt ach so ich dachte grad warum liegt der da rum vor allem der ist ein bisschen in der Luft abschweben aber gut vielleicht gibt es hier irgendwo einen Gegner der das droppt ja wahrscheinlich gibt es jetzt hier einen Gegner der lila ist und dann kriegt man das da genau Mount Sanlon so wer hat den denn hier gefesselt ich sehe mal noch nichts er hat ja keinen Tipp gegeben und nur gesagt ich brauche eure Hilfe ich hätte ja mal sagen können wer ihn gefesselt hat vielleicht hat er das nicht gesehen weil er betrübt wurde hm gute Theorie ja der kann ja nicht weit sein eigentlich ne eigentlich nicht ich habe ja noch keinen keinen Kopf auf dem nein oh hat er dann greife ich halt den Baum an ist auch ok in meiner einen area gibt es einen Zwischenboss mit zwei Gefährten die beiden kleinen haben je 10.000 Kp und der große 118k und der Boss der Arena wird wieder nur 20 alter Schwede also wir haben in dem anderen Spielstand auch schon zwei Mana Pumpen ne Quatsch hier haben wir zwei Mana Pumpen kaputt gemacht mit dem Spielstand ne in dem anderen tatsächlich doch in dem anderen ich dachte hier hätten wir das auch ne aber gestern haben wir auch ne Mana Pumpen kaputt gemacht ja hier haben wir eine gemacht und in dem anderen haben wir zwei genau richtig und die sind ja dann auch relativ stark ich brauche deine Hilfe ich brauche deine Hilfe hm ich habe gerade so eine Theorie mal gucken ob sie stimmt ja ich höre ja warte mal ab wie warte mal ab wenn sie stimmt dann habe ich auch nichts falsches gesagt achso ok was ich auch extrem cool finde ist dass man hier die Bäume abholzen kann ah wenn man so als kleiner Ranger nicht überall hinkommt dann holzt man sich einfach einen Baum ab und dann oh nein spring mal wieder raus dann musst du das so ich wollte jetzt eigentlich von hier oben mal grad gucken ob ich hier irgendwie irgendwie weiterkomme ach ich kann nur auf dem Gäst stehen ok verstehe so wir machen den Weg und die Sicht frei dann sind ein paar Rocklinge aber da ist ein Baumstumpf hier an dem Hügel der ist doch sehr verdächtig geht doch mal hin ja einer ist einer ist so halb offen den habe ich eben schon gesehen ja der ist sehr verdächtig ich gehe da mal grad hin also ein Baumstumpf lauter Bäumen hm ach ne ne du guckst ich meinte den Baumstumpf ich guck mal bei dem ja wie konnte man nochmal ich hab grad vergessen ach hier genau alles gut ich hab schon ich hätte sowieso nicht gewusst was du wolltest ich wollte den Gegenstand auf R wechseln ok hochjagen bringt nichts nicht dass hier irgendwo eine Höhle in diesen Berg rein führt das könnte ich mir auch vorstellen ja dann guck doch mal vielleicht findest du was oh Boss ich hab was gesehen ganz kurz auf der anderen Seite da ist grad ganz kurz ein Kopf aufgeblinkt hä ist wieder weg warte mal da war grad ganz kurz war da ein Kopf ja dann geh doch mal nochmal in die Richtung ne ne das war an einer anderen Stelle da geh ich grade hin und versuche ob der dann wieder kommt kann jetzt wohl nicht sein so da wo ich dachte ist er leider nicht ok das ist ja seltsam da war grad ganz kurz so ein Blinkekopf ich geh jetzt wirklich nochmal zurück vielleicht taucht er dann wieder auf an der Stelle ja da ok der ist ja wie soll man da hinkommen verschwindet ja dann wieder warte mal ich versuche das mal zu merken mach doch einfach ne Markierung hin ja jetzt ist er wieder weg warte mal Alter was ist das denn ich sehe dass der doch im Berg ist das könnte ich mir nämlich gut mir gut vorstellen jetzt er wieder da warte mal na komm hör doch mal auf dich zu bewegen so ok zack markiert ok hier schon mal nix der ist bestimmt im Berg ich versuche mal zu meinem Stern zu gehen der taucht nämlich dann nur auf wenn ich mich an einer bestimmten Stelle befinde und dann blitzt er auf wenn ich mich bewege ist er wieder weg das ist doch nicht er hier oder kann eigentlich nicht sein ah ich stehe gerade wieder an dem gefesselten und oben über meine HP und MP steht Skalki und den haben wir nicht ja das habe ich doch eben gesagt ja 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 ich weiß aber nicht dass das irgendwie dann der Boss hat oder so den brauchen wir bestimmt ja ja nee das habe ich doch eben gesagt dass hier ein Boss sein muss der den Key hat ja klar aber so ist das wenn man mir nicht zuhört genau ganz schlimm ist das sonst machen wir es halt beim nächsten Mal ja also ich gehe jetzt nochmal kurz um den Berg aber ich habe jetzt keinen Höhleneingang gefunden ich glaube ich habe ihn ich glaube ich habe ihn ich glaube ich habe ihn kuruga unholy packed der steht hier der kommt hier den Berg nicht hoch ich bleib mal hier ich glaube du bist auch gar nicht so weit weg von mir gerade ah ja genau guck mal hier und zwar da ja das wird er doch bestimmt sein ich denke auch wollen wir es machen? Falle? ja bringt ja nichts ist doch ein Magier kann er zaubern wenn er in der Falle ist? ich weiß gerade nicht mehr wie das war ja kann er okay dann auf drauf leider ein Feuermagier hui wenn ihr keine Bomben macht es alles gut na ah ich bin gleich tot na jetzt mach doch ja ich kam nicht hin das hier am Berg ist schwierig boah macht der einen Schaden versuch den mal ein bisschen abzulenken ist auf der anderen Seite vom Berg ne? äh ich lauf jetzt da lauf ich zu ja ja ich geh mal mit dem oben auf die Spitze wäre doch viel einfacher wenn du den mit runter nimmst oder nicht? unten ist doch viel mehr Fläche als oben ja dann musst du nur über den Berg dann ne? so warte ja das wars okay bist du gestorben? ja ich habe den jetzt nicht angegriffen weil Strötchen soll ja auch den Drop bekommen hättest du doch ruhig machen können ist doch meistens sowieso dass nur einer was bekommt ne wir kriegen doch immer beide was ne nicht immer meistens kriegt auch einer nur Geld ja nicht immer ich bin gleich wieder da ich weiß eh nicht wo er ist da wo der Grabstein ist ich sag du jetzt nicht mehr nach oben genommen ne nur ein paar Meter weil dann wollte ich wieder runter und dann hat er mich schon weg gemacht äh aber ich sehe ihn jetzt leider auch gerade nicht da ist er da ist er er ist immer noch da wo er eben war äh sollen wir den dann nach unten locken einfach ja mach ich komm hinterher okay warte ich warte noch grad auf dich ne mach ruhig ich bin gleich da ich bin direkt um die Ecke okay ist das nicht geheilt? ja 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 hat er klar ja so klar ist das nicht es gab auch schon mal Zeiten wo sie mich geheilt hat na fuck da wo ich hin wollte sind äh Skeletkrieger ich geh mal hier bei dem Schnee hin okay hier siehts gut aus so erstmal hinlegen danke was ist denn jetzt hier los ja ja ich wollte dich grad noch heilen hat leider nicht geklappt au ich kann mich auch nicht heilen also das ich hab keine Tränke mehr scheiße ich hab nur 3 HP und tschöp verdammt ja ich würde sagen jetzt mach mal nächstes mal nochmal okay kein Problem so dann würde ich sagen mach ich jetzt eine Pause ähm wollen wir danach noch weiterspielen oder ne dann mach ich erstmal alleine weiter gleich genau okay kannst ja dann Fallout spielen oder was du spielen willst ne ich wollte dann jetzt gleich mit Fallout weitermachen tatsächlich ja genau ich geh mal grad hier raus in die Talkszene oh und schon ist dunkel geworden was ist dunkel geworden draußen ne bei mir ach so wenn du dich ausloggst ach so ja 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 klar genau und ich verabschiede mich ciao 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 gut ich schicke euch mal grad die Pause bis gleich so da bin ich auch wieder grad noch ein bisschen frische Luft hier reingelassen und äh ja würde sagen ich mach jetzt weiter mit Fallout 4 wie angekündigt und äh fang da auch mit dem neuen Spielstand an ich hatte das ja damals zum Release mal gespielt aber es ist schon lange lange her ich hab auch vieles vergessen und auch vieles noch nicht äh erkundet sozusagen und deswegen dachte ich warum nicht mal ein bisschen Fallout 4 spielen soll ich ich geh mal kurz wieder hier hin zurück müsste jetzt grad noch kurz die Szene einrichten er dauert einen kleinen Moment und dann können wir auch schon loslegen hoffen nur das Spiel ist jetzt nicht zu laut gleich mal gucken müsste aber eigentlich gehen hoch hallöchen Mistalli und äh einen schönen guten Abend wünsche ich dir hast leider die die äh Cube World Runde verpasst mit äh Strohhütchen so ähm ich soll mal gerade gucken so da muss ich mal eben einrichten einen ganz kurzen Moment Fallout 4 zack so und beim Game natürlich auch mein Gott alles doppelt und dreifach so dann machen wir mal das andere hier ich glaube das Spiel ist auch sehr laut ne glaube ich muss gleich mal gucken so dann gehen wir erstmal hier rein zack nein das wollte ich nicht hier wollte ich rein so okay so so ich glaube das Spiel ist sehr laut ne ich mach mal eben ein bisschen leiser so fürchterlich so ich glaube so müsste es passen ne ok speichern kannst du mich noch ein klein kannst du dich noch ein klein wenig lauter machen ich bin zu leise ist jetzt besser ich habe jetzt das Spiel mal leiser gemacht weil ich wollte jetzt eigentlich nichts groß am Setup verändern so warte mal eben ich mach mal hier so jetzt habe ich mich ein bisschen lauter gedreht ich hoffe es passt jetzt ein bisschen besser so und wir machen natürlich ein neues Spiel Jupp besser perfekt dann lassen wir das so ein neues Spiel so und gerade eine schnelle Sache noch ich muss noch eine gerade eine Sache machen das machen wir noch weg und den auch so Moment ok so ich so ich so so ich Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach, gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Pursonsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging in Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Arme gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteran-Halle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. So, und damit noch willkommen zu Fallout 4. Und ja, hast du auch schon lange nicht mehr gespielt, lese ich gerade, Mistalli. Ich würde mal gerade kurz fragen. Wir können ja hier Männlein oder Weiblein spielen. Was wäre euch denn lieber? Mann oder Frau? Weil man kann beides machen. Ich habe allerdings bisher nur, ich überlege gerade, mit dem Kerl, glaube ich, gespielt. Mit ihr habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Also man kann auch, wie gesagt, tauschen. Ich glaube, es hat aber nicht so viele Auswirkungen auf das ganze Spiel geschehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine nicht, dass man mit der Frau andere... Ich glaube halt einfach, der Mann ist dann, wie gesagt, der feminine Part gleich. Aber ansonsten ist, glaube ich, nichts groß anders. Was sollen wir spielen? Wenn ihr jetzt nichts schreibt, dann suche ich mir irgendwas aus. Dann mache ich wahrscheinlich mit dem... So, ich glaube auch, dass es keinen Unterschied macht. Ich mag den Typen. Gut, dann machen wir den Typen. So, dann mal eben gucken. Gesicht. Ich will jetzt auch nicht zu lange eigentlich. Aber das ist immer so das Problem, dass ich... Warte mal, ich gucke mal gerade. Formen. Können wir nicht irgendwas... Irgendwas Vorgefertigtes nehmen? Ich will jetzt nämlich nicht zu lange hier mich aufhalten. Stirn. Können wir nicht irgendwie... Warte, wir fangen mal mit den Haaren vielleicht an. Haar ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Stil. Gucken wir mal. Was gibt es denn? Fangen wir mal oben an. Ja, genau. Glatze. Halbglatze. So, guten Abend, lieber Emperor. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du reinschaust. So, wir spielen jetzt Fallout 4. Und ich gucke mal gerade... Oh Gott, diese Frisuren. Eine schöne Frisur. Aus. So, hier, das sieht doch... Das sieht doch schnieke aus. Wobei ich glaube, selbst... Ich glaube, da gibt es irgendeinen Charakter in Fallout, der genau diese Frisur hat. Das will ich natürlich jetzt nicht. Professor. Ah, dritt. Mal ein bisschen runter, damit ich die Haare besser sehe hier. So, Rebell. Jawohl. Zottel. Das ist immer so ein bisschen... Ja, das ist eigentlich... Das haben wir jetzt, ne? Gepflegt. Schmalzlocke. Alphamännchen. Was ist daran? Bitte Alphamännchen. Ich habe keine Ahnung. Kolonialstil. Warte mal. Kann er das mal gerade lassen? Danke. Ah, das mit Zopf. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Ich lasse das mal kurz da. Ja, der Friseur hat Haare hinzugefügt. Deswegen war ich beim Friseur. So. Kann man das nicht noch ein bisschen... Ich würde das gerne mal sehen, wie das von hinten aussieht. Warte mal. Ich gehe mal kurz zurück. Irgendwie kann man doch hier Körper... So. Kann ich mich jetzt bitte mal umdrehen? Dann kann ich mal sehen, wie die Frisur von hinten aussieht. Nein, natürlich nicht. Oh, das gibt es doch nicht. Ich will wissen, wie das von hinten aussieht. Okay, dann machen wir mal gerade... Figur. Genau. Erstmal schön. Alter. Okay. Ich mache mal... Ja, ganz dünn geht auch. Alter. So ein Hungerhaken. Ich würde vielleicht... So ein bisschen normal, ne? Also nicht zu dick, nicht zu muskulös. Ich glaube, das passt. Ah, jetzt sieht man es. Okay. Das ist so ein kleines Zöpfchen quasi. Hm. Bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Okay. Gesicht. Was gibt es denn noch? Mal gerade gucken. Kolonial hatten wir, ne? Haarknoten. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich... Ah ja. Das ist so ein bisschen so Samurai-mäßig. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Andererseits, wenn man später dann einen Helm oder so anhat, sieht man die Haare eh nicht mehr. Darf man mal gar nicht vergessen. Also es ist dann fast schon egal. Aber ich will halt nicht so eine übelst hässliche Frisur haben. Gammler. Was? Garagenband. Genau. Wir sind der Junge... Der Junge... Wie heißt er noch? Keanu Reeves. Aus Ben & Tets verrückte Reise durch die Zeit. Genau. Garagenband. Die hatten nämlich tatsächlich auch eine Garagenband. Ach, weißt du was? Komm. Lassen wir so. Lassen wir so. Vielleicht die Farbe noch ein bisschen anders. Mal gucken, was gibt es denn. Nachtschwarz. Wird immer heller. Gebleicht. Soll ja heute in sein. Tatsächlich habe ich mir sagen lassen. Braun. Ja. Tiefrot. Oh ja. Würde ich ja fast schon nehmen. So. Platin-Blond. Oh Gott. Fürchterlich. Fürchterlich. So. Vielleicht rot-braun. Schön frisch. Weiß nicht. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hm. Dann nehmen wir lieber dunkelbraun. Weißt du, wie sehr mir der neue Haarschnitt gefällt? Ja. Dankeschön. Dunkelbraun. Dunkelbraun ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dunkelbraun sieht ganz gut aus. Okay. Dann nehmen wir dunkelbraun. Hallo, schöner Mann. Ja, hallo. So, was machen wir mit dem Bart? Machen wir einen Bart oder machen wir keinen Bart? Oh ja. Oh, Cébris. Oh, mon chéri. Für dich gibt es heute Morgen Schokokrossis. Alter, was für ein komischer Bart. Säbelrassler. Oh ja, genau. D'Artagnan und seine drei Musketiere. Revolverheld. Äh, ja. Ich glaube, ja, so hab, nee, warte mal, so, nee, warte mal. Die sehen so blass aus, die Bärte, ne? Ich glaube, desto mehr... Räuber Hotzenplotz. Oh, wow. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus, als hätte einer ein Megafon, hätte dann schwarz gemalt und hätte so reingesprochen, wie bei Police Academy. Genauso sieht das aus. Unterlippenbart. Oh ja, genau. Pokerfell. Ich bin Jean Pütz. So, Hollywood-Klassiker. Metzger. Prospektor. Die Bestie. Oh ja. Hombre. Aber die sind alle so lächerlich, die hier teilweise, ne? Wer läuft denn so rum? Kein Mensch. Konfederierten hier. Das sind alles so alte... So hier, der Lincoln. Ja, genau, Lincoln-Bart. Hat doch kein Mensch mehr so einen Bart heute. Bereit für das Ende. Ja, wenn es so aussieht, dann bist du, glaube ich, bereit fürs Ende. Alter, stimmt der Titel? Nein, der Titel stimmt nicht. Muss ich gleich noch ändern. Und das Spiel ist, glaube ich, auch noch nicht aktualisiert. So, warte mal. Ich nehme mal hier ein bisschen was Harmloses. Das sieht ja fürchterlich aus, sonst... Äh, wo haben wir denn mal... Oder vielleicht einfach sowas hier? Ich weiß nicht. Das passt aber nicht zur Frisur. So. Gangster. Das ist ein bisschen zu... Boah, die Bärte, die passen nicht zur Frisur. Das würde vielleicht noch am ehesten zu den Haaren passen. Ja. So, warte mal. Ich mache mal gerade... Das habe ich vergessen. Entschuldigung. Ist das immer, wenn man alleine streamt? Vergisst man das gerne mal. So, Moment. Schönes Standbild gerade. Äh... So. Dann machen wir mal wieder live aus der... Loop-Zentrale. Vielen Dank für den Hinweis nochmal. Und, dass wir Fallout spielen. Ganz wichtig. So. So. Informaciones. Aktualisieros. Okay. Perfekt. Das sieht gut aus. So. Bart sieht gut aus. Perfekt. Die anderen Bärte, finde ich, die passen überhaupt nicht zur Frisur. Sieht da schlimm aus. So. Am Gesicht selber würde ich vielleicht gar nicht so viel machen wollen, weil, ehrlich gesagt, ähm... Man hat so viele Möglichkeiten. Die Augenfarbe würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen wollen. Augen... Farbe. So. Vielleicht ein schönes Blau. Oder auch Grau. Grau sieht auch nicht so schlecht aus. Haselnussbraun. Ah. Das sind Haselnussbraunen Augen. So. Blassblau. Alter, der sieht aus wie ein Zombie. Bernstein. Stahl. Oh, Stahl ist cool. Stahl hat was. Uh. Das sieht geil aus. Stahlblaue Augen. Jawohl. Okay, komm. Lassen wir so. Will jetzt gar nicht so viel machen. So. Körper haben wir schon gemacht. Was ist denn extra? Das will ich gerade noch gucken. Ach ja. Schaden. Ja, einen Schaden habe ich sowieso. Oh Gott. Nee. 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 Ich glaube. Ich glaube nicht. Makel. Male. Nee. Komm. So. Was gibt es noch? Gesicht. Ah. Ach hier. Gesicht 1. Nee. Komm. Wir lassen das jetzt so. Jawohl. Lassen wir so. Sieht gut aus. So, mal gerade schauen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht. Der sieht ein bisschen aus wie. Warte mal. Wie sieht denn der aus? Erinnert mich an irgendjemanden. Gut. Keanu Reeves jetzt nicht. Aber das kann man tatsächlich alles, habe ich gesehen. Mit dem Gesichtseditor kannst du das alles nachbauen. Ich habe mal geschaut. Also du kannst dir ganz viele berühmte Charaktere nachbauen aus Hollywood. Bracksau, wenn es richtig sauber werden soll. Oh Mann. Die gucken alle zu viel Fernsehen hier. So, sie schaut auch noch in den Spiegel. Kannst du den ein bisschen jünger? Nee, ich lasse es jetzt so. Der ist ein halbes Grad zu warm. Danke, Karlswerth. Natürlich, Sir. Wo ist die Kaffeekanne hin? Was hat er mit der Kaffeekanne gemacht? Okay. Ja, ist ja egal. So, sieht. Das ist übrigens, glaube ich, auch das einzige Mal, dass man die Welt mal sieht, wie sie vor der Apokalypse aussieht. Also schon sehr beeindruckend. Oh, hier. Kroknak-Comic. Ja, will ich mitnehmen? Kroknak der Baba im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Dschungel der Fledermausbabys. Das klingt nach einem Stinker. Ja, genau. Dafür haben wir ja einen Haushaltsroboter, dass der sich um unseren Sohn kümmert. Finde ich ganz toll. Holoband-Abspielgerät. Ah, die gute alte Zeit. Schaut mal hier. Oh, Vault-Tag ist auch schon da. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, würde ich sagen. So, hier kommt ein bisschen was im Fernsehen. Nachrichten. No round, so Frau. Ach ja, wir haben ja heute noch was vor. Wir sollen irgendwie in die Veteranenhalle gehen. US-Flagge. So, was sind wir hier? Suffolk Country School of Law. Boston, Massachusetts. Juris-Doctor. Wer ist denn hier Anwalt? Sind wir Anwalt? Nee, wir sind doch beim Militär. Ist sie vielleicht Anwalt? So, alles einsammeln. Ja, kann ich noch nicht. Das geht erst später. Ich kann jetzt leider noch nichts mitnehmen. So, hier waren wir schon. Warte mal, zum Stinker hat er gesagt. Wo ist denn der Stinker? Wahrscheinlich hier im Kinderzimmer. Ah, ja. So. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir? Meinen Kaffee genießen? Ja, aber ich will doch jetzt mal nach meinem Sohn gucken. Die Decke ist süß mit den kleinen Flugzeugen drauf. Und ja, auch das Mobile. Ich soll meinen Kaffee genießen. Ah ja, gut. Dann, wenn Kotzeus das sagt, dann genieße ich meinen Kaffee. What did? Ach, da. Mach einfach auf. Dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Ich genieße jetzt erst meinen Kaffee. Der kann jetzt warten. Ja, Mann mit Hut ist immer suspekt. So. Ich kann den Kaffee nicht genießen. Ja, tschuldigung. Wahrscheinlich war ich jetzt zu spät. Ah, Vertreter. Und das am Sonntag. Nichts Besseres zu tun? Na, natürlich. Ist ja überhaupt nicht aufgefallen. Weil, ne? Ja. So, was rede weiter? Gehen Sie weiter? Schön, Sie anzutreffen, Sir. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ja, ich nicht. Deswegen bist du ja auch am Sonntag gekommen, weil an den anderen Tagen habe ich den nicht aufgemacht. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Runde zu gehen. Ja, Mensch. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, ähm, unvermeidlich fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn du wüsstest. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, ähm, ähm, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Aha. Jo, ähm, habe ich jetzt eigentlich keine Zeit für. Ich habe gerade wenig Zeit. Oh, aber sicher, aber sicher. Es wird nicht lange dauern. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es muss sichergestellt werden, dass Sie Zugang haben im Falle einer unerwarteten, äh, totalen nuklearen Vernichtung. Das Ende der Welt? Na endlich. Haha, das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Ach ja, okay, das gab es ja auch noch. Ähm, genau. Genau, hier können wir jetzt unsere Perk-Punkte festlegen. So, warte mal, wir 21. Ich mache erst mal, ich gucke mal gerade, ob das geht. Das müsste eigentlich doch so ziemlich passen. Ja, gut, klar. Nee, ich dachte eigentlich, wir können, wir machen mal alles auf vier erst mal. Und dann gucke ich mal, wie viel noch übrig ist. Glück darf man nämlich auch nicht vernachlässigen, tatsächlich. Ähm, weil sonst mit dem Zielen wird das sonst ein bisschen hakelig. So, ich bin eigentlich immer ein Fan von Charisma und Intelligenz wegen Überreden und wegen XP-Punkten. Das heißt, ich werde erst mal bei denen hier vielleicht stärke. Ja, ist wegen Looten halt scheiße. Aber ich bin sowieso am überlegen, ob ich wegen dem Looten nicht einfach das Carry-Wide nachher erhöhe. Weil sonst sind wir ständig überladen. Ich bin da ganz schlimm drin. So, Intelligenz, ähm, Erfahrungspunkte ist immer gut. Ich würde das vielleicht fast schon so lassen. Weil viele XP am Anfang ist immer gut. Dann können wir nämlich die anderen Punkte schneller erhöhen. Also lasse ich mal die Intelligenz vielleicht. Beweglichkeit war, was war das nochmal? Aktionspunkte und wie gut du schleichen kannst. Na gut, schleichen ist am Anfang vielleicht nicht unbedingt so wichtig. Ich packe vielleicht hier nochmal einen in Glück. Ja, dann können wir ein bisschen... Okay, das passt. Äh, kann ich das jetzt irgendwie übernehmen? Ach, Namen müssen wir noch geben. Ach, du lieber Gott. Äh, ja, wir sind einfach der Angus. Fertig. So, wir sind der Angus und dann Enter. Nehmen wir das. Ja. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich hab meine Momente. Ah. Okay. Ist ja auch besser als so ein komischer Roboter mit so komischen großen Kameras. Da wäre ich als Baby wahrscheinlich auch ein bisschen erschrocken. Oh, du bist special. Kann ich da nochmal rein? Ne. Na, das klingt aber nicht sehr... sehr gut. Ja, wir folgen von Blitzen, Grellenblitzen, Explosionsgeräusche. Wir... Wir warten auf Bestätigung. Habt? Ich hätte gerade gesagt. Oh, die Tür ist offen. Oh, die Tür ist offen. War eben noch nicht offen. Ja, merkt euch das, Leute. Das sieht gleich nicht mehr so schön aus. Wobei das schon fast ein bisschen zu bunt aussieht, wenn ich das mal so sagen darf. Also sehr überstrahlt alles. So, wo... Ah, scheiße. Ich muss hier... Ich muss zu meinem Kind. Von allen Spielen, die ich je gespielt habe, ist der Anfang von Vorland 4 der schlimmste. Ich war am ersten Mal fast am Heulen. Ja, das ist... wirklich... nicht schön. Ich meine, Gott sei Dank haben wir hier, ne? Prepare for the Future, wenn Vault-Tag nicht wäre. Meine Güte. Wer sagt das? Wer hat das gerade gesagt? Keine Ahnung, war er das hier? So, hier. Ich hab Zugang. Was mit dem Kind? Ja, Baby. Ich wollte schon sagen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Da ist doch bestimmt noch Platz in der Vault. Meine Güte, lass doch mal die Leute rein. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt warte? Was, äh... Fliegt man dann in die Luft? Oder ich hab das noch nie... Ja. Nee, komm. Ich glaube, da passiert einfach gar nichts. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Ich würde mal den... Ja, ich wollte gerade sagen, den Aufzug starten. Gute Nacht. Die Welt, wie wir sie kennen, wird nie wieder dieselbe sein. Ich hab die heftigste Gänsehaut bei dieser Szene. Ja. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Board 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir, ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir werden alle... Nein, nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Gerade noch rechtzeitig. Und vor allem, wenn man mal gesehen hat, wie viele Leute im Sanctuary waren. Und wie viele jetzt tatsächlich hier reingekommen sind. Also wir sind jetzt... Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben. Sieben und Sean sind acht. Alter. Ja, gut erkannt. Ich hätte auch nicht was anderes sagen sollen. Alter, ist so gruselig einfach. So, der hat doch schon einen bekommen. Kriege ich jetzt auch einen? Oder... Voltec-Anzug. So, kann ich den jetzt... Okay, kann ich den Anzug jetzt anziehen? Oder muss ich jetzt ihm folgen? Ich glaube, ich muss ihm jetzt folgen. Eine unserer funkschrittlichsten Einrichtungen. Hallo. Es ist den Gang dort hinaus. Okay, ich muss es hier hinterher gehen. Alles klar. Alter, finde er, ey. Es sind ja noch mehr Leute. Wir sind... Ne, das sind Wissenschaftler. Ich dachte gerade. Na, wen hast denn du alles auf der Liste? Na, viele sind es ja nicht. Hä? Was steht denn da? Speck... Speck... Special. Ah, ja, von wegen. Der streicht alle von der Liste. Das sind einfach die Perks. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hier sind einfach die Perks drauf. Der hat gar keine Liste mit Namen. Das sind die Perks. Das ist ja krass. Naja, ich will vor allem schnell wieder hier raus. Aber ich glaube, den Gefallen können die uns nicht tun. Okay. Hallo. Betreten Sie den Raum, wenn Sie so weit sind. Den Raum. Mhm. Jetzt will ich mir echt nicht vorstellen müssen, irgendwie eingefroren zu werden und nie zu wissen, ob man wieder aufwacht. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 2, 1. Du bist in 5, 4, 3, 4, 4. Abkommen jetzt. Was ist das? 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 Das ist einfach nur traurig. Das kann man nicht anders sagen, denn... Ich glaube, das geht nicht auf, oder? Doch, geht auf. Ja, und Sean wurde entführt und Nora ist Ehering hinzugefügt. Es ist erschossen worden und Sean entführt. Wir wissen natürlich nicht wohin und wie viel Zeit vor allem wieder vergangen ist, seitdem wissen wir auch nicht. Das heißt, wir sind ganz am Anfang hier. Das heißt, wir sind ganz am Anfang hier. Wir gucken mal, ist noch jemand am Leben vielleicht. Lebenserhaltungssysteme. Und kalt ist uns natürlich auch. Offline. Vorzeitiger Abbruch. Führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und Ferngesteuerüberbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Kapselinsassenstatus. Mal gerade gucken. Ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Oh Gott. Ich glaube, hier, die ist leer. Das wird unsere sein. Todesersache. Ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltung. Ich glaube, die sind alle tot. Mrs. Abel. Auch Lebenserhaltungssysteme versagt. Hier, Nora und Sean. Status unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Gut, das haben wir ja gesehen. Der Angus ist auch hier. So. Das sieht gut aus, aber Status unbekannt. Aber irgendwie sind wir noch am Leben. Mr. Russell verstorben. Tote Sachen aufgesticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltung. Ich glaube, die sind alle gestorben. Kryoanlage offline. Ja, gut. Haben wir eben schon gesehen. Die sind alle tot. Ich weiß jetzt nicht, ob das dadurch kam, weil die hier reingedrungen sind und dadurch die Anlage ausgeschaltet wurde. Oder ob das einfach versagt hat. Haben wir jetzt eigentlich doch. Wir haben den Vault-Anzug an. Okay, ich habe keine Waffe, oder? Doch, ich habe... Naja, ich kann immerhin zuschlagen. So, hier geht es schon los. Schlosserhammer. Nehmen wir erstmal alles mit. Äh, vielleicht irgendwo noch eine Waffe. Ist auf jeden Fall erstmal raus hier. Oh Gott. Fängt ja schon gut an. So, Kaffeetasse. Nehme ich erstmal alles mit. Brauchen wir sowieso später. Wobei ich mir da schon was überlegt habe, wegen dem Überladensein, werde ich wahrscheinlich die Carry-Wide erhöhen, weil das ist sonst ein ewiges Hin- und Her-Gerenne. Aber ich gucke mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mache. Mal gucken. Weil bei Fallout 4 ist es ja so, dass du wirklich alles gebrauchen kannst, was hier irgendwo rumliegt. So, gehen wir mal hier den Schlagstock. So, Favoriten machen wir später. So, oh, ja genau. Ich setze dich erstmal hin. Wir haben keine Zeit zum Sitzen. Ach, verdammt. Komm, steh auf. Die Haare einfach. Dieser Bart einfach. Das ist einfach faszinierend. So, ja, okay. Dauert erstmal ein halbes Jahr, bis wir aufgestanden sind. So, Bierflasche. Nehme ich mal alles mit. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier schon überladen werde. Das wäre schlecht. So, Toaster. Kochplatte. Können wir für draußen vielleicht alles brauchen. So, Stimpack wäre noch schön. Aber ich glaube, wir haben schon eins eingesammelt eben. Freizeitterminal. Aufsehermemo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top Ten. Top Ten. Okay. Ah ja. Was haben die hier? Haben die irgendwas gespielt? Band abspielen. Lade Holo Band. Ach Gott. Ja. Gut. Das machen wir aber nicht jetzt. Man kann ja hier so Minispiele spielen. Das machen wir aber nicht jetzt. In jedem Terminal gibt es so verschiedene Minispiele, die man auch finden kann noch später. Finde ich ganz lustig, aber jetzt gerade nicht. So, hier gibt es überall nichts mehr. Alles schon ausgeräubert. Ja, hier werden wahrscheinlich die Wissenschaftler gepennt haben, die uns überwachen sollen. Aber die Frage ist natürlich, wo sind die alle? Und wurden die vielleicht irgendwie getötet? Oder was ist mit denen passiert? Ach du Scheiße. Okay. Wir sind noch nicht besonders stark. Ich versuche mal gerade hier. Maus 2 zum Blocken. Okay, die können nichts. Das ist gut. So, gibt es hier noch was tolles außer Stromschlägen? Ich glaube nicht. Ach, noch mehr. Linke alt für einen starken Angriff. Ah, cool. Ich habe noch nie Nahkampfwaffen in Fallout benutzt, deswegen bin ich da immer ein bisschen unbeholfen. Bin eigentlich nicht so der Nahkampftyp. Ah, hier kriegen wir doch das richtig gute Zeug. Und 10 Millimeter Pistole. Sehr schön. Können wir nachher auch direkt noch verbessern. Oh, Koffer für Kryolator. Nett. Dich hole ich mir später. Keine Haarklammer. Und vor allem Meisterschloss. Ich glaube, das können wir noch lange, lange nicht knacken. So, 12 Schuss im Magazin, 82 in Reserve. Gefällt mir gut. So, kann ich hier Skelett. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Naja, wo die alle sind, ist klar. Nur, die sind nicht mehr am Leben. Aufseher Terminal. Gucken, ob wir hier vielleicht einen Hinweis kriegen. Anweisungen für Aufseher. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender, kardio-pulmonularer und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Vault-Tech-Techniker. Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. In Subordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Ach du Scheiße. Warum wollen die die denn nochmal einfrieren? Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuster Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Alter, mobiles Kryogerät? Was? So, Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert. Ein paar? Und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Ich glaube, so vielversprechend ist die tatsächlich nicht. 23. Oktober. Der Tag, an dem die Bomben fielen. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet. Aber nur Northagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Systemdefekt. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen, die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Wort verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Türen öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir weniger Mäuler zu stopfen. Oh Gott. Ja, was dann passiert ist, könnt ihr euch vorstellen. Dann haben die hier wahrscheinlich gegenseitig sich alle umgebracht. Hundertprozentig. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Achso, Entschuldigung. Ich habe noch, glaube ich, eine Sache hier übersehen. Ich glaube, hier war noch ein dritter Punkt. Äh, hier. Evakuierung. So, der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Volt 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tag-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ja, ich meine, 180 Tage, wenn eine Atombombe in der Nähe einschlägt. Wer glaubt denn das, dass man dann einfach rausgehen kann? Kann doch nicht den hier ernst gewesen sein. Oder die wollten die Mitarbeiter sowieso hier drin lassen. Hallo, ich habe noch... Achso. Ich habe noch kein Pip-Boy, ne? Ich wollte jetzt die Waffe wechseln. Verdammt, ich wollte jetzt eigentlich nicht meine ganze Munition hier verschwenden. Verdammt, wie wechsle ich nochmal die... Wo habe ich den denn? Ach, hier. Okay. Weil das ist Munitionsverschwendung gegen die Red-Kakerlaken jetzt hier. Deswegen... So. Entschuldigung. So. Jetzt würde ich sagen, erst mal raus hier. Zum Schleichen. Gut, die Kakerlaken haben glaube ich keine Ohren, ne. Aber das sieht das trotzdem so. So nicht mitbekommen. Ist das alles, was noch übrig ist? So, da oben läuft gerade das Tutorial durch. Geh los. Zur Aktivierung der Volt-Tür-Zyklus-Sequenz wird ein Pip-Boy benötigt. Wo ist denn der nochmal? Ich muss mal gerade gucken. Hat der nicht die Le... Da, der liegt doch hier einfach. Genau. Stimmt. So, und jetzt kann's losgehen. So geil, dieses alte Festplatten-Geräusch im Hintergrund. Das ist einfach so cool gemacht. So, 64k RAM. Joho. Das waren noch Zeiten. So, mit Maus 1 wählst du einen Reiter. Ach, mach Dinger. So, da haben wir doch die Sachen. So, ich bleib aber trotzdem erstmal... Ja, wohl, jetzt gehen wir raus. Dann geb ich doch mal auf die Pistole. Kleidung, Brille können wir mal anziehen. Mal gucken, wie die aussieht. So, wir haben ein bisschen Stimpack haben wir. Schrott haben wir auch schon gesammelt. Mods gibt's keine Munition. Joho, 89 Schuss. Das passt. Und verlasse den Volt. Alles klar. Dann würde ich sagen... Gucken wir uns mal die Brille an. Achso, das geht nicht. Schade. Ich würde eigentlich gerne mal sehen, wie ich aussehe mit Brille. Aber egal. Lassen wir erstmal an. Und gehen mal nach draußen. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Ja. Das ist wie ein Zigarettenanzünderstecker. Rot-Tür-Regelung-Sequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Ah, das ist immer so ein geiler Moment, wenn die Wall-Tür dann aufgeht. Das ist fast schon zu hell. Ja, episch. Ganz genau. Wobei ich mich frage, wo jetzt das Licht herkam. Hier ist gar nicht so hell, aber gut. Der Aufzug kommt. Und jetzt... Geht's nach draußen. Ins Ötland. So, äh... Möchtet ihr was ändern? Nö. Ich glaube, das lassen wir alles so. Können wir nochmal die Haare kämmen vielleicht. Der Name PIP-OS für das Handgerät ist nice. PIP ist in Python das Paketverwaltungsprogramm. Dann passt's ja wieder. Das ist ja die Verwaltung von deinem Inventar. Vom Paket. Das ist cool. Das wusste ich noch gar nicht. Aber über Python haben wir ja schon mal gesprochen. Ich erinnere mich. Geh nach Hause. So, good morning, Sanctuary Hills. Alter Finne. Das sieht nicht mehr so ganz so grün aus. Naja, wobei, man muss sagen, dass Fallout 4 gegenüber dem dritten Teil ein bisschen mehr Farbe drin hat. Also, ich finde das Ötland in Teil 3 sogar noch ein bisschen drostloser. Vor allem drostlos mit D. Äh, drostloser. Ähm, hier ist tatsächlich noch so, dass man ein bisschen, wenigstens ein bisschen Farbe hat. Ich glaube, die Entwickler des Spiels sind auch Python-Fans. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. So, Schraubenschlüssel. Können wir nachher alles weglegen. Ich nehme das jetzt erstmal mit. Muss noch ein bisschen um. Immerhin ein paar Vögel gibt es wieder. Also, ganz so verstrahlt scheint es hier nicht zu sein. Zumindest nicht in der Gegend hier. Ich will nicht wissen, wo es woanders noch aussieht. Oder wie es woanders aussieht. Sagen wir mal so. So, leere Cola-Flasche. Kann man bestimmt brauchen. So, in den Vault können wir erst später nochmal, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt nochmal geht. Beziehungsweise, wir müssen uns den Kryolator später noch holen. Ich weiß gar nicht, wann wir das können. Aber das Schloss war ja sehr gut verschlossen. Also, ich glaube, da können wir erstmal nicht ran. So, geh nach Hause. Ja. Prepare for the future. Ja, hier standen sie, die Soldaten. Noch gar nicht so lange her gefühlt, nicht wahr? Sanctuary. Vor allem entdeckt. Ist ja nicht so, als wären wir hier zu Hause gewesen, ne? Alter Schwede. Die Musik. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Wie ist das denn, wenn ich jetzt hier auf Twitch die Radiosender anmachen würde? Ist das dann, wird man dann irgendwie gesperrt oder so? Weil das ist ja nicht unbedingt GEMA-frei, was hier in den Radios, also bei dem Radiosender läuft hier von Diamond City Radio und so. Dann lasse ich das nämlich lieber aus. Ich will nicht, dass die hier einen dann nachher... Ich weiß nicht, wie das ist, deswegen frage ich gerade mal. Wir gehen erstmal... Wir gehen erstmal... Wir sprechen erstmal mit Cotsworth. Hi. Lange nicht gesehen. Ist denn das die Möglichkeit? Du... Du bist es wirklich. Was ist passiert? Oh Gott, die Brille. Ich muss sie gleich wieder ausziehen. Das geht gar nicht. Was ist passiert mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönlich. Es wird viel aufregender sein, wenn sie und ihre Frau wieder da sind. Wo ist ihre bessere Hälfte überhaupt? Nee, könnte nur sein, dass das Video dann stumm geschaltet bleibt. Achso, ja gut, klar. Ähm. Ja gut, da ich den Stream ja noch auf Dings hochladen will, obwohl, das ist ja dann egal. Ich lade ihn ja nicht runter. Ich nehme ja so mit auf. Ähm. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht hören wir nachher mal rein. Äh. Sie kann nicht tot sein. Sie haben sie getötet. Äh. Am allen Zeiten der Welt. Ja. Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja. Eine Ablenkung von dieser gewässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Oder vielleicht eine Scharade. Sean liebt das. Ist der Junge. Ach ja. Gott zu was. Hast du Sean gesehen? Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht zu fragen, oder? Hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn. Wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Ich glaube nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paraneu. Nach 200 Jahren ohne richtige... 200 Jahre. 200 Jahre? Was? Hast du eigentlich... Etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen zwei Jahrhunderte zu spät zum Essen. Ha! Ha! Ja. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehoben. Cotsworth, du verhältst dich... Ein bisschen seltsam. Was ist los? Ich... Ich... Oh, Sir. Das war schrecklich. Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man denkt. Die ersten zehn Jahre habe ich die Böden gebunden. Aber atomaren Fallout-Kindern aus PVC einfach... Kenne ich mich nicht mit aus. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustau'n und das Auto. Wie soll man Rost polieren? Na ja, erst mal polieren... Also erst mal, ne, grundieren und dann ein bisschen... Ja, gut. Äh... Was weiß er denn noch? Was weiß du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fehlen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte, wenn ich sie und ihre Familie wären... Tot. Ich fand dieses Holobank. Ich glaube, ihre Frau wollte es ihr schenken. Als Überraschung, aber dann... Tja, ist alles geschehen. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. No. Also, genug mit meinem Selbstmittenland. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir ihre Frau und den kleinen Sean noch. Ja gut, wo die Frau ist, weiß ich. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungesöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja gut, kennt sich ja besser aus, als ich... Hat er 200 Jahre Zeit gehabt. Auch nicht mehr so ganz... Tickt auch nicht mehr so ganz richtig, der Gute. So, ich bleib mal hinter ihm. Ich glaube, ich erinnere mich noch, was jetzt passiert. Deswegen, äh... Spare ich jetzt einfach mal ein bisschen Muni. Ich glaube, der macht das jetzt alleine. Ja, hier sind ein paar Blähfliegen. Nehme ich mir mal ein bisschen mit. Blähfliegendrüse. Hm, jawoll. So, was gibt's hier denn noch? Oh, warte mal. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Ich hab keine Haarklammern, verdammt. Äh, die gibt's doch meistens... Ja, gut, hier nicht. Ja, kommen wir gleich. Moment, ich muss hier noch ein bisschen looten. Äh, Haarklammern gibt's doch eigentlich immer im Spiegelschrank oder irgendwo so. In den Kommoden. Gut, muss schon merken, dass ich hier gleich nochmal hingehe. T-Shirt, Plastikkürbis. Passt ja in die Zeit. Äh, warte mal hier. Ne, hier war nix drin. Ach, krieg ich jetzt ne Haarklammer her? Scheiße. So, ich komm gleich, Kurzweist. Ich komm gleich. So, hier Hundenapf. Können wir auch noch brauchen. Äh, verdammt, wo ist der jetzt hin? Äh. In 33 Metern. Okay, ich hab zum Glück, zum Glück ein Ziel. Ah, da vorne. So, Briefkasten. Nix drin. So, wo ist eigentlich unser Haus? Hier ist eine Familie auch, nicht? Sie ist wirklich fort, oder? Ah. Sean ist da draußen, Kurzworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Ständen auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehoben sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertelhaus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Gut, da gehen wir bestimmt gleich mal hin. Ich will nur erst mich noch ein bisschen umschauen. Und wahrscheinlich mache ich auch gleich nochmal eine kurze Pause. Wenn wir noch was zu trinken holen. Aber ich gehe erstmal, äh, gerade die Stadt abluten. Und ich brauche eine Haarklamme. Wo finden wir Haarklammern? So, schirmlose Lampe nehme ich mit. Hier schmutziger Anzug. Ach, ich wollte mal gerade was machen. Äh, ich will mal die komische Brille wieder ablegen. Die bringt... Ja gut, Wahrnehmung 1. Ja, das würde aber bedeuten, dass ich schlechte Augen habe. Hier ist auch noch ein, äh... Oh Gott, da ist auch noch ein Safe. Wo kriege ich jetzt Haarklammern her? Die sind meistens im Bad irgendwo. Ah, hier, drei Stück. Oh, jetzt wird es natürlich... Okay, warte. Ich speichere mal, weil, ne? Gucken, ob ich es noch hinkriege. So, bewege die Maus, um die Haarklammer zu positionieren. Mit A drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass A los und positioniere die Haarklammer neu. Okay, ja, so zum Beispiel. Okay, warte mal, wie weit komme ich? Ja, nee. Ein bisschen weiter. Ja. Na, gut. Ja, sehr schön. Okay, Schrotpatrone. Das sieht alles gut aus. Nimm ich mit. So, ich habe mir natürlich jetzt total gemerkt, wo das andere Haus war. Moment. Äh, wo geht es hier raus? Äh, hier ist alles so ein bisschen nach vorne. Okay, ist alles so ein bisschen eingestürzt hier. Äh, ach, wir gehen einfach von Haus zu Haus. Komm, hier gibt es sowieso noch ein paar tolle Sachen, denke ich. In den einen oder anderen Häusern. So, man kann hier auch später bauen, aber das, äh, mache ich jetzt nicht sofort. Das kommt später alles. Momentan bringt es auch noch nichts, weil hier sind noch keine Leute, hier sind noch keine Siedler. Das heißt, noch müssen wir nichts bauen. So, hier, sauberes Kleid. Ja, schön. So, Schreibtisch. Hier, Laubbläser konnte man, glaube ich, in Fallout 3 immer mitnehmen. Das waren immer so Sachen, die so mega, mega schwer waren. Wenn man die mitgenommen hat, dann war man direkt überladen. Das ist hier zum Glück nicht so. Fallout 3 habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Und dann Fallout New Vegas und so weiter. So, hier war irgendwo noch ein Save, da hinten. Genau. So, gucken. Ja, ja, oh, das war einfach. So, Patrone, Mänder, Improbistole, Haarbürste, yo. Hätte gerne noch ein paar Haarklammern. Drei ist ein bisschen wenig. Noch sind die relativ einfach, die Schlösser, aber später... ...hab ich dann doch lieber ein bisschen Vorrat. So, wo ist eigentlich unser Haus? War das hier unser Haus? Das war doch so eine... Ja, das ist unser Haus. Okay, cool. Gut. Sieht auch nicht mehr so aus wie früher. Das Holz aus dem Kamin ist weg. Gut, das wird verbrannt sein. So, das leckere Steak hier. Alles weg. Pfeffermühle. Kaffeedose. Oh, den Grognack-Comic, den gibt es noch. Ja. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Yes. Jetzt sieht man auch mal, das sind keine Fledermäuse. Das sind kleine Engel als... Ja. Okay, der arme Grognack. So ein kleines Augenzwinkern Richtung Conan wahrscheinlich. Conan der Barbar. Und He-Man. So ein Hybrid irgendwie aus beidem. Vault Labor Kittel. Das ist schön. So, ja. Schau ins Kinderbett. Ich komme, Kumpel. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. So, wir können... Warte mal, ich hatte Glück, glaube ich, zu wenig gemacht. Ne, was hatte ich eben gesagt? Beweglichkeit war, glaube ich, nicht so hoch, ne? Ich glaube, Beweglichkeit hatte ich auf 3 gelassen. Ich mache mal Beweglichkeit. Wir können ja nachher noch mehr Attribute erhöhen. Das kommt alles noch. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das Buch noch da liegt. Das ist gut, dass wir das gefunden haben. So, hier haben wir jetzt erstmal... Ich weiß nicht, soll ich die anderen Häuser gerade noch abgehen? Ach komm. So viel Zeit muss sein. Bevor ich in die Werkstatt gehe. Zumindest gerade mal durchschauen. Ich werde jetzt sowieso wahrscheinlich wieder das ein oder andere übersehen. Das können wir auch mal bei den Nachbarn reinschauen. So, dann kann ich das nämlich schon mal alles weglegen gleich. Oh, Kronkorken. Die Währung der neuen Welt sozusagen. Das alte Geld ist hier nichts mehr wert. Hier wird mit Kronkorken gehandelt. Also das ist quasi sozusagen die Währung. Wer Fallout kennt, der weiß das natürlich. Weiß nicht mehr, ob es Teil 3 oder New Vegas war. Da gab es eine Quest, wo man eine Kronkorken-Fälschermine oder Bande, glaube ich, ausheben musste, die Kronkorken gefälscht hat. Ähm, was? Oh. Ich wollte das doch eigentlich mit dem Dings machen. Ach, egal. Weil ich stelle mir halt auch vor, ähm, was für Kronkorken sind das denn, ne? Sind das jetzt die von den Nuka-Cola-Flaschen? Oder kann man da alle möglichen Kronkorken nehmen? Also für jemanden, der sein Leben lang Kronkorken gesammelt hat, der ist ja dann Millionär oder so, ne? Also ich glaube, die Leute haben echt Glück gehabt. Was denn hier ist gar nichts mehr drin? Ne? Was für Kronkorken nimmt man denn da? Und wer bestimmt das vor allem? Wer hat gesagt, dass wir die Kronkorken akzeptieren? Woher kommt das? Das sind so Fragen. Wenn ich da mit einem Heineken-Kronkorken gehe, werde ich wahrscheinlich direkt erschossen. Keiner mag Heineken. Also zumindest ich nicht. H-Klammern. Ja! Drei Stück. Und hier ist noch ein bisschen was. Was? Profesorische Bombe. Die machen wir erstmal weg, bevor ich hier irgendwas entschärfe. So, lieber Silencer zockt. Danke für dein Follow. Na, so. Schafft. Impro-Pistole, Schrotpatrone, Silber-Taschen-Uhr. Nehmen wir alles mit. Können wir alles brauchen. So, und hier können wir noch was entsperren. Ich speichere mal eben. Ich glaube, die Terminals gehen aber nach 10 Sekunden wieder in links. Warte mal, Mail-Maus. Ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig? Wird die Zahl der richtigen Buchstaben sowohl Position als auch Buchstabe selbst auf dem Bildschirm angezeigt? So, hi Frank R hier. Ach. Ja, der Frank. Jetzt, ach. Ich hab schon gedacht, ja, Silencer zockt. Der Name kam mir so bekannt vor. Ja, grüß dich. Hi. Lange nichts mehr von dir gehört. Ich hab grad kurz überlegen müssen. Aber doch, Silencer zockt. So hast du doch immer auf, ähm, auf YouTube geheißen, ne? Hast du nicht nur einen Kanal? Ja. Wir kennen uns. Wir kennen uns aus der Schule. Um das jetzt mal gerade zu spoilern. Wir waren zusammen in einer Klasse. Ach, das ist ja, das ist ja krass. Das ist ja der Hammer. Wie hast du mich denn gefunden? Sag mal. Das ist ja... Äh, so. Ich muss mal gerade gucken. Einen Treffer. Man kann, glaub ich, auch irgendwie das Ding zurücksetzen. Warte mal. Man musste, glaub ich, zwei Klammern in einer Reihe finden. Und dann konnte man die Versuche wieder resetten. Wie war das noch? Hier, sowas zum Beispiel. Falscheintrag entfernt. Okay, ich hab aber immer nur noch einen Versuch. Konnte man das nicht irgendwie löschen? Dass man wieder vier Versuche hat. Äh, nee. Irgendwie war das. Schade, ich find keine Klammer mehr. Ja gut, egal. Das wird ja gleich resettet. So, ein Treffer bei Bear zum Beispiel. Das heißt, das A, warte mal, A. Das A wird richtig sein. Cash vielleicht? Nee. Okay, wir müssen noch zehn Sekunden warten. So. Lange wohnen hier in Wirges seit 2013. So. Impera hat dich gehostet. Ach so, kennst du, äh, den Kai kennst du auch? Also Impera. Ach, das ist ja krass. Ich wusste gar nicht, dass, dass, äh, den Kai kennst. Nee, Frank und ich waren, ähm, in der, in der Realschule in Wirges. Ich wohne aber auch nicht mehr in Wirges. Also, ich wohne jetzt in, äh, in dem, in dem Ort mit M in der Nähe. So, Into. Warte mal, Andy ist ein Treffer. A, N, D, Y, A, N, D, Y, A, N. Deni. Sanctuary Hills. Die Petro. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an. Aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Küchendiät. Was? Wahrscheinlich sehr schlank, der Gute. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für sieben Ampullen Dayripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag eine rein. Alles, was recht ist. Und die, um die Gänge zu kommen. Ist das ein Drogenhändler? Das klingt fast so. Versuche immer noch, ihr etwas Buffer zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob das Zeug wirklich kippt. Und falls ja, will ich wirklich, dass er diese Neanderthal in sich reinschmeißt. Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viele dafür hinlegen will. Ich fühle mal bei meiner Armee-Connection vor. Vielleicht bringt das ja was. Es scheint ein Drogenhändler zu sein. Sie schulden mir immer noch Geld für die letzte Lieferung. Excell. Dabei bin ich gar nicht mehr so sicher, ob die wirklich für sie war. Denn so wahr mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als Kohle. Aber über das Reden sind wir sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass die einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen. Im großen Schlafzimmer, unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu hacken. Okay, ich glaube, den haben wir auch schon aufgemacht. Okay, das lesen wir mal später. Ich will jetzt nicht alles hier durchlesen. So, ja, der ist bei mir auf dem Discord. Ich kenne ihn durch den Rotzlöffel und den Cleriker. Muss aber gleich schaffen. Schönen Abend euch allen. Danke dir auch. Dann frohes Schaffen auf jeden Fall. Ich vermute mal, dass du noch da arbeitest, wo ich wusste, dass du arbeitest. Dann hast du wahrscheinlich Nachtschicht. Und danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Coole Sache. Hätte ich nicht gedacht, dass du mal hier reinschaust. Hat mich echt gefreut. Muss ich echt sagen. Sau coole Sache. Positiv. Alles klar. Scheiß, Rettkackalacke. Das ist der Hammer. Da gehst du auf Twitch, weißt du, und dann kommt erstmal ein alter Schulkollege von früher rein und sagt Hallo. Das ist der Hammer. So. Angel. Ja, die brauchen wir bestimmt. Hier so einen, so einen dreiäugigen Fisch angeln oder so. Ja, natürlich. Ach, das wäre cool, wenn es hier sowas gäbe. Aber ich glaube, das hat wieder so rechtliche Gründe. So, mal kurz AFK. Alles klar. Nachtschicht. Ja. Ich glaube, wir haben auch gleich alle Häuser. Das heißt, ich könnte mal gleich die Werkstatt aktivieren. Ich gehe aber gerade nochmal hier gucken. Schreibmaschine, Klebeband, Skalpell. Was gibt es hier noch? Hier ist nichts mehr. Da hinten sind auch noch, ach, da ist ja auch noch ein Haus. Oh Gott. Ich hatte ja vorher keine Zeit mehr, mich hier umzugucken. Ich musste ja in die Vault. Ach nee, hier war ich. Hier bin ich gewesen. Ich glaube, dann haben wir alle Häuser, ne? Gut. Ich lege das gleich mal alles ab. Das brauche ich nämlich erstmal nicht. Hier ist noch ein Ölkanister. Kann man immer gebrauchen. Kaffeekanne. Für den guten Kaffee-Harg. So, Sonnenbrille habe ich. Sonnenbrille können wir gleich mal gucken, wie das bei ihm aussieht. Aber wir haben ja schon gesehen, dass ich mich leider nicht drehen kann, dass ich sehen kann, wie ich damit aussehe. Ach komm, wir ziehen sie mal an. Vielleicht sieht ja die Sonnenbrille ganz gut aus. Schauen wir mal. Brille haben wir eben schon gehabt. Sonnenbrille. Ja, ne? Es ist super, dass ich mich nicht um mich selbst drehen kann. Sonst könnte ich ja mal gucken. Aber, hm. Ist Talibis gleich und hoffentlich chillig? Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass du heute Abend keinen stressigen Arbeitstag kriegst. So, du kannst jetzt die Werkstatt benutzen. Mit der Werkstatt kannst du Objekte, Gebäude in der Nähe bauen und anpassen und entfernen. Du wechselst mit Ffeil links, Ffeil rechts zwischen den Optionen mit hm, wählst du das Objekt der Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke E, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändert sich die Position des Objekts und deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du ein Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in deinem Inventar oder im Inventar der Werkstatt befinden. So, ich mache erst mal folgendes. Transfer. T, gesamten Schrottlagern. Jetzt haben wir das schon mal weg. So, und ich habe es immer gerne, dass ich Waffen und Klamotten trenne. Ich gucke mal gerade, können wir uns hier vorne irgendwie mal einen Schrank oder sowas hinbauen? Weil ich will das nicht hinten reinstellen, weil dann muss ich immer hinten in den blöden Raum laufen. Das will ich eigentlich nicht. Können wir nicht mal hier irgendwas hinbauen, was so ein bisschen nach Werkstattschrank aussieht oder so? Hier so eine, so eine Kommode vielleicht oder so einen kleineren Schrank. Hier sowas hier vielleicht. Warte mal, ich kann doch hier bestimmt, ja guck mal hier, das können wir doch, das Ding braucht kein Mensch. So, die Schaufel, packen wir auch mal weg. Werkzeugkasten, den kann ich auch mal wegpacken. Ich packe hier mal einen Schrank oder sowas hin. So, warte mal, hier Behälter, wie sieht der aus? Der sieht doch ganz gut aus. Der passt genau da drunter, guck mal. So, dann können wir nämlich hier vielleicht mal Klamotten oder so reinpacken. So, die ich jetzt gerade nicht brauche. Kleidung, was brauche ich denn nicht? Brille brauche ich nicht. Greaser, sauberes blaues Kleid, schmutziger Anzug, T-Shirt und Hose, Vault-Tec-Labor-Kittel bringt zwei Intelligenz. Da muss man ein bisschen aufpassen. Manche Klamotten bringen Parkpunkte, deswegen den hebe ich auch mal auf. So, Engels LP, ich finde dich manchmal etwas überlichtet. Wenn das Spielbild sehr hell ist, kannst du den Strahler etwas dimmen? Nein, der ist leider nicht dimmbar. Ich habe den sogar schon ein bisschen modifiziert und habe zwei Klebezettel drüber geklebt, damit der nicht so hell ist. Darfst du keinem erzählen. Ähm, das ist leider so. Ich könnte höchstens mein Bild nachher mal ein bisschen dunkler machen oder den irgendwie anders noch dimmen. Ich gucke da beim nächsten Mal. Ich will da jetzt nicht dran rumfummeln. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, dass es manchmal ein bisschen hell ist, ja. Äh, so, Waffen lege ich mal hier oben rein, die ich jetzt gerade nicht brauche. Impro-Pistole, ich habe drei, brauche ich nicht, den nehme ich mal noch mit. So, das hier, divers. Achso, wir haben ja noch das Holoband von der Frau. Das können wir uns von der Nora, das können wir uns auch gerade mal anhören. Dann lass es so, lass ich auch. So, hier, hey Schatz. Rein, die Kassette. Ups. Na nein, der Leiter ist immer weg. So ist es richtig. Und jetzt sag's. Nein, nein. Na los. Hallo Schatz. Hör zu. Ich glaube schon und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig auch. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt, jetzt schauen, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staubel mal mein Juradiplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal, wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag, auf Wiedersehen, schauen wir. Tschüss. Sag, tschüss. Wir lieben dich. Richtig auch. Schick euch ganz kurz so lange in den Pause-Screen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Irgendwie passt das Lied gerade zur Stimmung. Ich weiß ja auch nicht. Gerade wiedergekommen, dachte so, hm, irgendwie so ein bisschen, also jetzt gerade im Ötland angekommen und dann so ein bisschen Klaviermusik. Das ist schon irgendwie, ja, kann man so lassen, würde ich sagen. So, ich gehe mal kurz wieder hier hin. Hallo, da bin ich wieder. Und wir schauen uns jetzt mal in Concord ein bisschen um. Da soll es ja angeblich ziemlich abgehen mit irgendwelchen Überlebenden. Ich gucke mal. Ich glaube, häusertechnisch waren wir jetzt durch. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr gesehen, außer die paar Nachrichten da auf dem auf dem einen Rechner. Aber das sind jetzt auch, glaube ich, nur Sachen von diesem Drogenhändler gewesen. So, wie gesagt, bauen mache ich später. Was, hier ist anscheinend irgendwas direkt. Unten auf dem Radar sieht man übrigens Orte, die wir noch nicht entdeckt haben. Diese Symbole und diese Hütte hier, dieses Zelt oder was das ist, soll direkt hier vorne sein. Ich gehe da mal gerade hin. Das muss direkt hier ein Sanctuary sein, weil das sehr groß ist. Ich gucke da mal eben. Oder ist das jetzt nur, weil das Symbol so groß ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, weil das Symbol so groß ist. Ich will halt nicht hinlaufen. Man muss nämlich aufpassen, wo man hinläuft, gerade am Anfang. Denn desto weiter man in den Süden kommt, desto schwieriger werden die Gegner. Oder ich glaube, desto weiter man weg geht von seinem Startpunkt. Ich meine aber, es wäre südliche Richtung. Je weiter man mal zu Süden kommt, desto härter werden die Gegner. Das heißt, solange wir uns erstmal hier in und um Concord, da vorne übrigens, Concord, aufhalten, ist erstmal alles gut. So, Granaten. Um Granaten zu werfen, rüste sie aus, Pip-Boy enthalte, linke Alt gedrückt und lass wieder los. Machen wir doch bestimmt. Mein Gott, hier. Ganz und Autos in den Fluss hier geworfen. So, ein Raider. Stimpack, Improbistole, Gammler Outfit. So, ich nehme den mal eben hier, den jungen Herren. Der blockiert mir hier die Straße. Das geht so nicht, junger Mann. Sie können hier nicht einfach rumliegen. So, tschüss. Kann ich den Hund hier auch entsorgen? Gegenstand ist zu schwer, um getragen zu werden. Ah, schade. Aber, aber den Typen. Weißt du, der Hund wiegt mehr als der Typ, oder wie? Ist klar. Was ist das für ein Hund? Sag mal. Wahrscheinlich hat er zu viel Blei gegessen. So, hatte ich jetzt, ich muss mal gerade gucken, ob die Klamotte, die der dabei hatte, ein bisschen mehr Schutz bietet. So, fünf ballistischer Schaden, sieben Energieschaden. Also, das sehen wir an dem, an dem, an dem Symbol unten. Voltanzug bringt fünf und zehn Strahlungsschutz. Bietet null Strahlungsschutz. Strahlung ist immer so eine Sache. Kumpel. Ja, komm, ich lass erstmal, ich lass erstmal den Voltanzug an. Wir können da nachher noch ein paar Sachen drüber anziehen, die auch noch ein bisschen Schutz bieten. So, hier kommt jetzt ein ganz wichtiger Begleiter. Genau, Dogmeat. Hey, Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh, ich befürchte, die Sonnenbrille sieht genauso bescheiden aus. Schau deinen Hund an und drücke E, um Befehle zu erteilen. Das kenne ich noch. Der Hund hat etwas gefunden. Oh ja, Stimpack nehme ich. So, Dogmeat ist allein deswegen schon gut, weil er gerne mal Gegenstände findet, wie man gerade gesehen hat, die man sonst vielleicht übersehen würde, mit dem ganzen Gewusel hier. Und er kann auch ganz gut eigentlich Gegner töten, also zumindest die einfachen. Später wird es dann, naja, ich weiß halt nicht genau, wie das ist, ob die Begleiter so mitleveln. Also, man kann Dogmeat halt keine Waffen geben. Der hat halt nun mal nur seine vier Pfoten und die Zähne und sein Gebiss quasi. Aber so quasi für Sachen zu erkunden, ist der eigentlich schon gut. Gerade wenn man so durch eine Stadt läuft und dann links und rechts mal so ein bisschen ablootet, dann findet er schon das ein oder andere. Man kann ihn auch auf Reise schicken, dass er, also was heißt, auf Reise auf, also Suchbefehl erteilen, dass er einem irgendwas suchen soll, Munition oder, oder Heilgegenstände. Das ist immer ganz, ganz praktisch. Was ist denn da los? Ey! Ich glaube, es hackt. Ich dachte, was ist hier los? So, Silbertafellöffel. Warum hat eine Maulwuchsratte einen Silbertafellöffel dabei? Ich frage einfach nicht. Oh, das war es noch nicht. Ich habe doch gerade noch eine gehört. Da oben irgendwo. Ah, die hat sich wieder eingegraben. Die kommt bestimmt gleich hier raus. Maulwuchsratten sind auch so unnütz. Die können einfach nichts. Die tauchen irgendwo auf, gehen einmal auf den Sack und verschwinden wieder. Das sind so nervige Gegner einfach in Fallout, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, Plastikteller nehme ich mit. Da war noch ein Telefon. Ganz wichtig. Falls meine anruft, habe ich jetzt ein Telefon dabei. So, ah, ich habe sie gehört. Da ist sie gerade wieder irgendwo rausgekommen. Ah, ja, ja. Moin. Na, wollen sie was bestellen? Ja, glaube ich nicht. Tschüss. Geht direkt hinter den Dresen. Unverschämtheit. Wo macht man denn sowas? Unglaublich. So, ich glaube, das müsste... Achso, hier war noch ein Terminal. Da wollte ich mal gerade gucken. Red Rock Terminal. Mal gucken, ob wir hier irgendwelche Infos kriegen. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben und passen den an. Na ja. Rosa, was? Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Okay. Sichere Verwahrung. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen heute Morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn du uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich da Nein sagen? Okay, da ist eine Höhle unter dem Laden. So, Bremsen ausgetauscht. Okay, das sind wahrscheinlich alles nur Arbeitsberichte. Monatsinspektion, okay. Ups. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so interessant. Ich gucke da nur immer durch, weil manchmal kriegt man in den Texten Hinweise auf irgendwelche Orte oder sonstige Infos, aber hier gerade nicht. Gut, alles klar. So, hier ist irgendwo ein Zugang zu einem unterirdischen Lager oder Raum. So, Baurüstung. Haben wir leider noch keine. Freue ich mich auch schon drauf, wenn wir die nachher kriegen. So, Zigarrenkiste. Nehme ich sehr gerne. Rüstungswerk, Bank, Mülleimer ist leer. Ja, wo ist jetzt hier? Oh. Wo ist jetzt hier das Lager? Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Das war hier, irgendwo war hier ein Zugang, aber ich weiß nicht mehr, wo. Hat er gesagt, direkt da drunter, aber. Irgendwo ist hier eine Klappe oder sowas oder ein Kanaldeckel oder so. Wird ja wohl nicht bei der Tankstation sein. Hm. Ich weiß doch genau, dass es hier war. Oder doch im Haus. Warte mal, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, das war draußen. Also hier ist keine Tür. Hier ist auf jeden Fall noch ein Knopf, aber ich glaube, das ist nur, ja, das ist nur fürs Rolltor. Äh, bin gerade ein bisschen überfragt. Was gibt es hier irgendwo? Ah, da ist noch eine Baulwurfsratte, oder? Wo war das denn, sag mal? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß, dass es hier irgendwo so einen unterirdischen Zugang gibt, aber ich weiß gerade nicht, wo. Wir finden den schon. Der kann nicht weit sein. Ich will die gerade noch ein bisschen genauer an. Hier vorne waren die Maulwurfsratten. Die kommen ja wahrscheinlich irgendwo da raus. Und die haben die Fässer weggeschafft. Kann man das irgendwo als Referenz nehmen, dass hier irgendwo Fässer rumliegen? Gibt es doch jetzt nicht. Ich finde diesen blöden Eingang jetzt nicht. Das gibt es doch gar nicht. Oh, wir haben ein Level ab. So, hier liegen Fässer rum, aber hier ist kein Eingang. Da liegt auch noch ein Fass. Das ist ja unfassbar. So, Telefonzelle. Das gibt es doch nicht. Ich lasse gleich Dockmeet danach suchen. Hier am Berg vielleicht? Nee. Ich weiß sogar noch, wie das aussah. Das war so ein unterirdisches, komisches Lager. Das gibt es doch nicht. Ich bin wahrscheinlich schon dreimal drüber gelaufen. Ah ja. Moin. Ich muss auch gleich mal leveln. Ganz kurz. Ah, die Sonnenbrille sieht doch nicht so schlecht aus irgendwie. Ach, noch so einer. Blutkäfer. Bäh. Kronkorken hat er dabei gehabt. Das ist schön. So, jetzt hier. Unterirdisches Lager. Verdammt. Wo ist es? Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Nee, da nicht. Ich finde dieses scheiß Lager nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Weiß genau, dass das hier irgendwo war. Nochmal lesen. Was stand denn da? So, geschäftliche Einträge. Sichere Verwahrung. So, versteck sie einfach bei den anderen. So, hä, wenn die Natur in der Höhle direkt unter dem Laden. Direkt unter dem Laden. Ja, das muss doch hier... Aber hier ist doch nichts. Das kann doch, wenn nur hier irgendwo sein, oder? Aber hier ist nix. Sonst gehen wir erst mal weiter. Ich würde es nicht die ganze Zeit hier absuchen. Ich weiß gerade nicht, wo das ist. Ich weiß, dass hier irgendwo so eine Klappe oder sowas ist, wo man rein kann. Aber ich finde das jetzt gerade echt nicht. Verdammt. Hier vielleicht bei dem Schild. Hier sind auch Bierflaschen, die ganz wichtig... Äh, Schlosserhammer nehmen wir auch mit. Ne, ich finde das gerade nicht. Tut mir leid. Ist das hier vielleicht irgendwo eingezeichnet auf der Karte? Lokale Karte. Oh Gott. So, da ist die Red Rocket. Oh Gott, was ist das denn? Äh. Ja, das sieht sehr gut. Das sieht aus wie ein Satellitenbild. Hier ist irgendwas komisch. Aber das ist schon wieder außerhalb. Ne. Okay, ich drehe noch mal eine Runde jetzt um den Block. Und wenn ich jetzt nichts finde, gehen wir weiter. Ist mir sonst zu doof. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Direkt unter dem Laden. Können wir den Dockmeter vielleicht nachsuchen lassen? Warte mal. Ah, hier. Oh Mann, ja. Alles klar. Okay. Hier ist der Eingang. Weißt du, schön die Leuchtpilze drumherum gepflanzt, damit man es auch ja nicht übersehen kann. Nur ich sehe es natürlich nicht. Entschuldigung. So. Ei, ei, ei. So. Hier ein Pilz. Aha. Werde ich damit intelligenter? Na, hier kommen die alle her. So. So. So, der andere hat sich, glaube ich, Dockmeet gekümmert. Hey. Alter. Die wollte aber mal gerade woanders hin, du. So. So, lauter schöne Bierflaschen. Kühlmittel. Gibt es ja noch irgendwas Tolles? Was das? Vor allem haben die hier alles einfach umhin geschmissen. Und warum sind hier Muscheln? Was? Wieso sind hier mitten in der Ödnis Muscheln im Keller? Da auch. An dem Fass. Was? Warum? Oder die waren da schon dran. Besen. Ja, das ist wunderbar. Oh, hier. Braminfleisch. Quartrone. Molotow-Frocktil. Becher Glas. Okay. Doch relativ groß hier, ne? Oh, was ist das denn? Ah, hier geht es rund. Oh, ein Fusionskern. Okay, das hat sich dann doch... Was ist das denn hier? Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit dem höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages. Und wir begrüßen Ihren innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerard Phillips. Ja, da haben Sie sich ja genau die Richtigen ausgesucht. Müllvermeidung. Weißt du, einen halben Atomreaktor hier unten, die ganzen Fässer. Aber einen Preis dafür gewonnen, dass Sie dann die Müllvermeidung erfolgreich durchführen. Ist klar. Wieder da, WB, liebe Mr. Ali. WB, hier ist noch... Oh, hier geht es ja noch weiter. Hier geht es ja noch. Was? Da schüttelt die sich erst mal. So, was? Genau, Pinsel, Kaffee, Kanne. So, da ist noch ein Tresor. So, hier schon wieder Muscheln. Warum? Wir sind doch hier nicht... Trinkst du Wasser, stellst du Gesundheit wieder hier. Nicht gereinigtes Wasser verursacht Strahlungsschaden. Ja. So, da müssen Sie vorsichtig sein. Wir haben nur sechs Klammern. Ah, nein. Die Haarklammern von damals sind auch nicht mehr das von heute. So. Das ist wie das. Kamerakleber, da nehme ich alles mit. Also für den Fusionskern hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt, weil der ist für die Powerrüstung. Später, wenn wir denn eine kriegen. So, da hatte ich alles geguckt. Da war der Atomreaktor. Schön. Gut, dass ich es noch gefunden habe. Ich habe mir schon gedacht, das muss doch da irgendwo auf dem Gelände sein. Aber ich konnte mich an den Zugang nicht mehr erinnern. Das ist einfach zu lange her. Ja, die Ladescreens bei Fallout sind furchtbar. Das ist das Einzige, was so ein bisschen leider nervt. Es ist egal, ob man raus ins Ödland geht oder in ein ganz kleines Haus. Die Ladescreens sind unheimlich lang, teilweise. Also ich habe bei Leuten ins Let's Play geguckt. Die hatten teilweise eine Minute Ladescreen. Das ist absolut unnormal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hund hat etwas gefunden. Warum steht da nicht Dogmeat? Der heißt doch Dogmeat, oder? So, wo hast du denn was gefunden? Ja, komm. Ja, fein. Treppe rauf. Okay. Ja, was haben wir denn da? Oh, Psycho. Mensch, ein Hund, der Drogen findet. Das ist ja... Das wollte ich schon immer haben. Ja, geil. Ein Drogenhund. So, das Schloss ist schwer. Jetzt bekommt der Begriff auch eine richtige Bedeutung. Naja, gut. Ich weiß ja nicht, als was er ausgebildet wurde. Oh, Quantum Cola. Okay. Konkord. Okay. Ja, heißt der doch eigentlich. Deswegen, ja. Da stand gerade Hund. Also entweder ein Anzeigefehler vom Spiel, oder... Kann man den jetzt neuerdings benennen? Das wäre mir neu. So. Ha, schöne Westernstadt hier. Da vorne wird irgendwo geschossen. Ah, da vorne geht's rund. Ja, da gehen wir gleich hin. Ich weiß nämlich, was da ist. Deswegen, ich gucke mich erst noch ein bisschen um. Das Gute ist, dass die meisten Häuser hier zu sind. Das sage ich nicht ohne Grund, weil... Ich habe das Bedürfnis, immer alles abzusuchen. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, aber... Das ist wirklich... Ich muss in jedes Haus, ich muss alles aussuchen und gucken. Weil man könnte ja was übersehen. Und das ist bei Fallout wirklich ganz, ganz schnell passiert. Wenn man nicht irgendwo mal reingeht. Irgendwo hochklettert. Da liegt dann irgendwie die absolut beste Waffe. Und man hat sie übersehen und ärgert sich nachher. So, ich speichere mal nicht, dass die da jetzt sterben. So, die Häuser sind alle zu. Das ist ganz toll. Ja. Auch, aber ich glaube, in die Kirche kommen wir rein, oder? Ja, ja, ich komme gleich. Ich schaffe das noch ein bisschen, ne? So. Irgendwann geht denen auch mal die Munition aus. Dann haben wir es eh ein bisschen einfacher. Mein Gott, der hat aber einen langen Atem. Der lädt gar nicht nach. Das ist ja wie bei Rambo. Oder wo war das? Bei Hotshots? Ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite Teil ist. Da steht er auf dem Boot und schießt und schießt. Und irgendwann ist das ganze Boot voller Patronenhülsen. Geht da nicht sogar noch einer hin und macht das mit der Schaufel irgendwie weg? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt nochmal helfen. Das wird mir da unten zu bunt. Hier ist sowieso nichts Tolles. Das ist so eine Anspielung darauf, dass in manchen Filmen einfach ewig geschossen wird, ohne nachzuladen. Und das ist hier gerade auch der Fall. Mein Gott! Was hat denn der für ein Magazin da drin? So, hi! Ah, das passiert, wenn man kein Glück hat. Dann schießt man nämlich immer über den Kopf. Ah, das hat funktioniert. Sehr gut. Was gab's denn? Improautomatikpistole. So, ich geh mal ein bisschen in die Deckung, ne? Ah, hi! Ah! Ich glaube, hier ist irgendwo ein Sound eingefroren. Kann das sein? Hört mal. Wenn ich hier stehe? Ja, da ist der Sound eingefroren. Ach nee, ist das schön. Ich dachte schon, der schießt hier unten. Ja, das... Toll, hier ist der Sound hängen geblieben. Ich hoffe, das kriegen wir gleich weg. Weil nicht, dass wir dann hier hinkommen und jetzt mal das Maschinengewehr rattern hier. Toller Back. Das ist ja wunderbar. Das ist... Okay, alles klar. Ich meine, vielleicht näht hier auch einer. Also, ich meine, ne? Also, kann ja auch sein. Der näht sich hier einfach neue Klamotten. Das ist ja auch kein Thema. Schön mit der alten Nähmaschine. So. Ja, ich gehe gleich rein. Das nervt, ich weiß. Entschuldigung, ich muss noch gerade ein bisschen looten. Bierflasche, Medlex, Psycho, wunderbar. Ich glaube, ich benutze so gut wie nie irgendwelche Drogen oder Zusätze. Außer Stimpaks. Ganz selten mal, wenn ich mal irgendeinen Perk vielleicht erhöhen will oder so. Aber so Sachen, die jetzt zum Beispiel die Antriebspunkte wiederherstellen, ich glaube, das benutze ich fast nie. Cooler Beat. Aber wir müssen jetzt weiter. So, Lasermuskete. Eine der besten Waffen im Spiel. Nicht. Ist wirklich so. Also die Lasermuskete ist so das sinnloseste Gewehr, was es gibt hier in Fallout. Finde ich zumindest. Also ich habe noch keinen besonderen Nutzen für die gefunden. Es gibt wesentlich bessere Waffen. Ah ja. Also der Ton hört nicht auf, wenn man weggeht. Ich glaube, ich muss erst ins Gebäude gehen, dass das sich resetet. Okay, dann gehen wir mal rein. Das ist einfach der Ton hängen geblieben. Unglaublich. So, komm. Museum der Freiheit. Oh, endlich. Entschuldigung. Ja, so ganz bugfrei ist Fallout leider nicht. Wobei, das ist mir glaube ich auch noch nie passiert. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade. Ja, ne, die schießen da oben. Okay, das ist ja egal. Äh, sind das Raider? Achso, ja, Tatsache. Komm, mach doch mal. Mach doch mal da die. Ja, genau. Ja, komm, treff doch mal. Mal so probieren. 13 Prozent. Das wird wahrscheinlich nichts. Aber das ist eh fast tot. Nee, das wird nichts. Ist zu weit weg. Nur. Ach komm, ich geh nach oben. Hey, moin. Achso. So, irgendwo ist hier noch einer und schießt auf uns. Oh, verdammt. Ich muss mal die, äh, warte mal, wie war das mit, äh, Favoriten? Ich muss mal gerade mir die, das Stimpack auf die Eins legen. Erstmal ein bisschen Wasser trinken. Ist schon mal gut. Äh, Stimpack war Favorit. Und dann lege ich mir das mal auf die Eins. So, wer schießt denn hier noch? Ich muss mal woanders hin. Hier, ich werde hier, das ist eine Scheißposition, wo ich bin. So, irgendwer hat da ein bisschen größere Wurmer am Start. Halt damit, was schießt der da? Das klingt irgendwie gut. Irgendwie auch nicht. Ach, guck mal da oben. Achso, das ist, ah, das ist, das ist einer von unseren. Ich glaube, das ist die Lasermuskete, ne? Aber, verteuscht euch nicht. Man muss die Lasermuskete, glaube ich, nach jedem Schuss nachladen. Das ist echt schlimm. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Es sei denn, der hat eine, die mega aufgerüstet ist. So, hier gibt es überall nix. So, hi. Tschüss. So. Der streicht da unten noch ein bisschen die Wände. So. Ich das hier so angucke, hat das auch einen Anstrich bitter nötig. Oh, hallo. So, wo geht's denn hier hin? Ah. Computer Terminal, Einsteiger. Ja, das können wir sogar machen. Du trägst zu viel. Scheiße, geht schon wieder los. Nein. Gut, Kleidung, glaube ich. Hier. Das ist gegen Strahlung. Hier, Gurtzeug. Das braucht, glaube ich, kein Mensch. Warte mal hier. So. So, Lederkombi habe ich auch zwei. Brauche ich nur eins. Lederrüstung lege ich auch mal zwei ab. So, jetzt sind wir schon wieder Milizhut. Charisma. Ja, komm. Sackkapuze. Alles, was ich jetzt doppelt habe, lege ich erst mal ab. So, das ist, ja, fünf. Hm. Okay. So, mal eben speichern. So, da will ich rein. Was haben wir denn? Alert. Alert. Ein Treffer. A, L, E, R, T, A, L, E, R, T, A, Hm. Okay, dann leert. L, E, R, T, L, E, R, T, L, E, R, T, L, E, R, T. Äh, Notes. Okay, ähm. L, E, R, T. Also, T ist an der richtigen Stelle, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh. Bin mir gerade echt unsicher. Bin mir immer nicht sicher, ob ich das Hacken richtig verstehe. Aber ich glaube, das T müsste jetzt an der richtigen Stelle sein. Das heißt doch. Aber ich habe nichts mehr mit T. Hä? Ach, Level Up müssen wir auch noch machen. Scheiße. Ich hab's vergessen. Äh, warte, ich lösche nochmal die... Ich gucke mal, ob das jetzt funktioniert mit dem Löschen. Habe ich irgendwo zwei Klammern? Äh. Das hatte eben nämlich nicht geklappt. Hier. Versuche zurückgesetzt. Jetzt haben wir wieder vier Stück. So, Alert war es nicht. Adapt war es nicht. Notes war es nicht. Slave? Nee. Vielleicht ist doch das S. Nee. Oh, scheiße. Äh. Raids? Oh Gott. Äh. Ja, komm. Ich war wahrscheinlich eh das falsche Wort. Mal gerade zehn Sekunden warten. Oder kann ich hier... Ach, guck mal. Ich kann... Ach, ja, komm. Geht auch. Dann machen wir es gerade so. Bevor wir uns dann mit dem Hacken jetzt ewig aufhalten. Das ist schön. Manchmal hat man die Wahl. Dann kann man entweder das damit machen oder mit dem Computer. Scheiße. Jetzt kann ich die anderen Raider gar nicht mehr looten. Weil ich sonst zu viel trage. Springmesser brauche ich nicht. So, da ist noch einer. Ballert fleißig vor sich hin. Yeah, mit der coolen Sonnenbrille. Sehr schön. So, ich nehme jetzt mal nur noch das mit, was ich so brauche. Was keine... Kein Gewicht... Brauch. Red Wave, Psycho... Also Patronen und sowas und Hilfsmittel nehmen zum Glück kein Gewicht. Nur Klamotten, Schrott und Waffen. So, Plastikkabel, Schraubenschlüssel. Lass ich jetzt erstmal liegen. Müssen wir halt nachher nochmal. Kronkorken nehmen, glaube ich, auch kein Gewicht. Muss ich halt später nochmal wiederkommen. So, wo sind denn die anderen? Das ist viel zu ruhig hier. Ach, hey. Oh, Entschuldigung. Muss mal kurz stören. Ach, scheiße. Ich habe keine Aktionspunkte mehr. So, für den daneben reicht es aber noch. Ui, da spratzt es aber raus. Schade, ich hätte gerne mal einen kritischen Schäfer gemacht. Alter, Finne. Da fliegt aber alles durch die Gegend. So, Kreuzschlüssel. Nein, brauche ich nicht. Munition. Oh, Schrottpatronen. Und doppeldäufige Schrottflinte. Kann ich die tragen? Ah, scheiße. Weil die Schrottflinte hätte ich gerne. Äh, scheiße. Okay, Schrott. Was wiegt denn hier viel? Kann ich das sortieren? Äh, nein. Das mache ich gleich. So, Wert, Gewicht. Da war es doch gerade. Gewicht. So, Aschenbecher. Nein, das glaube ich kaum. Löscher. Oh ja, der wiegt 6. Weg damit. Das ist viel zu schwer. Tschüss. Brutal. Oh ja, definitiv. Dö, 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 dö. Na, wer kennt es? So, Gidia Buttercup. Improgewehr. Molotov Cocktail. Ja, lass ich erst mal da. 10 mm Patrone. Ich beschränke mich jetzt erst mal auf die Sachen. So, da müssen wir hin. Ich gucke erst mal hier gerade. Aber ich glaube, hier war nur der Boden weg. Okay. So, doppelläufige Schrottflinte. Die können wir doch direkt mal ausprobieren. Wo habe ich die denn? Ach, guck mal hier. Ich habe auch schon wieder viel zu viele Pistolen mitgenommen. Doppelläufige Schrottflinte. 45 Schaden. Aber ich glaube, die hält nur zwei Patronen. Klar. Ja, kommt mal hier hin. Genau. Perfekt. Dogmeet. Das ist jetzt schlecht. So, hi. So, jetzt geht es rund. Bam. Hi, hi, hi. Ach, schön. So, wer will noch mal? Ach, du willst auch noch? Ja, komm her. So, ciao. So, leichte Kleidung. Braucht auch kein Mensch. Finde die festsitzenden Siedler. Ja, doch. Bleib doch mal ruhig. So, die sind nämlich schon da vorne. Jetzt mache ich erst mal folgendes. Erst mal durchatmen und erst mal hier. So. Wir haben zwei Punkte. Ich wollte... So, Stärke. Dann können wir mehr tragen. Das ist schon mal sehr gut. Und das andere packe ich mal in... Ja, für mehr XP auf jeden Fall. Intelligenz ist gut. Nochmal Intelligenz. So. So, bin doch schon da. Keine Panik. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Nein, das ist es nicht. Die Welt hat sich sehr verändert. Die Sonnenbrille. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Hm, ja, ich bin mal nicht ganz so ehrlich. Ich kann hier verschwondene Personen finden. Wir hatten mal ein paar gute Fährten-Sucher. Jetzt sind es nicht mehr viele. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Gule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Nein, das ist es nicht. Schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Offentlich eine gute. Sturtis. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Cooler Haarschnitt. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Achso. Also. Ja. Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standardfusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also. Ich repariere Sachen. Bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Habe ich zufällig in meiner rechten hinteren Tasche? Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann. Okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal heute. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch ohne schaffen. So. Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Guck mal hier. Ja. Wahrnehmungswackelpuppe. Wahrnehmungswackelpuppe. Und gleich noch eine für meine Sprache bitte. So. Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wird dauerhaft um eins erhöht. Yes. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal aufs Dach und holen uns mal die Powerrüstung. So. Wo geht es denn hier aufs Dach? Da hinten. Okay. Vorher gucke ich hier nochmal rein. Das sieht gut aus. Und du hast auch noch was für mich. Wie viel kann ich denn jetzt mehr tragen? Oh. Ganze 10 Punkte mehr. Ich glaube 230 hatten wir eben. Naja. Gut. Ich kann die jetzt nicht alle looten. Das würde zu viel kosten. Zu viel kosten. Aber wenn wir die Powerarmor nachher tragen. Können wir mehr tragen. So. Wie komme ich denn da hin? Durchs Treppenhaus da hinten vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Da hinten ging es nämlich nicht weiter. Warte mal. Wie kam ich denn jetzt in das obere Stockwerk auf der anderen Seite nochmal? Äh. Dogmeat? Weißt du das vielleicht? Weil hier ging es nicht weiter, ne? So. Hier komme ich. Da hinten ist das Treppenhaus. Warte mal. Wie kommt man da? Da muss ich hier durch. Ne. Äh. Warte. Ich muss erst mal nach oben und dann auf die andere Seite. Ah. Ich hätte nicht runterspringen sollen, glaube ich. So. Gut, dass wir schon im Keller waren. Jetzt hätte ich jetzt noch da runter gehen müssen. Ich weiß nicht, ob man auch, wenn man, äh, sich die andere, wo ist jetzt nochmal? Hier. Wenn man sich die andere Energiezelle schnappt, die wir ja, hä? Achso, ich muss noch einen hoch. Die wir ja bei Red Rocket gefunden haben. Wenn man sich die schnappt, ach scheiße, wie komme ich denn da hin? Äh, wenn man sich die schnappt, ob die dann auch reicht oder ob man speziell die aus dem Keller holen muss. Äh. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie komme ich da rauf? Ah, die schießen schon ganz fleißig da oben. Kann ich hier nicht einfach rüberspringen? Ne. Äh. Gerade ein bisschen überfragt. Ist hier nicht irgendwo eine Tür oder so? Gibt doch hier keinen anderen Weg nach oben. Ihr seid witzig. So, da hinten ging es ja nicht rüber. Ich kann hier auch nicht... Hä? Da hinten ist noch hell. Warte mal, ist hier nicht hinten noch... Ne, da ist kein anderes Treppenhaus. Uh. Ja, und der gute alte Preston. Ja, der Preston ist der beste NPC im ganzen Spiel. Ihr werdet noch rauskriegen oder mitkriegen, warum. Der ist der absolut Beste. Ne, jetzt bin ich wieder hier. Das ist scheiße. Jetzt muss ich wieder da hinten durch. Verdammt. Komm ich da... Muss ich vielleicht von außen da hin? Kann ich da vielleicht von hier gar nicht hin? Ich weiß das nicht mehr. Deswegen frage ich gerade. Kann man da vielleicht nur... Ne, oben ist doch eine Tür. Warte, es muss doch von hier gehen. Okay. Warte, das finden wir gleich. So, hier war es nicht. Hier geht es nur in den Keller. Und hier komme ich auch nur wieder hoch. Das kann doch hier eigentlich nicht so schwer sein. Da oben. Weil da rüberspringen ist nicht. Und noch weiter hoch geht es auch nicht. Hä? Ist hier irgendwo eine Leiter, die ich nicht gesehen habe? Wie komme ich denn da rüber? Kann er nicht da hoch fliegen? Jetzt noch mal hier. Hier ist noch eine Treppe. Alles klar. Aber da komme ich ja auch nur... Kann ich da vielleicht rüberspringen? Ich probiere das jetzt aus. Ja, klappt. Okay. Haben wir es so gemacht. Ist mir auch egal. Hätte vielleicht auch irgendwie anders gehen können. Und ich weiß es nicht. Ich bin jetzt einfach rüber gesprungen. Geht auch. Im Zweifelsfall einfach ab durch die Mitte. Bevor ich da jetzt noch ewig rumsuche. Vielleicht muss man das auch so machen. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her einfach. So. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Denn jetzt kommt was ganz, ganz Tolles. Die Powerarmor. So, da steht sie schon. Ich gehe sofort rein. Erstmal hier noch ein bisschen... Ein bisschen was mitnehmen. Hier. Log SSG Michael Daly. Was Delay gelesen. Weil er war ein bisschen zu spät dran. Oh ja. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Floretti und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Brzezinski abgehauen. Habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Bolson Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder was davon noch übrig ist. Ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass er nach Boston ging, um da seine Schwester zu suchen. Vielleicht findet man den ja sogar später noch wieder. Ich habe mir jetzt zwar nicht gemerkt, wie die Straße hieß, aber man kann sich das ja nochmal anhören. Vielleicht findet man ja das Apartment von der Freundin. Und vielleicht sogar ihn. Irgendwie jetzt vielleicht... Oh, die sieht aber nicht mehr so gut aus. Linke Arm ist fast kaputt, rechte Arm ist fast kaputt. So ganz so toll ist die aber nicht mehr, mein lieber Sturges. Hier oben ist jemand. Ui, moin. Was? So, hier erstmal. Hey, das wollte ich machen. Mann. Ich habe den ganzen Spaß weg. So, wie viel kann ich jetzt tragen? Ich muss mal gerade gucken. So, jetzt können wir 310 tragen. Das ist schon mal wesentlich mehr als eben. So, wir können uns auch erstmal hinsetzen. Nein, können wir nicht. So, Kombischraubenschlüssel. So, wie sieht es aus? Oh Gott, das Geräusch ist noch da. Oh nein. Das Geräusch ist immer noch da. So, wo seid denn ihr alle? So, pass auf. Jetzt zeige ich euch mal was. Hey! Man kann nämlich runterspringen einfach mit der Power Armor von egal wie hoch. So, guten Tag, die Herren. Bisschen Bleiregen gefällig. Ciao. So. Ich nehme das mal, ne? So, äh. Ja. Superheldenlandung. Ja, so ein bisschen Iron Man mäßig. Oh, scheiße. Das Geräusch ist immer noch da. Wie kriege ich das weg? Ich will nicht, dass es hier die ganze Zeit rattert. Oh Gott. Da hinten. Okay. Bin schon da. Ich komme. Oh, hier. Das sieht ja viel besser aus. Oh, oh. Ja, ich hab's. Ich weiß. Ich weiß. Ich erinnere mich. Oh, scheiße. Poliskralle. So, ich lasse die erstmal ein bisschen, äh, da die Leute dezimieren. Oder kommt die jetzt direkt zu mir? Genau. Ist da noch einer? Natürlich ist da noch jemand. Natürlich kommst du zu mir. Hi. Na? So, was ist denn bei der nochmal besonders empfindlich? Ich glaub der Bauch, ne? Äh, warte mal. Hier, Bauch. Ja, das bringt... Oh, scheiße. Ich hab genug Munition. Ich weiß es nicht. Ey, lass meinen Hund in Ruhe. Oh, hab ich irgendwie Brandschaden oder sowas? Ah, nein. Aua, lass mich los. Alter. What the fuck? Ich benutze jetzt kein Stimpack. Ich hab grad keine Zeit. Aua. Ich muss nachladen. Ich hab keine Zeit. Ah, scheiße. Oh, nein. Mir ist grad die Dings runtergefallen. Ich bin bestimmt grad ein bisschen hell, äh, hell. Scheiße. Oh Gott, ich sterbe gleich. Ich komm überhaupt nicht zum Nachladen hier. Ich seh nix. Das Ding von der Lampe ist grad runtergefallen. Deswegen bin ich so überstrahlt. Boah. Alter, Finne. So, ganz kurz einen Moment mal eben. Ich muss mal gerade... Das ist gerade sehr blöd. Moment. So. Ich muss mal eben... Geht sofort weiter. So. Ist ja nicht so, dass ich nicht sonst auch verstrahlt wäre, aber das war grad ein bisschen heftig. Puh, Glück gehabt. Das wär fast schief gegangen. Alter, Finne. So, ach, hier lebt noch jemand. Hi. Alter, was ist denn heute los? Oh. Okay. Cool. So, erstatte Preston Bericht. Warum kann ich nicht laufen? Was ist los? Äh, hab ich irgendwie... Oh, ich hab genau ein Gramm zu viel. Ja, okay. Äh, Billard-Kühl brauch ich, glaub ich, nicht. So. Mit Power-Armor überladen. Das schaff nur ich. So, das Scheiß-Geräusch ist immer noch da. So, das Scheiß-Geräusch ist immer noch da. Irgendwo rein und holt's später. So, Kronkorken. Zack. Hast du noch Schönes dabei? Gut Zeug. Brauch dich nicht. Ja, Todeskrallen sind fies. Vor allem, wenn die, wie die gerade, ein bisschen ein höheres Level haben. Deswegen hatte sie den Totenkopf. Wenn Gegner ein höheres Level haben als man selbst, haben die einen Totenkopf neben der Energieleiste. Und die war eindeutig ein bisschen stärker drauf. Das hat man ja gesehen. Aber auch wenn ich ein höheres Level gehabt hätte, wäre die nicht weniger schwierig gewesen zu töten. Die fressen einfach unheimlich viel Schaden. Ich hab irgendwo mal gelesen, dass es wohl eine ehemalige Gecko-Art sein soll. So ein Wüstengecko oder sowas. Der einfach mutiert ist. Oh Gott, hier ist immer noch dieses Geräusch. Wir sind hier verdampft. Achso, das war vorhin schon. Ich glaub, das wird sich nicht mehr resetten, bis ich, äh, bis ich gespeichert hab. So, ich lass die Amor jetzt auf jeden Fall erstmal an. Sonst kann ich gleich nicht mehr laufen. Ich hab schon besser gekämpft. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Preston. Man kann nie genug Freunde haben. Nicht im Cup. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Ja, was jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, es ist ja nicht so, als würde ich da wohnen. Also, ja. Okay, komm ich mit. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren. Seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große, grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City. Juwel des Commonwealth. Es begibt dich nach Diamond City. Da gehen wir auch noch hin. Äh, du bist nutzlos, Alter. Äh, ich brauche mehr. Diamond City. Was ist denn Diamond City? Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht... Ach, so funktioniert das. Klar, wenn ich mir ein paar Drogen einpfeife, dann sehe ich natürlich auch Dinge. Je nachdem. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier... Die Schuhe. Das sehe ich jetzt erst. Wegen wir los. Sanctuary wartet. Tennissocken und Schlappen. Das ist ja süß. Hier ist es sicher, rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als was hier, denn es will kaum... Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also, Mars, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut. Sanctuary. Offentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June. Wir müssen gehen. Okay. So, dann mal los. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen oder so. Ich wollte jetzt nämlich erst mal meinen... Ach, nein. Das Geklacker wieder. Die Nähmaschine ist immer noch da. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ewig so bleibt. Ich wollte hier nochmal looten kommen. Weil die ganzen Raider, die da noch liegen, die haben ja alle noch Sachen dabei. Wobei die Klamotten glaube ich nicht, dass ich die alle brauchen werde. Aber der ganze Schrott, der da noch liegt, ne? Ich hoffe, das geht irgendwann weg, wenn ich das Spiel nachher mal neu gestartet habe und dann nochmal spiele. Weil das verwirrt ja. Da denke ich ja jedes Mal, hier wird einer angegriffen oder hier gibt es irgendwo einen Kampf. Oh, wir haben... Das rechte Bein ist kaputt, ja. Und die linke Seite ist auch im Arsch. Aber wir können das gleich reparieren. Wir haben ja eine Powerrüstungsstation in der Sanctuary stehen. So, ich gucke mal gerade. Ich glaube, mitnehmen kann ich nichts mehr. Ich bin genau 310. Ratatatatatat. Ja, ja. Ich weiß nicht, was da eingefroren ist. Keine Ahnung. So, soll ich schon mal vorgehen oder passiert denen dann was? Ich weiß ja mal. Ich meine, ich weiß ja, wo ich hin muss, aber... Ich weiß halt nicht, ob die... ...ob die überfallen werden. Ich könnte mir halt vorstellen, dass gleich noch ein paar Raider auftauchen. Celebrate History. Ja. Das hängt ja auch schon sehr lange da. Vor allem, dass die Fahne überhaupt noch hängt, 200 Jahre später. So, kann ich die irgendwie... Die ist zu schwer, ne? Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht aussteigen. So. Werdet ihr euch noch einig heute? Oder macht ihr erstmal einen Ententanz davor? Ich glaube, die wussten gerade nicht, was sie machen sollen. Ja, die Wegfindung von den NPCs, die ist manchmal etwas abenteuerlich. Das habe ich schon des Öfteren feststellen müssen. Weil wenn man sich so einen NPC in den Weg stellt, dann kann das schon mal sein, dass er erstmal eine Runde ums Haus geht. Und dann... Und dann dahin, wo er soll. Das ist schon manchmal sehr merkwürdig gemacht. Komm, ich renne schon mal zu Red Rocket. Vielleicht kann ich da schon ein bisschen was ablegen. Man kann die Werkstätten später miteinander verbinden. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich nachher mache. Ich speichere nochmal. Nicht, dass denen gleich da einer irgendwie angreift. Weil wenn man die Werkstätten verbindet, hat man den Schrott zumindest global. Weil ansonsten müsste man in jeder Siedlung Schrott hinterlegen, um zu bauen. Und das kann man zum Glück miteinander verbinden. Ich könnte auch hier gerade meine Powerarmor mal reparieren. Aber ich glaube, ich warte damit lieber, bis ich wieder drüben bin. So, soll ich jetzt was ablegen? Oder... Ich habe jetzt, glaube ich, noch niemanden, den ich hier hinschicken kann. Wir machen das später. Weil ich brauche erstmal einen Siedler, der hier quasi so eine Art Handelsroute muss ich einrichten, nennt sich das. Dann gehen die Siedler immer von Siedlung zu Siedlung. Und dann kann man irgendwie die Schrottteile mit den Werkstätten verbinden. So, hei, hei, hei. Los, schnell zur Sanctuary. Kommt alle mit. Ich kenne den Weg. Ja, wir sind gleich da. Schnarch. So, ich glaube, es wird aber keiner angreifen. Ich hoffe es zumindest. Na, das doch ist, ne, die Red Rocket. Ich dachte immer, die wäre etwas weiter. So, ich habe auch schon ein bisschen aufgeräumt. Die Leiche habe ich schon entsorgt. Nur den Hund hier irgendwie, den kann ich nicht... Ach, verdammt. Ja, ich dachte, ich kann die mit der Powerarmor hochheben. Entschuldigung. Ja, ich steige immer aus mit E. Ich weiß. Verdammt. Sorry. Ich muss gerade gucken, wenn ich jetzt kurz E drücke, dann wird er den wahrscheinlich looten. Ne, ich kann den nicht hochheben. Ich wollte den Hund gerne auf Seite legen, aber das geht nicht. Vielleicht kann ich... Aber ich glaube, die... Die Werkstatt reicht nicht bis hierhin, oder? Ich gucke mal gerade. Ne. Sonst könnte man den Hund entsorgen. Aber das geht nicht. Der muss halt da liegen bleiben. Hund hat einen Gegner entdeckt. Was? Okay, den werde ich aber nicht mit der Dings abschießen. Auf gar keinen Fall. Hä, wo ist er? Warum ist hier noch ein Gegner? Und wo? Dogmeat. Ach, hier so eine Ratkaka. Okay, ich dachte gerade so, was meint denn der? So, wo sind die anderen? Ah, er kommt gerade über die Brücke. Okay, ich gehe schon mal zur Station. Ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr passieren. Die sind ja schon fast hier. Dann reparieren wir gerade mal unsere Power-Amo und ich lege mal den Schrott ab. So, erstmal werde ich jetzt auf jeden Fall die Amo los, weil die Energiekerne oder die, die, äh, na, wie heißen sie denn? Die Fusionskerne, die werden nämlich nach und nach leer und das ist schlecht. So, ich bin gleich da. Ich bin gleich an der Werkstatt. So. Schrottlagern. Ach, endlich. So, jetzt machen wir hier mal wieder ganz. Äh, erstellen. So, die erstmal reparieren. Die sind nämlich kaputt. Können eigentlich auch erstmal alles reparieren. Äh, hier. So, reparieren, reparieren. Reparieren und nochmal reparieren. Und dann muss ich das wieder anlegen mit R, ne? Genau so. Okay, können wir schon irgendwas, können wir schon irgendwas modifizieren? Ich gucke mal gerade, Modell A. Wir können auf Modell B gehen. Dann haben wir mehr Schutz. Verbesserte Schadensenergie, Reffizienz. Wir haben mehr Gesundheit dadurch und können wir auch mehr tragen. Das weiß ich gar nicht. Das wäre schön, wenn das ginge. Ich mache, ich mache mal Modell B. Wir erhöhen erstmal alle auf Modell B. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Schutz. So, rechtes Bein, auch Modell B. Warte mal, bei den Beinen kann ich doch bestimmt... Achso, nee, das ist Lackierung. Warte mal hier. Achso, das kann ich alles noch nicht bauen. Ich brauche benötigeren Wissenschaft 2 und 3. Oh je. Hier kann man bestimmt irgendwo Tragkapazität erhöhen. Ja, das will ich definitiv. Später mal. So, dann hier linkes Bein. Machen wir auch mal Modell B. Kostet alles ein bisschen Zeug. Aber wir haben es ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir kein Kleber mehr. Genau, das habe ich nämlich gesehen. Wir haben kein Kleber mehr. Egal, wir haben schon mal... Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so rostig. Schaut mal, die sieht jetzt wieder ein bisschen schöner aus. Hier der Arm, der ist noch... Das ist noch das Modell A. Aber jetzt sieht die schon mal wieder ein bisschen besser aus. Gar nicht mal so schlecht, ne? Achso. Die Sachen hatte ich hier. Einmal für Klamotten. Gucken wir gerade. So, Gammler Outfit. Das ist gegen Strahlung. Das würde ich vielleicht... Warte mal... Ich nehme die mal mit, falls wir in ein Gebiet kommen, wo viel Strahlung ist. Landarbeiter, Lederkombi. So, Lederrüstung. Würde ich vielleicht gleich mal anziehen. Gucken wir mal gerade. Die Lederkombi hat ein bisschen mehr wie die leichte Kleidung, ne? Ja, komm. Raider Leder. Hanisch. Raider Rüstung. Raider Rüstung. Ich glaube, die ist aber ein bisschen zu schwer noch, ne? Guck mal, die wiegt 7. Und die Lederrüstung nur 2. Ich würde sagen... Ich ziehe erst mal die Lederrüstung an, damit wir ein bisschen Schutz haben. Und später gibt es noch bessere Rüstungen, die dann auch nicht mehr ganz so schwer sind. So, Schutzhelm. Sturmgasmaske. Guck mal, die hat auch... Was wiegt denn mehr? Gewicht 3. Ich glaube, das wiegt beides gleich viel. Okay, dann nehme ich die andere. So, Raider Leder legen wir noch ab. Abgurtzeug. Dann nehme ich die... Da habe ich ein linkes, rechtes Bein. Habe ich noch eine Lederrüstung. Was fehlt mir denn? Linkes Bein. Rechts... Linker Arm fehlt mir. Raiderrüstung, linker Arm, Lederrüstung. Haben wir Lederrüstung, linker Arm? Schade. Gut, dann nehme ich dafür die Raiderrüstung. Dann habe ich wenigstens überall Schutz. So, pass auf. Dann machen wir mal gerade Kleidung. Lederkombi. Das hier, das hier, das hier, das hier. So, jetzt haben wir 11. Und 24 gegen Energieschaden. So, mal gucken, wie sehen wir aus? Ja, sieht doch ganz nice aus mit dem... Mit dem komischen Drahtempfänger da an der linken Schulter. Da kann man bestimmt gute Radioprogramme empfangen. So, das sieht doch schön aus. Speichern wir mal. Ich sehe aus, als würde ich irgendwo in einem... ...in einem Club auftreten, wo den ganzen Tag YMCA läuft. Aber ist mir egal. So, der setzt sich erstmal dahin. Das ist schön. Dogmeat, was ist los? Wo ist der jetzt hingelaufen, verdammt? Äh. In der Sobeld hat er nämlich meistens was gefunden. Und ich dachte, vielleicht habe ich noch was übersehen. Ach hier. Ja, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Wo hast du das gefunden? Ich glaube, der hat nichts gefunden, oder? Nee. Okay. Ich habe hier gelebt. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst. Nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir da gibt. Natürlich. Ich habe auch immer ein bisschen Jet dabei. Jet? Was ist das? Das ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller. Aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Camps stimulieren das dritte Auge. Also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Jaja, die Route ist nämlich abhängig. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das auch ohne machen kann. Ich will der eigentlich keine Token geben. Man sollte gerade älteren Menschen oder generell überhaupt Leuten keine Drogen geben. Martin, C. Na, vielen Dank. So. Ja, komm. Ich gebe der Alten mal was. Würde ich zwar so nie machen, aber... Ja, bring Jet zu Murphy. Ich habe doch welches dabei, oder nicht? Habe ich keins mit? Oh, ich habe gar keinen Jet dabei. Ich hatte... Oh, ich dachte, ich hätte schon welches. Naja, gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich welches herkriege. Ich könnte ja mal die anderen fragen. Keine Ahnung. Ähm, ja, das ist schön. Warte mal, der zeigt mir hier irgendwas an. Was zeigt er denn hier an? 45 Metern. Was ist denn mein nächstes Ziel überhaupt? Ich muss mal gerade gucken. Ach so, gehe zu Preston Garvey. Okay. Machen wir gleich. Ich muss mal gerade was wegbringen. Gehen, weil die Marte, die ist nämlich gerade dabei, ein bisschen zu flüchten. Deswegen muss ich mal gerade wohin. Wir reden gleich mit Preston. Ich mache hier mal gerade eine Speichern. Ups. Äh, Speichern. So, und dann mache ich ganz kurze Pause. Bin sofort wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch nicht hier war ich eben schon drin da kann ja nur hier vorne sein ja hier so hier will ich mich gerade mal umgucken vielleicht gibt es ja hier doch noch irgendwo ein schränkchen wo was drin liegt weil da war kein jet drin ansonsten muss ich echt mal bei den raidern gucken ne tatsache hier ist nicht so wirklich viel da waren die h-klammern glaube ich drin weil normalerweise findet man das überall das ist so die standard droge hätte ich jetzt beinahe gesagt hier in fallout die haben alle irgendwie immer jet dabei das ist schon ziemlich krank teilweise wenn man denkt die ganze amerikanische gesellschaft ja und hat etwas gefunden ja was ist doch gar nichts wo hast du denn was gefunden hier das nee das ist radix sehr gut vielen dank radix ist gegen strahlung es macht resistenter also nicht resistent insgesamt sondern man kann mehr strahlung verkraften und nimmt nicht so schnell was zu noch was wirklich noch was gefunden ah hier ist noch ein safe natürlich kriegt das nicht auf da ist noch ein boden safe scheiße und ich habe kein dings mehr für ich muss das wieder aber ich brauche nicht mehr so viel bis ich leveln kann gut das muss ich mir merken hier vorne okay so sprich mit den siedlern bei ten pines bluff wie weit ist das denn weg naja gut kommt gehen wir gerade hin vielleicht haben die bisschen jet kann ja sein irgendwer hat bestimmt bisschen drogen für uns hund hat etwas gefunden ja dankeschön für das radkreuz oder was das gerade war oder schraubenschlüssel habe ich das jetzt im inventar okay irgendwie hat der tote hund ein ein radkreuz schlüssel irgendwas dabei ein radkreuz wie heißt das denn so ein schraubenschlüssel halt für für radmuttern los zu lösen so ein radmuttern schlüssel keine ahnung keine ahnung wo das herkam das schon gar nicht gesehen so dann reden wir mal den siedler ich frage einfach nicht so können wir hier einfach querfeld eingehen dann brauche ich nicht noch mal durch concord mal pinsel alles klar ja schon krass ne also hier wächst echt nichts mehr außer hier so ein paar komische blumen aber ich finde wie gesagt die ödlandschaft hier ist ein bisschen hier los oh hier kommen direkt noch freunde mit na nun der haut ja gar nicht ab was da los so wo ist der andere ach direkt hier vorne hi moin die zeit wo du nachlädst habe ich dir ja was denn aus der entfernung schießt der vorbei das ist ja wohl ein scherz nach hinten kurz warten bis der nachlädt hast du gerade nach meinem hund getreten ich glaube dir geht es zu gut so stimpack oh granate ja wo ist er da vorne hat sich die rate festgewiesen hinterm baumstumpf feige sau ich habe leider keine waffe mit hoher reichweite dabei oder ich guck mal gerade habe ich irgendwie eine scharfschützengewehr schon stecher abzug jawoll info gewehr das könnte ein bisschen höhere reichweite haben mit leuchtvisier macht 13 schaden das ist ja wahnsinn so hier jawoll aber ich habe immerhin getroffen oh es brennt gerade jaja doch wie kümmert sich da drum alter was ok so naja es ist sehr nah an der realität ein großteil der amerikanischen bevölkerung ist kokainabhängig selbst die brave hausfrau von nebenan alter die musik hm ja da ist wohl was dran ja ich glaube dass also ich könnte mir das sehr gut vorstellen dass das äh also auch stimmt jet ja wir haben jet mich noch nie so überdrogen gefreut naja also im spiel ne nix falsches denken jetzt um gottes willen um gottes willen so dann war hier noch mehr ich glaube es waren nur die paar ne so ich gehe jetzt trotzdem gerade erstmal zu 10 pints bluff hier der hat noch eine schrotpatrone doppelläufige schrotblende habe ich schon ich muss mir echt was überlegen wegen dem looten ich bin echt am überlegen ob ich die die tragkapazität einfach hoch setze ja das wäre cheaten ich weiß aber ich guck mal wie weit ich komme wenn ich auf normalem wege die tragkapazität erhöhe also das heißt mit zusätzlichen taschen bei der rüstung und wenn ich die power armor trage und wenn ich äh mir quasi äh die stärke erhöhe ich will das erstmal so probieren so schere sport bekleidung karotte können wir nachher anpflanzen ich habe zum glück genug munition 378 ja ja drogen jeden tag drogen drogen so viel ich mag ja genau so maulwurfsratten genau gesehen können wir uns leckere maulwurfsratten happen kochen später das gibt nämlich xp wenn man damit kocht so die klamotten sehen eigentlich ziemlich cool aus ich glaube die nehme ich mal mit was ist das rat hirschleder outfit ne das sport bekleidung so da ist auch nochmal jet jetzt finde ich hier lauter jet die ganze zeit habe ich keins gefunden jetzt liegt das hier auf der straße die drogen liegen auf der straße nicht das geld sondern die drogen ist klar ok ich verstehe nicht warum der hund heißt der heißt doch dog meat ich verstehe das gar nicht dickicht ausgrabungen was im dichten fichten dickicht ne oder wie war das da gab es doch so einen zungenbrecher im dichten fichten dickicht sind dicke fichten wichtig oder so ging der oder ging der nicht irgendwie so ja ja sagt das dreimal schnell enteinander so dickicht ausgraben ich kann mich hier null mehr dran erinnern ich weiß gar nicht was das ist hier gut gehen wir mal später hin ich gehe jetzt erstmal zu der siedlung so hier wird schon wieder irgendwo geschossen glaube ich doch gerade irgendwas gehört da waren das ne doch hier da oben ah ok ja man lässt sich hier sehr leicht ablenken ich versuche jetzt mal schnurstracks zur siedlung zu kommen wo ist das denn hier schützengraben oder was oh ahja wilder mischling hey 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 ganz ruhig so der hund hatte kronkorken dabei wahrscheinlich alle die gefressen wilde karottenblume ich nehme das mal mit ich weiß nicht mehr genau was man alles anpflanzen kann also ich weiß dass karotten auf jeden fall gehen karottenblume weiß ich jetzt gar nicht so das sieht aber nicht nach einer siedlung aus hier wo ich sie weil unten das schon so groß ist so hier sind eins zwei da oben rennt auch noch einer vier hunde wow toll mit dem gewehr hier zielen ist echt das holzgewehr hier das ist furchtbar die waffe boah treff hier mit echt nichts aber ich habe so viel money dafür deswegen nehme ich das gerade mal alter was denn alpha mischling okay der ist ein bisschen stärker drauf welcher ist denn hier nochmal der alpha hier der na hallo der steckt ein bisschen mehr ein vielleicht sollte ich da mal eine andere waffe nehmen warte mal wo habe ich denn wo habe ich denn wo habe ich denn hier so ist aber schluss hier alter wie fressen die denn so schluss jetzt oh level up ja sehr gut dann werde ich direkt mal oh dog meat ja so da werde ich direkt mal gucken wegen schlösser knacken hier langfinger ne das ist es nicht irgendwo gibt es hier ein perk für schlösser zu knacken warte mal hier sehr gut mach ich weil wenn wir gleich eh nach sanctuary zurückgehen dann kann ich direkt das schloss im boden safe aufmachen so was gibt es denn hier radex cafeteria tablett und ein becherglas das wollte ich schon immer mal haben und mir auf den schrank stellen so trockner so ich gehe mal gerade ich muss mir gleich mal ein paar waffen auf shortcuts legen sonst dauert das immer so lange bis ich im hipboy bin und das unterbricht immer so ein bisschen den spielfluss ich finde das nicht so gut oh moin ich sollte mich doch noch ein bisschen näher hier umgucken in dem komischen trümmerfeld die hunde waren nicht umsonst hier da haben wir die kiste ich glaube das haben wir alles ne hier nochmal ein ungestürzter wagen hier da noch so ein leuchtepilz die brauchen wir nicht oh stimpec und red away so da das sieht schon eher nach siedlung aus da unten ten pines bluff da haben wir es doch okay die erstmal wir klauen erstmal ein bisschen ernte die kann ich nämlich nachher bei mir in der siedlung verwenden keine sorge die werden dadurch nicht ihrer nahrung beraubt wir klauen ja auch nur die pflanzen also die die früchte klauen wir nur und nicht die nicht die ganze pflanze so hey mal ein bisschen freundlicher ja ich dachte euch gibt es gar nicht mehr wir haben einem der händler eine nachricht mitgegeben aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet dass jemand kommt die meisten leute geben nach quincey nicht allzu viel auf die minute man das war eine üble geschichte ihr habt vielleicht keine munition mehr dafür hat die umso mehr lippenstift so wo liegt das problem will zur hilfevorhaltung die minute man sind wieder da wir sind wieder da wir bauen die minute man von grund auf neu auf wir sind jetzt wieder die guten freut mich zu hören wir sind jetzt wieder die guten waren wir vorher die bösen oder was nach runter gegangen sind da ist diese raider gang die macht uns schon seit wochen probleme sie rauben lebensmittel und vorräte und drohen uns alle zu töten wenn wir ihnen nicht geben was sie wollen wir wissen wo sie sich verkrochen haben aber wir können es unmöglich mit so einer gang aufnehmen okay ja ich stehe den mal in den arsch ich stehe den für euch in den arsch kein problem danke dir wenn ihr uns dieses mal wirklich helft wäre das echt ein schritt in die richtige richtung dieses mal also ich weiß ja nicht wurden die schon mal von den minute man unterstützt oder wie so kann mir wird schon wieder geschossen so werkstatt kann ich hier haben die nicht irgendwo noch ein bisschen bisschen vorräte hier oder so ich guck mal gerade so die raider ausschalten ich glaube die sind oh hi alter gleich drei stück wir gegen hier ab ähm hallo ich würde gerne das andere ziehen ja vorn egal ja doch nicht mehr rumstehen mach mal bisschen was ich brauche unbedingt so eine Kettenklinge oder so damit kann man die immer ganz gut weg machen so okay äh ich glaube hier war sonst wirklich nix das ist ein ziemlich kleines areal also die siedlungen sind nicht alle gleich groß tatsächlich hier ist wirklich sehr wenig platz so wo muss ich hin ähm ach du heilige Corvega Fertigungsanlage gut mache ich aber jetzt noch nicht ich gehe jetzt erstmal kurz wieder zurück zu Sanctuary da machen wir mal eben Schnellreise weil ich möchte mit Mama Murphy nochmal kurz reden und vielleicht nochmal die ein oder andere Waffe ein bisschen verbessern bevor wir zu Corvega gehen weil ich weiß noch dass bei Corvega äh da wartet ein bisschen mehr auf uns als so ein paar läppische Raider Räder sondern äh da ist ein bisschen mehr los also ein bisschen ein bisschen fällt mir gerade wieder ein da war äh ich glaube da waren ziemlich viele Raider und die waren noch nicht gerade schlecht bewaffnet dann nehme ich mir lieber ein bisschen was schwereres mit zum schießen so wir haben hier eine Waffenwerkbank irgendwo hier ist eine Waffenwerkbank da können wir gleich mal ran so die Mama Murphy ist aber auch schon ganz gut dabei hier für ihr Alter ja in Schlappen why not und Sturges ist irgendwie verbuggt okay ich frag einfach nicht weiter ähm so hier wollten wir grad mal reden Mama Murphy hast du das Jet über das wir gesprochen haben Kind? ja aber jede Menge hier eine Ladung Jet gut gemacht und jetzt führt mich der Rausch dorthin wo das dritte Auge mich braucht in Diamond City gibt es Antworten aber sie sind gut versteckt du fragst die Leute was sie wissen aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt aber du findest es du findest das Herz das dich zu deinem Jungen führen wird oh es ist es ist hell so hell in den finsteren Gassen in denen es wandelt das das ist es was du tun musst Kind folge den Zeichen zum hellen Herz das wow das war anstrengender als sonst ich muss mich jetzt aus ohne Kind oh man dem hellen Herz in der Gasse das ist ja sehr also das ist immer bei Vasa ich sollte den Schrank vielleicht nicht unbedingt da hinstellen wo ist Sturges jetzt hin was zur Hölle ich sollte den vielleicht doch woanders hinstellen aber ich lass ihn erstmal da stehen ja das war sehr genau aber bei Wahrsagern ist ja immer so ne ich glaub war kommt da nicht von von Wahrsagen sondern von Vage ne das ist alles nicht ganz so äh so ganz genau ist was die einem da erzählen naja gut ähm sind wir jetzt nicht viel schlauer geworden dadurch ich weiß nicht ob man noch irgendwie anders auf den Trichter kommen kann ich bin eigentlich kein Freund davon so sollten wir nicht noch mit Sturges reden war da nicht noch was Moment hier sprich mit Sturges so der gerade schön hier in der Wand gesteckt hat ich guck mal ob der noch da ist nee warte mal 4m der muss direkt hier irgendwo sein verstellbarer Schraubenschlüssel mit dem kann ich nicht reden wie der ist oben warte ach Mensch da tschüss ja warte ich komme ich komme zu dir ich konnte hier irgendwo ne irgendwo konnte ich hier ne Treppe bauen da oh man es ist ein Traum so warte mal ich kann was es ist doch echt nicht nice bug ja definitiv jetzt kann ich erstmal hier irgendwie da hoch ich hab keine nicht bauen man weißt du der kann da einfach hochbacken und ich muss mir jetzt hier so ne scheiß Treppe irgendwo hinstellen die gar nicht jedem passt unglaublich so zack das gibt's nicht so ja Sturges was ich nicht alles für dich mache ne ich steig sogar aufs Dach hier ich liebe Arbeit könnte ich mir den ganzen Tag ansehen für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden so warum kannst du hier sehe ich für dich wie ein Schreiner aus ich weiß nicht wonach du aussiehst du meintest du wirst helfen Betten bauen ist das wobei wir Hilfe brauchen hier mach doch selber Raum also brauchst du meine Hilfe um Betten zu bauen hey wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr du wolltest wissen wie du helfen kannst ich hab's dir gesagt war das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht also die Kinderüberraschung ich helfe gern ok abgemacht sorgt nur dafür dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben ein paar der alten Häuser sehen auch solide aus eins davon sollte gehen da drüben ist eine Werkbank die du benutzen kannst sag einfach wahrscheinlich wenn du was brauchst so Baugeschütze Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary ja finde ich gut können wir mal gerade ein bisschen bauen wird es aber hoffentlich so wo habe ich jetzt die scheiß Leiter hingestellt verdammt äh hier vorne glaube ich ja genau auf dem Dach braucht mal ein Dach ja genau hier das müsste ich eigentlich mal machen die Betten und das alles da oben drauf stellen weißt du was komm hier einfach mal gerade jetzt weil es geht so hier ist Platz komm her wer doof rumlabert dem gibt es jetzt mal ein paar paar Dinger auf dem Dach so warte wo habe ich hier Beton Lagerhaus irgendwo kann ich doch hier Möbel so betten ich baue die jetzt hier oben aufs Dach ist mir scheißegal so hier komm her so klein wie viel brauchen wir wie viele Leute fünf Leute okay komm hier eins so kriegt jeder sein Bett auf dem Dach hier drei vier fünf so jetzt will ich nichts mehr hören habt jetzt alle ein Bett auf dem Dach so und logisch ja genau so betten haben wir jetzt genug Essen brauchen wir noch Schutz Energie haben wir irgendwie auch null gut warte mal Wasser geht auf jeden Fall hier unten irgendwo warte mal Herstellung ne nicht Herstellung Ressourcen ist das glaube ich Ressourcen so wir haben hier irgendwo da so ein Wasseraufbereiter baue ich mal habe ich da auch genug Zeug für ja der braucht nicht so viel gut das geht so Wasseraufbereiter weil der gibt nämlich direkt zehn Wasser und nicht wie so eine Pumpe die gibt nicht so viel äh so warte ich glaube ich kann hier vorne mal ein bisschen weg machen so R verwerten ich räume hier mal grad ein bisschen auf ne so zack so unsere Nachbarschaft soll schöner werden im Zweifelsfall einfach mal ein bisschen wegräumen so kann man nicht hier kann man doch glaube ich rauf ne wie weit geht denn das bis da so den Reifen machen wir auch mal weg wollen wir ja nicht alles im Wasser haben ne das soll ja sauberes Wasser sein so der hat irgendwo so einen Stromanschluss wo sitzen der äh da oben ok zack weil der braucht Strom äh Strom kriegen wir Mann das ist doch noch alles weiß warte mal Energie Generatoren jawoll so den stellen wir mal da hin so so Kabel äh hallo so ok nein will ich nicht einlagern so der läuft jetzt der produziert jetzt Wasser 10 gut alles klar abbrechen Essen Essen gibt's hier war doch irgendwo einen Garten hab ich gesehen da hier guck mal die Marsi ist doch schon fleißig dabei ich mach mal hier gerade den Zaun hier wieder richtig das können wir wegschmeißen die Sachen die gelb sind die sind nicht wieder zu verwenden die kann man äh nur noch entsorgen übrigens so den können wir hier wieder irgendwo hinstellen das sind hier mit den komischen Zaunfädeln hier was labert der da kann ich das äh doch kann ich so wir haben doch eben Sachen mitgenommen von der anderen Siedlung wo kann ich die denn nochmal äh Ressourcen oh nein das wollte ich gar nicht äh nein so Ressourcen Essen ähm hier wo sind denn hier Karotte ja gut die können wir direkt hier vorne irgendwo hinsetzen zack die gibt 0,5 ok wo sind denn die Tatos da sehr schön die geben nämlich 0,5 auch die pflanze ich mal hier hin so Essen 2 Essen brauche ich denn so immer schön 2 xp gefällt mir gut das habe ich jetzt leider nicht ganz exakt gebaut aber das macht nichts soll ja erstmal nur Essen bringen so Zitat von Spock Logik ist der Anfang aller Weisheit nicht das Ende ja das stimmt so ich muss ein was wenn Nahrung produzierte war fahren wir eine Siedlung automatisch falls es noch freie Kapazitäten gibt alles klar so wo ist denn die Marsi brauche ich mal gerade die wie viel Uhr ist es denn gerade ich weiß es nicht die liegen nicht im Bett wo ist die hingegangen so Sturge ist nämlich dafür nicht den brauche ich nachher noch für was anderes ich würde gerne die Marsi da auch ansetzen weil die sowieso da ist er doch so wie kann ich denn mit so und jetzt kann ich auf die Pflanze glaube ich klicken und dann geht die da hin und macht das ach man schön dass ich den Zaun wieder aufgebaut habe so du machst mal bitte hier Essen 0 das ist hä warum variiert das jetzt da oben Essen 5 6 ah Ressource dauert ein bisschen ok Ressource ist zugewiesen wir haben jetzt 6 Essen Schutz haben wir noch 0 und die Moral ist auf 16 das ist aber schlecht so Schutz würde ich gerne vorne bauen so und jede Siedlung die man in Fallout findet die eine Werkstatt hat kann man so ausrüsten könnt ihr euch vorstellen wie lange das dauert und wie aufwändig das ist und deswegen will ich auch eigentlich den Minute Man nicht beitreten weil das ist ja wenn man die ganzen Siedlungen freischaltet ist das eine Sisyphus Arbeit sondern dergleichen das ist wirklich furchtbar und äh das passiert dann leider auch immer dann wenn man mitten in der Mission steckt wird irgendeine Siedlung überfallen der man dann helfen muss und das ist echt scheiße so Geschützturm stellen wir mal hier auf so 10 Schutz das sollte erstmal reichen ich glaube ich hab dich im Auge mein Freund so dann haben wir hier erstmal 2 Geschütztürme wenn die über die Brücke kommen werden die erstmal schön abgeschossen das sieht gut aus so ich glaube jetzt sind wir erstmal die Siedlung haben wir jetzt erstmal so weit hergerichtet warte mal kann ich glaube ich die Häuser die kann ich auch abreißen ne so Abrisskommando schau mal jetzt haben wir hier wieder Platz äh haben wir noch mehr zerstörte Häuser dann mach ich die grad weg wenn ich jetzt eh auf dem Weg bin hier ist noch eine kaputte Tür das gibt alles Schrott zum wiederverwerten ich glaube hier waren noch mehr kaputte Häuser oder da unten ist auch noch ein kaputtes Häuser das Haus das blöde ist man kann nicht rennen im Baumodus hab ich auch noch nie verstanden so hier die Autos muss ich auch noch weg machen weil wenn die Raider angreifen und die schießen auf das Auto diese Autos haben alle diesen Atomreaktor drin und die geben dann die explodieren dann dann ist hier aber dann weißt du Bescheid das Problem ist dass dann auch Siedler getötet werden können wenn die in der Nähe stehen deswegen die Autos am besten auch alle weg das sind alles potenzielle Gefahrenquellen kann man auch gerne als Vorteil nutzen wenn man irgendwo in der Schießerei ist und da steht ein Raider hinter einem Auto schießt man einfach aufs Auto Auto fliegt in die Luft Raider tot so einfach ist das so hier das ist auch ein kaputtes Haus sehe ich doch schon so zack guck mal wir einen Platz haben hier wir können hier so viel bauen das wird so toll so aber ich weiß wir wollen es nicht nur bauen wir wollen auch gleich weitermachen ich will nur erstmal hier gerade wenn ich eh schon dabei bin mal gerade ein bisschen aufräumen ach guck mal da ist ja der Sturges die habe ich gesucht so ich habe alles erledigt direkt auf dem Dach habe ich schon so was meinst du damit ich kümmere mich darum habe ich doch schon das kann man auch als Dings durchgehen lassen als zarkastisches Kommentar Wetten dass ich mich schon drum gekümmert habe so hey Sturges Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an jetzt wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können das Problem ist nur je mehr wir hier aufbauen desto eher werden wir zur Zielscheibe wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen ich frag einfach mal was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht Mauern Sandsäcke Geschütztürme was auch immer du hinbekommst gut habe ich schon gemacht ich dachte er sagt vielleicht noch irgendwas dazu wir werden alle ruhiger schlafen in dem Wissen dass wir nicht völlig schutzlos sind der Weg war lang aber ja ich glaub das passt ein Zuhause fühlt sich gut an so ist nicht mein Zuhause ein Zuhause für dich was jetzt ja jetzt müssen wir wieder lernen zu leben anstatt nur zu überleben du weißt dass du jederzeit willkommen bist oder meine Tür steht dir immer offen die Fenster auch und wenn ich's recht bedenke ein paar der Wände auch ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit bis dann so dafür gibt's jetzt wieder ein bisschen XP kriegen wir noch ein Level ab ah schade gut macht aber nix ich hab da vorne noch ein Tresörchen was ich knacken wollte und dann mach ich noch ein paar Waffen schön und dann gehen wir zur Korvega Fertigungsanlage so war der jetzt hier oder war der nebenan der Tresor der war so komisch in den Boden eingelassen ich glaub der war vorne im ersten Haus ne ich glaube der war hier ne das war das wo verdammt hier ich glaub der war hier vorne der war hier so irgendwie komisch ja hier genau so verbessertes Schloss 11h Klammern das ist schon mal gut ne andere Richtung ah shit der Bereich wird immer kleiner indem die greift so 38er Patrone Schrotpatrone Geld Improbistolen lass ich mal die taugen sowieso nix die sind nicht sonderlich gut sag ich mal die kann man den Siedlern dann geben ja so bin ich ich geb den Siedlern die besten Waffen im Spiel aber keine Sorge so gefährlich wird's nicht ich glaube desto attraktiver und mehr man eine Siedlung ausbaut desto heftiger werden die Angriffe oder beziehungsweise auch die die Arten von Angriffen also dann kommen dann mal irgendwann Super Mutanten vorbei oder was weiß ich was ich glaube so ist das ich bin mir aber da nicht mehr so ganz sicher hoch gesamten Schrott lagern achso hab ich schon äh so Waffenwerkbank ich wollte mal grad bisschen was bauen was ne halt bevor ich das mache bevor ich das mache lege ich erstmal die Waffen ab die ich nicht will sonst hab ich hier so viel Scheiß dabei so hier hatte ich die Waffen reingelegt ne so Waffen die hab ich 3 3 brauch ich nicht Automatikpistole 10 Schaden das ist nix Improbistole lege ich auch mal weg Minigun nehm ich gerne mit Schlagring Splittermine Stecherabzug hm weiß ich grad nicht stoppläufige Schrotflinte nehm ich auch mal mit Lasermuskete die macht nicht wenig Schaden aber die hat halt leider ein sehr kleines kleines Magazin das ist echt scheiße so Schlagstock äh oh wir haben tatsächlich nicht so viel Gutes warte mal wo ist denn das Improgewehr ich würd gern mal so ne Art Scharfschützengewehr bauen wir kriegen zwar später noch eins aber das ist mir dann doch ganz recht wenn wir irgendwas haben wo wir bisschen mehr auf Reichweite gehen können erstmal vorab so jetzt schauen wir mal also das Improgewehr schwerer verlängerter Lauf warte mal ich guck mal gerade schwerer Verschluss ist schon das das größte was wir bauen können Kleber scheiße ich brauch Kleber wo krieg ich Kleber her ich glaub vorher brauch ich gar nichts machen ne ohne Kleber geht hier gar nix ne mir fehlt überall Kleber oh scheiße oh nein so Leuchtvisier kurz Reichweite Zielfernrohr kann ich aber mal machen Bayonett halte ich für Blödsinn ich will eh keinen Nahkampfangriff machen ja verdammt ohne Kleber ist dann schlecht kann ich hier noch irgendwas abreißen was Kleber gibt ich glaube nicht ne die Häuser hier das sind alles nur Stahl ohne Klaus G Kleber geht nix ja genau so das gibt nämlich alles nur hier Stahl ja die Häuser auch das gibt alles kein Kleber verdammt hier Stahl, Holz, Beton, Gummi das ist alles nix oh guck mal die Red Rocket da hinten das sieht ja geil aus not bad ja verdammt dann wird das wohl nix mit äh besseren Waffen erstmal ich brauche erstmal Kleber sollen wir dann trotzdem zur Corvega gehen kann ich dann überlegen ja das ist gut das freut mich zu hören so Waffen ich lege mal noch grad bisschen was weg äh hier Red Hirschleder die Sportbekleidung wollte ich vielleicht naja wohl mhm Lederrüstung ah die gibt ein bisschen mehr komm dann legen wir sie weg so das gebe ich gleich Stockmeat dem kann man nämlich auch Sachen anziehen das lege ich mal noch weg E-Ring wiegt sowieso nix äh ich könnte mal warte mal ein bisschen was kann ich grad noch machen uns fehlt ja nicht mehr viel für ein Level Up und ich weiß zufällig wie man ganz easy an XP kommt dafür hole ich mir aber gerade mal was hier nach oben hier unten steht nämlich eine Kochstation und die hole ich mal gerade oben zu unserer Zentrale so komm mal mit die holen wir jetzt mal hier oben hin huh da kommt da das Feuer raus so die stelle ich mal hier vorne irgendwo hin hier so so und zwar was können wir denn machen gebackene Blähfliege oh ja mhm lecker so äh gegrillte Red Kakerlake ja will ich so 7 XP gibt das sogar Köterkeule oh ja lecker vom Mischlingshund mhm so dann Maulwurfsrattenhappen yes können wir richtig viel machen gleich kriegen wir ein Level Up ja sehr schön perfekt so Rib Eye Steak von Brahmin mhm Todeskrallensteak ja so aufbereitetes Wasser ist immer gut das heilt nämlich machen wir auch so Suppe können wir nichts machen glaube ich für Suppen haben wir nichts so verwertbares okay alles klar lecker essen so die Sachen heilen teilweise und geben bestimmte Sachen also ganz so unnütz sind die nicht so äh jetzt können wir erstmal leveln so Stärke ich würde das gerne erstmal wieder was anderes machen ähm ich überlege gerade ich überlege gerade Schlösser knacken ist vielleicht oder vielleicht machen wir nächstes Mal wieder Schlösser ich würde jetzt erstmal vielleicht Aktionspunkte wir kämpfen gleich da brauche ich ganz viel Wats so so machen wir erstmal das okay gut das haben wir gemacht ich überlege gerade ob ich Power Armor mitnehmen soll weil wir nicht so starke Waffen haben dann halten wir ein bisschen mehr aus aber andererseits will ich die auch noch ein bisschen schonen mhm wir probieren es glaube ich mal ohne so ich lege mir nur mal gerade ein paar Waffen auf die Shortcuts also die Pistole liegt wo liegt denn die die lege ich mal auf die 2 dann achso ich habe jetzt 2 dabei lege mal gleich eine noch ab die doppelläufige Schrotflinte lege ich mal auf die 4 uch das Improgewehr lege ich auf die 3 und dann wenn ich dann wirklich mal die benutzen sollte legen wir die auf die 5 so und dann rüsten wir mal ein paar Splittergranaten noch aus wenn ich welche brauche und dann ist gut so so gute Nacht schon mal ich bin raus bis dann alles klar lieber Kai ich wünsche dir eine gute Nacht danke fürs zusehen danke dass du dabei warst schlaf ganz gut mein lieber so Karte ich geh mal gerade wir können da eigentlich gerade hingehen oder? soll ich von hier aus reisen? ja komm sparen wir ein bisschen Zeit ich würde die Corvega nämlich gerne noch schaffen bevor wir aufhören deswegen sparen wir jetzt gerade ein bisschen Zeit die Lade Screens danke du auch war lustig piss dahin auf jeden Fall oh ja die Nähmaschine ist immer noch da oh man das ist scheiße einfach oh man so da unten ist die Corvega Fertigungsanlage ich hoffe dass das beim nächsten Laden weg ist also wenn ich das Spiel nochmal beende und dann wieder reingehe ich meine in das Gebiet muss ich ja nicht mehr so oft aber das ist trotzdem scheiße oh warte mal was denn hier da sehe ich doch was kann ich hier rauf hier die Sandsäcke sind mir gerade aufgefallen deswegen das meistens ein Zeichen dafür dass hier was gibt ja nice so oh hi ja Hund hat einen Gegner entdeckt das ist schön so wer bist du denn? Gammelkala bitte was? Hallo was willst du hier? willst du handeln? ausrauben? oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? das kommt drauf an so Drohnen ja mit Sicherheit äh was? Junge da bist du hier am falschen Ort meine Tage der Liebe sind längst vorbei ich sag dir was klugscheißer du hast ein altes Mädchen immerhin zum Lachen gebracht wenn du handeln willst bekommst du einen Rabatt ja dann äh dann gucken wir doch mal wie immer mit der Ruhe ich dachte die will handeln so 326 Kronkorken das ist ja schon mal hey aber hier könnte ich die eine 10mm Pistole verkaufen die wir zu viel dabei haben ähm ich weiß halt nicht ist die hier so viel besser warte mal Stecherabzug was heißt denn das? so Feuerrate 69 die stießt schneller hier weißt du was dann kommt die weg äh da 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 was sind denn Sachen die ich gar nicht so brauche hier die hat 250 Kronkorken weil ich hier Hirnpilz Hirnpilz braucht kein Mensch Kram das sind alles so verstrahltes verstrahltes Essen das will ich sowieso nicht behalten eigentlich ähm Red Kakerlakenfleisch äh hier russische Eier so ein Scheiß alles komm so ähm was hast du schönes dabei Hilfsmittel die Haarklammern ja Munition hat die keine Waffen doch hier guck mal vielleicht hat die ja ein schönes hier Jagdgewehr das hat aber kein Visier und nichts verdammt ich hätte gern ein schönes Jagdgewehr mit Visier aber das hat sie leider nicht verdammt ja komm dann haben wir wenigstens ein bisschen was verkauft so haben wir die Gammel Carla auch mal kennengelernt das ist ja schön so Dogmeat hatte da warte mal was ist denn hier los man lässt sich immer so leicht ablenken es ist furchtbar was ist das hier Hund hat etwas gefunden warum Hund warum heißt der nicht Dogmeat ich verstehe es nicht so hier brennt ein Feuer oh ich werde es gleich schon wieder bereuen hier gelootet zu haben ich weiß es genau so ok cool immerhin ein bisschen was gefunden wir hatten eine Abmachung Trudy her mit der Ware du schuldest uns was von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campsdealer gar nichts wisst ihr was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat immer mit der Ruhe das geht dich nichts an wenn du nicht aufhörst mit der Knarre rum zu fuchten geht nicht das was an ok ok ganz ruhig wir nehmen die Waffen runter ja tu nur nichts unüberlegtes Geld fordern äh hier damit erkläre ich feierlich die Welt kann mich mal am Arsch schlägt wir haben doch alle Probleme oder schön nur einzutreiben was mir gehört hättest du Lust uns zu helfen eine zusätzliche Knarre wäre nicht schlecht vielleicht kannst du aber auch Trudy zu Vernunft bringen ich mag diese sarkastischen Antworten deswegen ich wollte die einfach mal ausprobieren so Trudy wir haben Angriff mitmachen mit Trudy sprechen ja ich will hier eigentlich keinen Überfall machen was ist denn los hier siehst du diesen Diner da drüben der gehört Trudy sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht ich verkaufe ihr Camps sie gibt mir Kronkorken und Teile und als ihr Sohn Patrick 18 wurde hab ich ihm etwas Jet verkauft dann ein bisschen mehr dann noch viel mehr jetzt hat er Schulden warum achten die hier drauf wie alt die sind ja gut ist ja auch egal so ihr habt beide Unrecht du bist ein Drecksack das sowieso sie sollen zahlen Jet ich stelle mich nochmal dumm ich weiß zwar was Jet ist aber ja ja das macht dich schneller nimm vor einem Kampf mal ein Mäschen Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein also hat er was gekauft und warum sollte man dann aufhören also ich hab dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst ähm mir scheint als hätten sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen ja klar hinterher ist man immer klüger also hilfst du uns jetzt oder nicht äh hier ich ja ich rede mit dir vielleicht können wir das klären sehr gut wenn was schief läuft sind wir hinter dir ich töte hier gar keinen ich glaub es geht los so sprich mit Trudy auf Bestellung oh gut das ist eine Quest äh so das letzte was ich will ist die Unschuldige töten ach cool ich kann hier klauen so Trudy ach ja hi und da hinten ja das arme Würstchen hallo ich weiß nicht irgendwie haben die hier alle zu viel Lippenstift friedlich beenden sie bedrohen Hilfe anbieten friedlich beenden also du schuldest ihnen Geld wenn du zahlst ist alles vorbei alle ziehen ihre Wege niemand wird verletzt oh scheiße das ist geklappt ich zahl dir 100 Kronkorken wenn du ihm eine Kugel zwischen die Augen jagst baa und warum sollte ich dir helfen es sieht vielleicht nicht danach aus aber hier kommen Karawanen durch ich hab Vorräte hilf mir dann kann ich dir verkaufen was du haben willst ja komm ich sag mal so ein Drogenhändler weniger auf der Welt ist vielleicht auch nicht so schlecht danke ich geb dir von hier aus Unterstützung schnapp ihn dir Töte Wolfgang was heißt doch noch Wolfgang so hi so Wolfgang tut mir leid aber oh scheiße ich wollte einen kritischen Treffer landen leider nicht geklappt so die Klamotten wollte ich eh haben nein Quatsch so haben wir das gerade gesagt mit dem wir hatten keine Wahl 46 Kronkorken geil Lederrüstung linkes Bein warte mal mir fehlt doch sowieso noch eine ne ne linkes Bein was fehlt mir denn rechter Arm linker Arm ne ich hab linkes Bein, rechtes Bein, linker Arm, rechter Arm ich hab doch ne ach da ne linker Arm fehlt mir Lederrüstung linker Arm jawoll die nämlich mit ich hatte die Gegner Raiderrüstung ausgetauscht stimmt so zack Mais nehm ich noch mit Metallrüstung ja komm nehm ich auch mal mit so das hat ja besser geklappt als gedacht so kann ich jetzt klauen ne scheiße immer noch nicht so hier ich hab geholfen hi ha 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 kannst kaum erwarten bis die Krähen den Mistgerl fressen hier für dich wenn du handeln möchtest mein Laden hat geöffnet das schön oh die gibt mit ja 100 hat sie auch gesagt so auf Bestellung das gibt wieder schön XP so alles in Ordnung ja es wird dauern bis mein Sohn von den Camps runter ist aber wir schaffen das so wie immer kommen wir zum geschäftlichen Teil brauchst du was für unterwegs? äh je nachdem was er hat um mir dein Angebot anzusehen alles Bergungswut aber kein Schrott ja natürlich so Waffen ach warte mal da war irgendwas cooles äh Waffen General Kaiosrache ok Roboter haben wir jetzt nicht unbedingt am Start äh Jagdgewehr hat denn hier keiner mal ein Scharfschützengewehr für mich? verdammt oder Kleber hat die vielleicht warte mal Lederrüstung Hilfsmittel ne das ist nicht Hilfsmittel das ist divers ja Schrott hier muss doch irgendwo Kleber sein Klebeband aber es gibt Kleber warte mal dann kaufe ich mal die zwei Klebeband Dinger Ladung ach das ist dann ach so das sind dann 100 Gummi ja ich verstehe aber Ladung Kleber hast du keinen ne Ladung Gummi ne wo könnte denn noch Kleber drin sein Terpentin ne Tisch Ventilator ja ist egal komm ähm vielleicht kriegen wir bei Corvega ja noch die Möglichkeit die Waffe zu verbessern so was ist eigentlich ach komm wir gehen jetzt erstmal zu Corvega sonst schaffe ich das heute nicht mehr so so ich habe ja immerhin schon mal ein Visier hier drauf das ist ja schon mal ein bisschen was achso speichern wollte ich noch so weil die Mission möchte ich gerne noch schaffen jetzt privat gespielt wäre ich glaube ich überall links und rechts erstmal abgebogen das ist so schlimm man lässt sich so schnell ablenken hier bei Fallout hier zum Beispiel umgestürzte Waggons ich würde jetzt erstmal gucken was da drin ist aber ich will jetzt auf jeden Fall Corvega erstmal machen dann gucken wir uns hier das gucken wir dann sowieso nochmal alles gibt es bestimmt noch einiges so nehmen wir die Vordertür oder lieber doch die Hintertür so die Straße hat irgendwie direkter achso ich dachte gerade die Straße führt da rein so da ist jetzt die Frage wo ist der Haupteingang da oben habe ich gerade Licht gesehen nämlich da kann man da geht irgendwer ich weiß gar nicht ob es auch einen Hintereingang gibt und davon mal abgesehen ja natürlich stehen da oben nämlich auch jede Menge Leute also ich glaube ich werde nicht durch den Haupteingang gehen weil wenn ich mir das so angucke der ist sehr gut bewacht ich gucke mal ob es einen Hintereingang gibt ich hätte zwar theoretisch genug Muni bestimmt um das alles zu machen aber ich gucke mal ob es nicht noch ein Hintertürchen gibt ich bin generell auch immer ein Freund von Schleichen wenn man hier irgendwie hinten rum reinkommt wäre das doch gar nicht so schlecht so guck mal hier ist doch ein Kran der hat bestimmt hier irgendwo ein Tor gehabt wo der anliefern konnte was Feuerunterstützung was kommt das jetzt her Hör die Militärfrequenz A95 an während in der Nähe von Lexington und Collins Square unterwegs war hat mein Pip-Boy im militärischen Funkspruch empfangen ich sollte ihn mir anhören herausfinden um was es geht ja gut das machen wir nicht jetzt das machen wir ein andermal ach ja komm und schausen jawohl erstmal den Kopf vom Rumpf getrennt und zwar sauber alter Schwede so das machen wir mal ok ich nehme die Klamotten jetzt erstmal nicht mit die wiegen viel zu viel so wo komme ich denn hier wo komme ich da die Treppe vielleicht ich dachte es gibt hier noch ein Hintertürchen irgendwo ja die kommen doch jetzt hier angelaufen da brauchst du doch kein Brill für was machen die da ah nein scheiße ja hab ich mir schon gedacht das hat nicht mehr gepasst verdammt huh was hat die gerade gesagt Feuerwehr dein Baum im Bein wurde verkrüppelt oh nein ich wollte doch hinten rum gehen verdammt was nein ich will nicht auf die Splittergranate schießen was zur Hölle so oh Gott hä war der grad doppelt so den hab ich ich muss erstmal in Deckung ich muss mir jetzt erstmal was überlegen so wird das nix hier Stimpack jawoll nehm ich scheiße so viel zum Thema schleichen ja das hab ich mir schon gedacht dass jetzt die natürlich auch alle nervös werden hier hi erstmal Nackenschlag so Hacke ich muss weg ich muss weg ich nehm hier zu viel Schaden das ist nicht gut so viel zum Thema hintereingang ich glaube das können wir erstmal knicken so ich lass die sich jetzt erstmal beruhigen so wird das nix ich will nicht durch die Vordertür reingehen ach da hinten steht auch einer scheiße kann ich mich nicht hier irgendwie durchschleichen Gefahr okay die stehen natürlich oben auf den Balustraden warte ich guck mal ob hier vielleicht irgendwo ach du kacke ich muss nur irgendwie reinkommen der Rest ist egal krieg ich den von hier ja krieg ich sehr gut zack hier ist ne Tür so warte Schrotpatrone ja okay ach nein ich will nicht springen ich will die Luft anhalten ach da unten hier kommt das mit zu doof hier zugekettet ach scheiße ich komm hier gar nicht rein treffe ich den von hier wahrscheinlich na doch so hier vorne ist noch jemand so zack das war's scheiße ist Tür zugekettet hätte ich das mal vorher gewusst na doch mir das geht auch nicht gut ja ich kann jetzt grad nicht zu dem ach komm ernsthaft Leben hat denn der noch so ach scheiße ich seh jetzt hier wie ein Präsentierteller da wo ist die Sau zwei hab ich noch auf dem Radar ich geh mal hier rein ach da ja hallo ja hallo ja Gott ja kein Wunder der war auch gut gepanzert deswegen hat der soviel ausgehalten deswegen hat der soviel ausgehalten was wie hast du mich genannt ja der war doch grad noch hier warte mal ist der vielleicht in den Truck reingegangen aha moin so alles klar toll der hat nicht mal ne Waffe gehabt hei 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 so soviel zum Thema ich schleiche hinten rum ja das war ja super hat das funktioniert ich hab zwar überlebt aber hat mich ordentlich Muni und Stimpaks gekostet ich hatte grad voll den Spaß na komm da nehm ich halt den so lang so da ist noch einer traut sich natürlich jetzt nicht ne ja komm dann gehen wir jetzt durch den Haupteingang rein ich mein wir sind eh aufgeflogen ist der nachgeladen ne da hab ich den dreimal erschossen Lexington hier wollte ich doch gar nicht hin so ich glaub mit Corvega das wird heute nix mehr bin ja noch nicht mal drin hier vorne war ein Geschützturm aber ich muss vorne rein gehen da ist ein Geschützturm aber den kann ich vielleicht hier aus abschießen gott sei dank puh okay vielleicht wär von hier vorne doch das kleinere Übel gewesen ich hab keine Ahnung aber ich glaube dass man von hier sonst gar nirgendwo hinkommt ok gehen wir erstmal rein ok vorsicht ja vorsicht die mutter der porzellankiste so ich suche mir jetzt hier mal gerade ein örtchen wo ich ein bisschen Schrott abladen kann den ich dann später hole wo kann man denn mal was rein tun jeden aktenschrank was woher kommst du jetzt her von draußen oder was so kronkorken ich glaube die kommen von draußen ja die sind hier alle reichlich vertreten jetzt so schafft er das da alleine ich hoffe genau deswegen wollte ich mir eine bessere waffe mitnehmen kommen denn die granaten her werfen die von oben oder was hallo scheiße so jetzt muss ich erstmal ruhe haben hoffentlich so maschinenpistole sehr gut süßkuchen ja von mir aus so ist immer noch gefahr auf jeden fall so ich wollte mir jetzt eigentlich einen ort suchen wo ich den ganzen schrott mal lagern kann damit ich ihn später holen kann ich hoffe die kommen jetzt nicht schon wieder alle so habe ich das ganze denn mal hin hier kaum was soll ich frage einfach nicht so ich packe das mal nein von dir nicht so hier kommen wir den aktenschrank frag ich das mal so und zwar den schrott pack ich mal hier rein so dann sind wir auch gleich nicht so schnell überladen ich habe ein bisschen mehr platz da muss ich vielleicht nachher zwei dreimal gehen aber das ist ja egal tato haarklammer nehme ich auch mit klamotten lasse ich jetzt erstmal weil klamotten ganz ehrlich brauchen klebeband brauchen jede menge gewicht hund ich konnte gerade nicht auf seite gehen so einer ist zumindest tot und ich habe nur ein aktions punkt scheiße das kostet stimpax hier ich muss gleich mal auf irgendwas alternativ umsteigen oder mal was essen ist die sau da hinten so das war's wie viele hier einfach sind ich wusste schon genau warum ich eine bessere waffe mitnehmen wollte da oben trefft den kopf nicht dann treffe ich halt die seite ist mir egal so dogmeat hat der sache gerade ein ende gesetzt tut mir leid dogmeat ich weiß nicht wo du bist oh da ist auf jeden fall ein geschützturm ach hier alter ach guck mal das war irgendwie die war anscheinend ein bisschen besser maximale kapazität automatisches improgewehr die war ein bisschen besser ausgestattet die gute so was ist hier mit dem geschützturm scheiße dogmeat hängt genau da vor dem geschützturm fest alter wie viele hier einfach sind das ist doch nicht normal so ich muss mal was anderes nehmen außer stimpax die ganze zeit hilfsmittel habe ich noch ja Gott sei dank der nächste ich habe ja auch nicht die beste position gerade so ich würde dogmeat gerade mal gerne da weg holen danke ich habe ich keine stimpax mehr ich sehe es kommen so kollega lagerschlüssel brauche ich hier habe ich den irgendwo oh ich habe den schon ob stehen denn her ach der hat bestimmt die eine gerade gehabt die ich da umgebracht habe wie viele raider hier einfach sind das ist wahnsinn so das nehme ich alles mit boah die musik ne so christels terminal was auch immer ich brauche mal gerade ich muss noch ein bisschen was lesen das ist gerade echt heftig hier haben heute eine weitere karavane überfallen tja das ist schon die dritte in einem monat und freddy hat uns zusätzlich die gute nachricht überbracht dass noch eine karavane in unserer richtung unterwegs ist er sagte er hätte ein paar wachen gesehen aber ansonsten hauptsächlich zivilisten da ist sogar eine braut dabei und wie eine wahrsagerin an die wie eine wahrsagerin aussieht und ein scherz keks mit einem cowboy hut ich werde jared um zusätzliche männer für die überfall bitten dieser verdammte hut gehört mir ich kann mir schon denken wen die meinen datenbank netzwerk offline ich habe jetzt ein bisschen ruhe wenigstens jetzt muss ich erstmal hier von allen die munition mitnehmen allein drei hier und auch noch hier einer hammer hat splittergranate ich bin gerade ein bisschen froh dass wir draußen schon aufgeräumt haben dass da nicht mehr so viel sind klebeband jetzt kriegen wir lauter klebeband weißt du ich brauche bitte mal eine eine waffenwerkbank das wäre fantastisch da geht es wieder ganz nach draußen glaube ich erstmal speichern ich glaube ich habe noch gar nicht gespeichert ich jawoll endlich konnte ich mal einen kritischen treffer setzen so da unten ist noch jemand ich meine im schleichen bin ich sowieso nicht gut ja dog meat ich bleibe jetzt erstmal hier weil die können durch das gitter schießen ah siehste mal oh ist hier schlecht zu sehen in den arsch nicht wieder dog meat angreifen bitte ich habe jetzt nicht mehr so viele stimpacks glaube ich hey der hat sich geheilt hast du das gesehen der kriegt gerade wieder zusätzliche gesundheit der kleine penner hat sich geheilt scheiße ich bin schon auf dem weg ich bin doch wie schon wieder umgehauen ach hier mensch sagt doch was so coole brille schweißer brille mich direkt mal mit hier schweißer brille leichte kleidung ne so stimpack ja dann kann ich das stimpack kann ich direkt hier so hei 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 freunde sind immer noch nicht alle erledigt scheiße aufbereitetes wasser was haut denn hier was halt denn hier noch tp blutpaket ja von mir aus puh so ist der scheinwerfer so das ja die können wir auch noch alle mitnehmen wobei stahl kriegen wir ja auch noch beim abreißen von häusern weiß jetzt nicht so ganz ob wir das machen sollten so wir müssen nach oben ich komme hier aber nicht weiter nach oben halt wie sieht es mit dem gewicht aus 169 ein bisschen aufpassen dass ich nicht zu viel trage ja klar cool mhm revolver mit leuchtvisier kalibriert ne strohkissen können wir vielleicht noch für die siedlung gebrauchen ich nehme die mal mit hier liegt ja noch einer so pass mal auf wir müssen commonwealth ich muss nach oben irgendwie 36 meter ich gehe mal nach vielleicht muss ich doch nach draußen ich weiß es nicht genau ich kenne mich mit covega leider nicht mehr so gut aus lade screen in fallout sind ein traum ich meine jetzt kann ich es ja noch verstehen wir laden ja jetzt nach draußen aber wie gesagt bei der kleinsten hütte da dauert der lade screen genauso lang so ok ne wir müssen tatsächlich wieder rein aber ist nicht schlimm genau und hat was ge was ich wusste gar nicht dass man hier rein kann das hätte ich niemals gefunden danke dog meat das ist ja gut man kann in diese röhre hier rein nice und guck mal hier ist noch einer klingenkorn ah ja bergbauhelm da hat sich wohl noch einer versucht in sicherheit zu bringen ja komm aber egal wenn wir jetzt eh hier draußen sind dann guck ich grad hier nochmal nach dem rechten hat schon wieder was gefunden achso wer das da rein kann das weiß ich wir haben hier draußen relativ gut aufgeräumt ich will nur mal grad hier noch was gucken weil ich meine hier gäbe es nämlich noch was schönes dann will ich mir das wenigstens grad noch holen bevor oh gott nein nicht schon wieder ich glaub da oben ne krieg ich aber ich zieh jetzt auch bewusst nicht auf den Kopf mir ist das jetzt egal so trotzdem den Kopf getroffen so ich muss mich mal ganz kurz orientieren ich glaube das war der es gibt hier einen Schornstein oder beziehungsweise ein Dings da gibt es was daran kann ich mich noch genau erinnern ich glaube das war der blaue hier mal gucken deswegen wird der auch bewacht so genau deswegen wollte ich hier hin hier gibt es nämlich noch eine Wackelkuppe also so Fursionskerne halten da auf 10% länger sehr schön okay super 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 na gut ich glaube viel mehr schaffe ich heute auch nicht mehr wollte heute nämlich pünktlich Schluss machen Molotow Cocktail bla so okay dann geh ich jetzt grad noch wieder rein ich glaube mehr ist hier nämlich auch nicht und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter Level Up hatte ich jetzt keinen mehr ne? ne dann hätte ich das grad noch gemacht ich hoffe wir finden bei Corvega noch eine Waffen eine Waffenstation weil ich würde gerne nochmal ein bisschen das verbessern so gut dass ich hier lang gegangen bin huch nein ich wollte den gerne looten äh Kronkorken jo so gucken ob es hier auch noch einen Eingang gibt ah ich komm hier wieder raus okay gut äh Dogmeat sag mir nochmal ganz kurz wo der Durchgang war bitte warte mal das dicke Rohr das dicke Rohr wo wir rein sind oh Gott ich hab mich verlaufen warte mal da ist das Ding wieder der war hier vorne ich kurz orientieren ich unorientieren haha guter Witz ich dachte Luke wäre hier auf der Ecke irgendwo gewesen oder? aber nicht ich glaub nicht hier oh Gott so im Notfall geh ich wieder vorne rein ist mir auch egal ich glaub da tatsächlich ne ich spring mal grad hier rüber ja hier ist doch die Luke und da ist der Eingang sehr gut perfekt ah mein Gott reicht jetzt auch puh und wird 18 Uhr dran langsam lässt die Konzentration noch ein bisschen nach deswegen passt das ganz gut jetzt so ein letzter Ladescreen noch sind wir doch ganz schön weit gekommen jetzt in den vier Stunden muss ich schon sagen ok so alles klar hier sind sowieso ein paar Betten das ist schon mal ganz gut dann lege ich mich hier was heißt hin aber wir sind keine Gegner oder? ne so dann würde ich sagen machen wir hier beim nächsten Mal weiter ich verabschiede mich jetzt auch direkt ohne Endscreen in das Ende des Streams und ja würde sagen nächste Woche sieht eigentlich gut aus wir haben glaube ich nächste Woche müsste passen von der Streaming Zeit ich werde es aber nochmal in Twitter auf jeden Fall ankündigen wann wie und überhaupt ich streame und ja dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs zusehen vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder euer enges LP bis dann 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 dann